Hallo, hier ist der Staatsanwaltschaftbeschäftiger 67. Ich habe gestern am 1.4. meinen nunmehr 50. Geburtstag schön ruhig und negativ ereignislos verbracht. Und das ist auch gut und richtig so. Und heute mache ich mir ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk und bedanke mich aufrichtig bei Ihnen charakterstarken Herren. Und ich denke mal, es handelt sich da auch um keine Fehlfleck-Informationen, die Sie mir haben zukommen lassen. Ich achte natürlich darauf, dass Ihre E-Mail-Adresse nicht sichtbar wird. Sie müssen auch geschützt werden. Ich danke Ihnen vielmals für diese wohl authentischen Informationen. Und das filme ich jetzt hier mit meiner kleinen Philips-Webcam auch ab. Ich hoffe, man sieht das. Ich lese es auch nochmal vor, sicherheitshalber. Und danke für das Zusenden einer NWO-Mitgliederliste. Nun gut, dann wollen wir mal gucken, ob ich das hier richtig auf die Kamera bringe. Und wenn nicht, ich lese es auch vor. Toll. Ich danke. Ich danke Ihnen allen, die da draußen, die auf meiner Seite sind, die das auch so was von ruchlos und schändlich finden, was man hier mit mir gemacht hat und macht und versucht. Und dass Sie sich da auch für mich einsetzen. Denn ich bin kein übler Kerl. Aber wenn ich eins nicht auf dem Tod ausstehen kann, dass man mich in eine kriminelle Ecke dringt, wo ich seit nunmehr 50 Jahren bestimmt nicht hingehöre. Ich fahre ja noch nicht mal schwarz U-Bahn hier. Und ich soll in jungen Jahren jemandem beim Sterben geholfen haben. Das ist der blanke Hohn. Und wie ich immer wieder nur erwähnen kann, und ich werde auch nicht müde, das zu tun, ich gebe nicht eher Ruhe und lösche nicht eher alle Videos und stelle fast alle meine YouTube-Kanäle, bis auf meinen Videospielkanal und Musikkanäle, die bleiben. Aber ansonsten, ich löchle das hier nur alles, wenn der Typ im Knast ist. Ja? Oder in der Forensik. Und mir kommt es da gar nicht mehr auf eine Schmerzensgeldzahlung an, auch wenn ich das mal hier intoniert habe in anderen Videos. Ich will diesen Menschen hinter Gittern sehen. Oder diese Menschen, die mir das eingebrockt haben. Ja? Und das soll euch da draußen, euch anständig gebliebenen YouTuber, auch eine Warnung und Mahnung sein, wie weit das gehen kann bei YouTube, wenn solche, ja, Exkremente in Menschen haut und da wähle ich mich noch, wie sagt man, korrekt, drücke ich mich noch gewählt aus, hier im Internet so eine Bambule machen. Und guckt mal, das ist ja ein gesellschaftliches Phänomen. Ja? Ihr habt alle bestimmt auch den Sat.1-Clip mitbekommen, ja, in Sachen Cybermobbing. Nichts anderes ist das hier. Ja? Und das ist mir klar, dass mein Video, wo ich die Mail eines von euch vorlese, den es erwischt hat, ja, und die auch authentisch ist, dass euch das nicht gefällt. Aber das droht jedem von euch, wenn ihr euch weiter wie Kacke an meinem Hacken festhaftet und denkt, ihr könnt mich hier irgendwie kleinkriegen. So, dann wollen wir mal. So, sehr geehrter Herr Baraka, wie bereits von einigen Vorgängern entsendet, möchte ich Ihnen eine Liste mit Informationen zu NWO-Mitgliedern zukommen lassen. Zu meiner Person und meinen Ambitionen möchte ich an dieser Stelle keine weiteren Angaben machen, da mir die Anonymität in meiner Sache das Überleben sichert und unabdingbar ist. Eine Preisgebung meiner Identität oder auch nur ein Hinweis in die Richtung könnte mich Kopf und Kragen kosten. Von daher halte ich diese Informationen unter Verschluss. Zur Herkunft dieser Liste möchte ich ebenfalls keine Stellungnahme abgeben. Ich gebe Ihnen die Freiheit selbst frei, über die Verwendung dieser Liste zu entscheiden. Sollten Sie diese allerdings den Behörden vorzeigen oder auf einer Plattform veröffentlichen, so bitte ich Sie aus den eben genannten Gründen, meine E-Mail-Adresse zu verschleiern. Ich bin nicht Ihr Feind. Gut, das hört sich schon mal gut an. Dann scrollen wir hier auch gleich mal runter. Und dann natürlich veröffentliche ich das jetzt hier, denn ich weiß mit ziemlicher Sicherheit auch die Kripo- und Staatsanwaltschaft kriegt das mit. Und ich wedle jetzt nicht wie bisher immer mit der Webcam rum, denn das hat dann immer nicht so gute Ergebnisse gebracht. So, was haben wir denn hier? Dann haben wir hier ein NWO-Goldini, Klaus Törblitz, geboren 2.08.1991, 25 ist er, Deutsch-Norwegen, Nationalität-Techniker der Firma, Pokémon GmbH, schreibt Spiele-Software, ach Gott, auch noch so einer. Dann haben wir die Spielfabrik, Lukas, Last Name Heil, naja, ob das mal stimmt. Und 20.10.1998, 18, Nationalität Deutsch, fehlgeschlagener Unterhaltungs-YouTuber, stark übergewichtiger Hartz-IV-Empfänger, wurde mit 13 Jahren des Magens. Was? Na, da hat er sich irgendwie verschrieben, an wehrlosen Grundschülern verdächtigt, allerdings haben Beweise gefehlt, versucht weiterhin seine Sonderschulbildung abzuschließen. Er leidet großen Rufschaden auf YouTube, plant Rache an seinen Usern und hat öffentlich Morddrohungen ausgestoßen, im Auge behalten. Ah ja. Gut, dann haben wir hier ein Onilord LP, Friedhelm Miller, Börs, 18.01.1979, 38, Nationalität Ungarisch. Erfolgreicher Meinungsblogger, hat mehrere Hetz-Videos gegen M. Baraka erstellt und beginnt an Popularität zu gewinnen. Ja, aber nicht mehr lange lang. Tja, ihr Ungarn, ihr seid sowieso so ein Völkchen für euch. Was haben wir hier noch? Destro Noob Killer. First Name Stan, Last Name Smith. 29.09.1984, 32, ein Amerikaner mutmaßlich. Animateur wirkte ursprünglich bei der Serie American Dead mit. Heute untergetaucht und getarnt als Counter-Strike-Pro-GEMA. Verbrachte bereits zwei Jahre in der amerikanischen Forensik, ist nach Deutschland geflohen und knüpft kriminelle Drogennetzwerke Mitglied des Vorstandes der NWO. Na, das ist ja lustig. Dann haben wir, und der ist mir schon öfters vorgekommen, schwuler Karl-Geyer Huso NWO. Da ist kein Name bekannt. Geboren am 05.05.1994, Deutsch, Schuhfachverkäufer bei Deichmann, Dortmund, zweite Lehrjahr in der Ausbildung. Hat die Personaldatenbank des Staates gehackt und Notizen zu seinem Dasein sowie Namen und Adresse verschleiert. Will undercover bleiben. Naja, wie gesagt, ich lese das hier alles mit Vorbehalt vor. Das kann natürlich auch eine irre täuschende oder irre führende Sache sein, weil jetzt hier kommt nämlich etwas, da habe ich einen anderen Namen vorliegen. Nun bleibt es der Staatsanwaltschaft zu ermitteln, was authentischer ist. Hier ist unsere Mürmoasta, die ich ja schon als Frau Dr. Diekmann identifizierte, aber hier heißt sie Maria Jansen, 9.11.86, Deutsch, 30 Jahre alt. Naturheilpraktikerin, selbstständig, hat radikale rechtspolitische Ansichten vorbestraft bei Angriff auf eine wehrlose Person mit verbundenem Raubüberfall von 19 Jahren. Naja, Frau Mürmoasta und sich bei mir dann wie auch immer scheinheilig nach den Stones erkundigen, was meine Musik angeht und meiner Mutter einen schönen Aids-Tot wünschen. Das waren ja sie. Sie sehen, ich habe alles in Erinnerung. Nun gut, wird sich schon herausstellen, wer was ist. So, ah, da ist er, Entertainment-Stalker-Fanbase-Fanbase, ja, der auch erstmal so scheißfreundlich tat, der Kevin Falk, und so tot, als ob er auf meiner Seite wäre. Naja, 12.03.199, 18, Deutsch, arbeitslos, Schulbildung abgebrochen, verübte Schwarzarbeit, die Eltern sind geschieden, besorgt das Essen der NWU-Mitarbeiter und verübt sonstige Schwarzarbeit ohne Genehmigung. HIV erkrankt, na toll. Und ihr wähnt euch als was Besseres. Ihr wähnt euch wirklich als was Besseres? Ja, als die Elite? Na, schönen Dank. Auf so eine Elite kann der Rest der Menschheit scheißen, ja. So, dann haben wir hier NWU-Mofak, ehemals Islami-Kak, Ahmed Abdul Kalama, 1.02.1989, 28, türkisch angeblich, ist in einem Obstgeschäft im Familienbesitz tätig, gefährlicher Terrorist, hat mehrere bestätigte Kontakte mit dem IS, wurde zuvor bereits des Terrorvorwurfs angetlagt, Anklage wurde allerdings durch Hintermänner abgewiesen. Beschriebene Person ist gefährlich und nicht zu bewältigen, hohe Vorsicht ist geboten, sehr aggressives Verhalten gegenüber Juden. Tja, nun weiß er nicht, dieser Mann, dass auch ich gefährlich werden kann, ja. Und das ist, wenn es um mich und das Leben meiner Mutter geht, zu einer Form auflaufen kann, die man nicht heraufbeschwören möchte. So, dann haben wir hier einen Bekannten, der schon mehrmals in Erscheinung trat, der Brohet, Hans Martin, 22.12.51. Tja, ein wesentlich älterer als ich, schämt er sich nicht. Deutsch Rentner, war ehemals leitender Geschäftsführer eines Weingutes, hat sehr gute Kontakte zur Justiz, ja, die sich wohl jetzt gegen sie richten werden, trägt zur Streitbeschlichtung zwischen NWO und Staat bei, hat bereits mehrere Prozesse abwenden können, ja. Aber hier wird das nicht passieren. So, dann haben wir hier noch ein NWO-Kai, ehemals Liquid 132, Gerd Postel, 13.07.67, ach mein Jahrgang, aber ein bisschen jünger. 49 Deutsch, ehemaliger Postbote, Hilfskellner im Restaurant, wird von NWO erpresst, ehemaliger Aussteiger, natürlich verstorbene, eine natürlich verstorbene Tochter, aha, das natürlich in Ausrufezeichen gesetzt, oh, da tun sich ja Abgründe auf, bei manch einem von euch. So, und dann haben wir hier noch einen Saiver der Haider, Patrick Malhotra, 18.02.1922, italienisch. Pizzabäcker leitet Pizzabude in Emskirchen, wurde im Alter von 5 Jahren nach Elterntod von Verwandten in Deutschland aufgenommen, verkauft Cannabis und Rauschgift an vereinzelte Kunden, Codewort 947. Naja, es sei dahingestellt, meine Anständigen unter den YouTubern, ob das alles hier so authentisch ist oder auch nur fehlst Fleck, wo ein Körnchen Wahrheit ist, das ist mir inzwischen klar, in all euren Videos oder besser gesagt, nicht Videos, Nachrichten an mich und so weiter. Also, ich denke, das ist auch Aufgabe der Justiz, sich auch hier mit zu beschäftigen. So, und das ist mein Geburtstagsgeschenk, mein Nachträgliches, was ich mir jetzt gemacht habe. Und Sultanine NWO, ja, du glaubst doch nicht, dass du aus deiner Position heraus noch ein Feedback von mir erhalten wirst, wenn du mir schreibst, du findest mich sehr nett. Was soll ich mit einer obskuren Frau wie dir zu schaffen haben je in meinem Leben, die Teil daran hatte, dass das Chatradio meines Internetradios Rockin' Devil zerstört wurde, ja, zusammen mit Dutzenden oder Hunderten anderen eurer Art. Ja, also komm, verhalte dich mal erwachsen, ja, du bist schon längst als Feind meines Lebens von mir klassifiziert, wie so viele andere auch. Ja, also spar dir das, mich anschreiben oder mit mir in Kontakt treten wollen. Ja, das ist der blanke Hohn. Ja, ich habe auch nicht eine Sekunde lang Skrubel, dich Sultanine NWO, mutmaßlich Anja Körner aus Ems-Kirchner Raum, auch wohin zu bringen, per Justiz und Gesellschaft. Ja, so, und zur Feier des Tages, den 2. April 2017, jetzt hier die Bloßstellung von euch Fake-Hater-Abonnenten und Kruppzeug, die mich hier auf meinem Staatsanwaltschaftbeschäftiger 67 Profil auch wieder natürlich viel von euch abonniert haben. Viel Spaß da mit Justiz, ne, beim Sichten des einen oder anderen Nick und wer sich dahinter verbirgt. So, ich denke mal, das reicht, der Abstand. Lukas Heil, P.I. Rauhfasertapete, Buddha Golem Ems-Körtchen, ja, Konstantin Sichel. Ja, ja. NWO's denn, ja, mit dem Bild von mir. Mit Photoshop bearbeitet, 4 Abonnenten. Mullmal. Notgeile Krüppelkripo. Na, da beleidigt jemand die Polizei. Jason Voorhees. Prinz Heitabu. Asra El Baraka Barma, Abteilung Nord, ja, ja. Brohet, natürlich, wie sollte es sonst sein. Mutmaßlich homosexueller, krimineller, ne, wer sich erinnert. Monsieur Cherie. Master versus... Bossmonster, aha, er selber mit 7 Abonnenten. Sarkast, immer wieder. So, dann wollen wir noch weitere laden. NWO-Verwaltungszentrum Ems-Körchen. Dr. Mario. Reiner Funkmaus. Ja, Sie sehen ja selber von der Justiz. 2 Meter, 2 Mark. So, dann wollen wir das mit dem Jahre update, geht mal ein bisschen wegklicken. Mieze Katze, ja. Ich bin erfreut, dass nur sehr wenig Frauen unter euch Losern und euch Kruppzeug darunter sind. Da stirbt die Hoffnung zuletzt, dass vielleicht die meisten Frauen sich auf so ein Niveau nicht begeben. Vielleicht habt ihr ja irgendwie auch Samenstau oder sowas, dass ihr meint, das kompensieren zu müssen, hier im Internet. Und euch auf Leute einschießen zu müssen, ne? Angela Merkel. Nazi Erdogan. Ja, da gebe ich demjenigen recht. Was anderes ist der nicht und beschimpft uns hier in Deutschland. Also das ist, naja, ohne Worte. Donald Trump. Ruinix Winkler, ja. Kleine Anleihe. Mal sehen, wie viel hier noch geladen werden können. Die anderen sind natürlich zu feige. Ja, natürlich ein Fick, David Belmonte. Ich glaube nicht, dass das der echte ist. So. Fröhlicher Freimaurer, ja. Das wird euch bald vergehen. Die Antifa Oldenburg. Als ob ich jemals was mit denen zu schaffen gehabt hätte. Ne. Der Unterschied zwischen der Linken und Gysi und so weiter ist, dass die Leute intelligent sind und es gut meinen mit unserem Land, im Gegensatz zu euch, die nur hier Chaos in die Gesellschaft und auf die Straßen bringt. Die meinen es gut, die politischen Linken mit diesem Land. Mehr vielleicht als jede andere Partei in Deutschland. Aber wo es nicht reicht. Nun gut, hier sind Leute, die sich dann auch über Herrn Winkler lustig machen. Das lasse ich soweit gelten. Reiner Rasentorte, reiner Posterverkäufer. Denn über mich macht man sich ja bisweilen auch lustig oder versucht es. Ah ja, da ist sie. Die Mama Mimon. Ein Bild von meiner Mutter, von dem Video, was ich kurz hochgeladen habe. Seinerzeit mal. Und hat drei Abonnenten. Also bitte auch um denjenigen kümmern. Justiz, Staatsanwaltschaft, der sich für meine Mutter ausgibt. Ja. Also irgendwo hört es auf. Ihr seht es ja selbst. Mama Mimon vor einem Monat. Also dann war das schon mal keine Fake-Nachricht. Und dann ist von dem einen Video auszugehen auch, dass das stimmt, was der mir geschrieben hat. Und so schließt sich der Kreis gegen euch. Pilzrisotto. Ja, das ist geil. Ich liebe Pilze. Euch würde ich allen Knollenblitterpilze servieren. Hab da ein bisschen zu schnell gescrollt. Johannes Golgatha. Ja, gut. Marcel Power. Rainer Pieschen. Froschgott. Der Schwarzafrikaner. Tja, es scheinen auch ein paar Rassisten unter euch zu sein. Aber das habt ihr umsonst. Wer mich kennt, weiß, dass ich nur meinen deutschen Erbanteil auslebe. Und dass ich da besser unterwegs bin als die meisten von euch. Ah ja. David Del Nose. Also er macht weiter. Er hat 455 Abonnenten. Und dann ist hier einer, der nennt sich Akarab Nomi. Mein Name rückwärts gesprochen. OWN. Mit 28 Abonnenten. Daniel Aymala Richter. Ja, ja. Hulk Hogan. Abdullah Islam TV. Ne, damit habe ich bestimmt nichts zu tun. So, dann hat hier einer 234 Abonnenten und nennt sich NWO Kai. Mit einem Bild von mir aus einem meiner Videos. Damit habe ich natürlich auch nichts zu tun. Die Arme nun wirklich nicht so ganz gesunde Friedi Miller wird hier auch durch den Kakao gezogen. Na ja. Ihr werdet es nicht schaffen, mich zu einem zweiten Rainer Winkler oder sonst wem zu machen. Ihr seht ja, wer hier am längeren Hebel sitzt. Das bin ausnahmslos ich. Und wie ich euch hier gnadenlos vorführe. schwuler Kargeier, Huso, ja. Na, ganz viele. Tja, Justiz, Staatsanwaltschaft. Heute wird medial hingerichtet. Denkt man, dass man das schafft. Jaja, Abu Baraka al-Baghdadi. Jaja, jetzt in Anlehnung an mein eigenes Bagdadi Video, wo ich versucht hatte auf Englisch an, aber das hätte ich mir auch schenken können, an die Menschlichkeit dieses Monsters zu appellieren. Und auch in Bezug auf Islam. Nein, das läuft auch nicht. Nix, Abu Baraka al-Baghdadi. Ne. Ich bin kein Moslem und ich werde wohl auch nie einer werden. Geschweige denn, dass ich irgendein Bekenntnis zu einer göttlichen, reiner Stinkler, ja, das gefällt mir, dass ich ein Bekenntnis zu irgendeinem Glauben hier je abgeben werde. Denn in nunmehr 50 Jahren hat sich in mir die ernüchternde Bilanz erörtert, dass das hier alles eine riesen kosmische Farce ist. Ja, der Bürgermeister Romanowski, der hier auch durch den Kakao gezogen wird. Ach, der Emre King. Auf den sollten Sie mal acht geben. Dieser Emre King hat mich ja, wie Sie sehen können, hier auf Staatsanwaltschaft Beschäftiger bedroht in meinem Radio-Chat und meinte, auch meine Mutter ist jetzt auf der Abschlussliste. Na, Emre King hier, da, vor zwei Monaten null Abonnenten, ne. Und nicht ganz, oder nicht zwei Monate ist es her, wo man da auftauchte im Chat, im Radio-Chat, den es jetzt nicht mehr gibt, dank euch. So. 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 Und die Sultanine in W.O. ist auch noch dabei, mit 48 Abonnenten. Tja. Ich würde ja gerne Sultanine von meinem Ruhm was abgeben, aber jemand wie du würde dann nicht mehr ruhig schlafen, im Gegensatz zu mir. So, hier dann nochmal, wahrscheinlich der authentische David Delnos. Ich habe Sie ja gewarnt. Vielleicht haben Sie auch bald Besuch vom SEK, denn Sie sind ja einer der treibenden Köpfe hinter dieser ganzen Agenda, hinter mir. Sie tauchten ja damals auch auf im Radio, als ich dann wieder rausging, abends um elf, am 8.2., Sie, der Kopfnusskalli, der Drachenlord offiziell, mutmaßlich Rainer Winkler. Das kann ja alles recherchiert werden und ist ja auch alles stadthaft. Warum sollte ich lügen? Ich habe keinen Grund zu lügen. So, dann hat sich das... Tja. Gut. Haben ja doch einige einen Arsch in der Hose und teilen zumindest ihre Abos, auch wenn es nicht 679 sind. Viel Spaß damit, Justiz. So, hier ist noch mit der Staatsanwaltschaft Beschäftiger 67. Und zur Feier des Tages, dem heutigen 2. April 2017, habe ich mir überlegt, weil es so schön passt, mit dem euch bloßstellen, die 41 Kommentare, die hier schon seit einigen Tagen oder wenigen Wochen auf meinem YouTube-Kanal schlummern und offenbart werden sollen, das jetzt zu offenbaren. Wer immer sich da wieder erkennt und dann natürlich über kurz oder lang, wie auch hier zuvor an meinem Beispiel-Video, die Kripo zu euch kommen wird, kann sich bei sich selbst bedanken und seiner Sau-Dummheit. So, damit das alle auch schön mitkriegen, hier ist die 41 und die klicke ich jetzt an. Da bin ich mal gespannt. Ah ja, sehr schön. Der Jens Tim Wiese hat Folgendes geantwortet. Staatsanwaltschaft Beschäftiger 67. Herr Baraka, Sie werden Ihres Lebens nicht mehr froh, auch Ihre Augen werden rollen. Da können Sie Gift drauf nehmen, sobald alle Daten der NWO-Watch hat Folgendes. Tim Wiese, der hat sich übrigens auch bei mir schon als Abonnent erwiesen. Ja, also Sie sehen, diese Leute drohen hier weiter. NWO-Watch hat Folgendes geantwortet. Sultadine macht Ihnen ein Friedensangebot und Sie beleidigen Sie auf das Übelste. Sie führen einen Krieg weiter, den Sie nur verlieren können. Die Staatsanwalt ist komplett in unserer Hand. Ja, das denken Sie. Ja, dann schreibt hier einer. Und seltsam, alles unter dem Civil War Videospiel geben, das seinerzeit der Herr Kurt Schumacher, Ja, man soll ja nicht Böses denken, da er online gespielt hat. Das möge man mal beachten. So, Akarab Nomin. Hallo Herr Baraka, wieso hören Sie nicht einfach mit YouTube auf? Sie könnten mit Ihrer Stimme doch als Synchronsprecher versuchen. Ja, könnte ich, aber nö. Wozu? Da gibt es andere, die besser sind als ich. So, Jens Tim Wiese. Ihre Augen hängen am seidenen Sehnerv. Die NWO hat dank Vollverwandlung alle ihre Daten. Da kommen Sie nicht mehr raus aus der Nummer. Sie werden nie wieder und bla bla bla. Jens Tim Wiese. Besonders renitente Drecksau, wie man hier sieht. Ja. Naja, ach, ich denke, das soll reichen, ausschnittsweise. Denn ich weiß, dass dieser Jens Tim Wiese eine besonders renitente Sau ist. Nicht wahr, Jens? Die mir auch schon hinterhältig heimtückisch auf Facebook nachgestellt ist. Und das soll hier exemplarisch auch reichen. Also, von diesen 41 Kommentaren. Gut. Okay, ihr wollt Nachschlag? Ihr kriegt Nachschlag. Hier habt ihr ihn. So, Staatsanwaltschaft. Wo auch immer. Berlin oder sonst wo. Ihr glaubt doch nicht allen Ernstes, dass ich diesem Bullshit glaube. Ja, dass ihr die Justiz in der Hand habt. Anders wird wohl eher ein Schuh daraus. Ja, dass man euch schon auf den Fersen ist und auch die Schnauze voll hat von euch. Unterwanderern unserer Demokratie- und Sozialstaats- und Rechtsstaats. Ja, ihr gehört alle in den Knast oder noch besser in die Forensik. Und da wird so manch einer von euch landen. Ender Ovo Out. Hallo, hier ist der Staatsanwaltschaftbeschäftiger 67, alias Mimombaracker. Ich veröffentliche jetzt hier eine Mail, ohne die Identität des Absenders preiszugeben. Und das sollte auch von der Staatsanwaltschaft in Berlin oder wo auch immer registriert werden. Halten wir nochmal fest. Am 4.1. aufgrund eines anonymen erfolgten Drohanrufs am 2.1. von Herrn Rainer Winkler aus Altschauerberg, Erbskirchen erstattete ich Anzeige gegen ihn. Und zwei Tage später ritt hier bei mir aus haltlosen Gründen heraus das SEK und die Tripo ein. Und ich wurde beschuldigt, als junger angehender Krankenpfleger in jungen Jahren aktive Sterbehilfe geleistet zu sein. Dass das kein Zufall ist, sondern zusammengehört im Kontext, weiß man. Und nun lese ich die Mail vor, die mir ein gutmeinender Mensch geschickt hat, ohne ihn zu nennen. In Sachen Rainer Winkler ist der Titel. Guten Tag, Herr Baraka. Ich verfolge Sie und den Wahnsinn um Ihre Personen nun schon seit Längerem. Sie und Ihre Mutter sind nur eines von zigtausenden von Opfern dieser NWO-Spinnern. Da ich auf Ihrer Seite stehe und nicht von dieser Organisation belästigt werden möchte, bitte ich Sie, auch meine E-Mail-Adresse zu anonymisieren. Das ist hiermit geschehen. Auch mein Name sollte, wenn möglich, geheim bleiben. Wie Sie sicher schon mitbekommen haben, lebt man gefährlich, wenn man sich mit der NWO und ihren Verbündeten anlegt. Nö, das sehe ich nicht so. Auch ich gehe notfalls über Leichen. Ja, und das ist keine Drohung, das ist kein Versprechen. Wenn Leute, die hier den Rechts- und Sozialstaat unterwandern und aushebeln wollen und unsere Demokratieadaption führen wollen mit ihrer Baffung mit Philosophie, die haben hier nichts verloren. Und wisst ihr, was NWO wirklich heißt? Nie wieder oben. So, weiter im Text. Ich selbst war einmal Anwärter bei der NWO, doch leider wurde ich abgelehnt. Dies veranlasst mich dazu, Ihnen diese Mail zu schreiben. Bei einem Bewerbungsgespräch im Dezember 2014 in 91448 Emskirchen, Deutschland-Bayern, hatte ich die Gelegenheit, Herrn Rainer Winkler auch bekannt als Drachenlord kennenzulernen. Genau, und dieser Drachenlord taugte auch bei mir damals in meinem Internetradio auf und ist schuld, dass ich da jetzt gesperrt bin als Hörer, da man ja zu Hunderten da auftauchte und den Chat fludelte, dass der erstmal abgeschaltet wurde, was inzwischen wieder zurückgenommen wurde. Sehen Sie bitte bei der Staatsanwaltschaft auch die Videos dazu, zum Internetradio und allen anderen Attacken dieser Leute. Gut, das ist jetzt von mir formuliert, das steht hier nicht. Ich selbst, ja, bei meinen Bewerbungen kennenzulernen. Dieser fiel mir sofort durch seine arrogante und besserwisserische Art, die ihm hier in dem Fall nicht weiterhelfen wird, sage ich, und sein exzentrisches Auftreten unangenehm auf. Wie dem auch sei, ich möchte Ihnen mit dieser Mail nur den Tipp geben, dass Herr Winkler derzeit Poster auf seinem Grund verkauft. Falls Sie ihn persönlich zur Rede stellen möchten, empfehle ich Ihnen, ihn zu Hause zwischen 12 und 16 Uhr aufzusuchen. Es ist außerdem sehr wahrscheinlich, dass Sie dort auch gleich einige Zeugen hätten, somit wäre es auch unmöglich, Ihnen dort Dinge anzuhängen, die Sie nicht getan haben. Ja, das ist sowieso unmöglich. Die Staatsanwaltschaft ist ja nicht von Dummbeuteln besetzt. Die wissen auch, wie was zusammenspielt. Es ist aber darauf zu achten, dass Herr Winkler mittlerweile eine Mauer um sein Grundstück gebaut hat, welche nur schwer zu überwinden ist. Außerdem ist das Grundstück zusätzlich durch ein Elektrozaunüberwachungskameras gesichert. Hier die Anschrift des besagten Grundstücks als Schauerberg 8 91448 Emskirchen, Deutschland, Bayern. Tja, was nur Staatsanwaltschaft, ne? Sehen Sie, ich habe nicht nur Gegner hier bei YouTube und überhaupt in der Gesellschaft. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Mutter Gottes Segen. Alles nur erdenklich Gute und viel Kraft für den Kampf gegen dieses Netzwerk. Bleiben Sie stark. Mit freundlichen Grüßen. Das können Sie annehmen, dass ich das bleibe und dass Gottes Segen schon mein Leben lang letztendlich mit mir ist und mit meiner Mutter. Da können Sie sich auch sicher sein. Es ist alles immer noch im grünen Bereich bisher bei uns gewesen und es bleibt auch dabei. So. Gut. Dann rotiert mal von der Staatsanwaltschaft. Nun wisst ihr Bescheid. Und allen anderen anständig gebliebenen da draußen passt auch gut auf euch auf. Ihr seht ja, wie man in irgendetwas Unschönes hineingeraten kann, obwohl man sich legitim nur verteidigt hat und gewährt hat. Ich habe nichts weiter damals getan, als meine Ehre und die Ehre meiner Mutter hochzuhalten und das nicht so im Raum stehen zu lassen. Ich wäre ein Sozialschmarotzer. Ihr kennt mich nicht. Ihr kennt nicht meinen schweren Lebensweg. Ihr wisst auch nicht um meine jahrelangen Bemühungen, wieder den Anschluss zu kriegen, was mir verwehrt wurde von der Gesellschaft, vom System, von Behörden. Also nichts hier mit Sozialschmarotzer. Ja. Und so weiter. Und ja, nur rotiert mal. Ja, ich habe euch mehr als genug bei der Kripo und Staatsanwaltschaft diese Subjekte auf dem Silbertablett serviert und die Videos hier sind stadthaft und authentisch. Und ich beziehe mich da auch auf Quellen, die mir zugespielt wurden von authentischen Personen. Und macht mal. Ansonsten werde ich doch irgendwann, wenn mir das zu dumm wird, die Presse einschalten. Denn wie der Zufall so ist, will wohnt in meiner Nachbarschaft ein freischaffender Journalist, den ich auch schon leicht angewärmt habe. Ja, damit ihr Bescheid wisst, in welche Richtung das unter Umständen geht. Und dann ist es auch interessant für die Staatsanwaltschaft Berlin zu klären, in welchem Kontext der Internetdienstanbieter O2 mit Hauptsitz in München, mit Geschäftssitz darin verwickelt ist. Denn seit dem Gespräch mit Herrn Winklern und Kopfnuss-Kalli komme ich ja nicht mehr durch zur Polizei nach Emskirchen und noch nicht mal hier zur ständigen Vertretung des Freistaats Bayern und auch nicht zur Polizei nach München. Also scheint man da mit drin zu hängen. Merken. So, schönen Ostersonntag noch. So, hier mal wieder Klartext. Freistaat Bayern. Ich weiß nicht, was für obskure Personen da bei euch unten rumgurken. Und was für sich elitär wehendes Gesindel und Gesocks sich da in euren Gemeinden sich auftut. In einem eigentlich erzkatholischen Land, das es mehr mit dem Papst hat. Herr Seehofer. Herr Rainer Winkler aus Emskirchen, Altschauerberg. Neustadt. Sie kennen sich ja aus in Ihrer Heimatregion. Ganz schnell aus dem Verkehr ziehen. Ansonsten nehme ich auch Sie in Haftung. Denn Sie sind verantwortlich für die Bürger Ihres Landes und was einige Obskure unter Ihren Landsleuten im Rest der Republik anrichten wollen. Sie wollen doch auch wieder mitregieren. Mit der CSU, zusammen mit der CDU. Ich kann daraus einen bundesweiten Eklat machen, der Ihnen das Genick brechen wird. Unterschätzen Sie nie Leute wie mich, auch vermeintliche Verlierer wie mich der Gesellschaft, die mit dem Rücken an der Wand mutmaßlich stehen. Was Ihre Landsleute oder einige von Ihnen sich hier mir gegenüber herausnehmen, allen voran Mario Heinz, Terrorfürst, Rainer Winkler, das ist nicht mehr zu beschreiben. Und dann muss ich mitkriegen, da werden mir Informationen zugespielt, teufelsanbetende, schwule Polizisten im Polizeidienst, haben Sie Ihre Leute nicht im Griff? Finden in Ihrem Freistaat keine psychologischen Eignungstests statt? Als Grundvoraussetzung, bevor jemand in den Polizeidienst in den Aktiven übernommen wird? Was ist da los im Freistaat Bayern? Und was ist los in Köln? Und was ist los in Frankfurt am Main? Dass ein mutmaßlicher Freimaurer und bekannter Satanist meint, macht über mein Leben ausüben zu dürfen. Der dann mutmaßlich auch noch bei der Staatsanwaltschaft arbeitet oder selbst Staatsanwalt ist. Ihr habt den Knall wohl noch nicht gehört. Raus aus meinem Leben! Aber ganz schnell! Sonst werde ich zu Ihrem allerschlimmsten Albtraum, den Sie sich vorstellen können. Wenn Sie denken, dass ich mit meinem Latein am Ende bin. Ich komme auch nach Bayern. Ich komme nach Köln. Und dann werden wir mal sehen, Kopfnusskalli, wer wie ihm die Augen ausdrückt notfalls. Und ich komme auch nach Frankfurt am Main. Und dann ist der einzige Stuhl, den Sie noch bekleiden, in einer 20 Quadratmeter Zelle, Porzellanschlüssel, Klo genannt. Das ist dann Ihr Stuhl. Ja, sowieso. Mutmaßlich Staatsanwalt. Für den Rest Ihres Lebens. Dann können Sie in Ihrer 20 Quadratmeter Zelle Ihre satanischen Mantras runterleiern. Bis zu Ihrem Tod. Weg aus meinem und meiner Mutters Leben. Sonst kann ich für nichts mehr garantieren. Dann werde ich jeden von Euch gesellschaftlich, juristisch, legal, mit allen mir frei zur Verfügung stehen, den Rechtsmittel zur Strecke bringen. Und werden die nächsten fünf Jahre dafür draufgehen und selbst über den Tod meiner Mutter hinaus. Mein Wort. Soeben hat mich wieder eine schöne Mail erreicht. Und ich denke mal, Staatsanwaltschaft Berlin, jetzt wird es wirklich Zeit zu rotieren. Ich lese Sie nur vor. Ich filme Sie nicht ab. Ich lese die E-Mail-Adresse vor, die schon Bezug auf mich nimmt und entlarvend genug ist. Und ich fordere von Ihnen ein, jetzt den Staatsschutz auch zu aktivieren. Sie dürfen nicht vergessen, es handelt sich hier um Menschen im größeren Verbund, um ein Netzwerk, das nichts von demokratischen, humanistischen, ethisch-moralisch vertretbaren Grundwerten hält, sondern das aushebeln will. Und ich bin ja kein Einzelfall, meine Damen, bei der Kripo- und Staatsanwaltschaft. Aber hören Sie selbst, was ich vorzulesen habe. Und ich verlange jetzt, dass in umgekehrter Richtung SEK-Einsätze stattfinden. So, der Absender ist ein Mimon, also alles klein geschrieben. Na Mimon, du kommunistisches Muttersöhnchen, du kleiner FDJ-Bengel, kommst bald in den Genuss von Stasi-ähnlicher Beobachtung. Und Ihre Mutter wird sich sicherlich sehr über die nächtlichen Anrufe freuen oder wenn ich um Mitternacht bei Ihnen sturmklingele. Ich habe von meinem NWO-Kollegen Herr Rex zueben eine Adresse zugespielt bekommen, mit dem Hinweis, es sei die ihrige. Ich lebe selbst in Berlin und werde die Tage mal in Tempelhof vorbeischauen. Ach übrigens, an dem SEK-Einsatz, der sein Ziel erreicht hat, und zwar sie und ihre Mutter zu drangsalieren, in Tlammernlach, war ich auch beteiligt. Und schwer war es nicht, in Tlammern mit der Hilfe eines Berliner Polizisten, der NWO-Sympathisant und sogar offizielles Mitglied ist. Das könnte zum Beispiel der David Belmonte, der André Knobel sein, dieser 33-jährige Polizist mit Baphomet-Tattoo, den ich in Caputmortum 2 erwähnt habe. Nach die Gallicke der Trapsen. Ihre Wohnung stürmen zu lassen, also das Spiel ist nicht vorbei, sie klappte, Herr Bautermann. So, mehr gibt es dazu nichts zu sagen. Und ich stehe jetzt kurz vorm Ausrasten und stehe kurz davor, ganz bewusst die Gewaltkonfrontation zu suchen. Und dann werden Sie sehen, wer hier ein klappriger Bautermann ist und wer hier Tribut zollen wird. So, Staatsanwaltschaft, was noch? Ach, rotiert oder ich mache euch die Hölle Eis. Ich bin bald sonst in Moabit in der Turmstraße und lasse mich nicht abweisen. Ja, und auch die ständige Vertretung des Freistaats Bayern kriegt von mir noch einiges zu hören. Jetzt ist das Maßfall. Und Sie, Herr Niemann, Sie nicht. Ich habe schon längst begriffen, dass Sie auch eine Erfüllungsgehilfe dieser Leute sind. Sonst hätten Sie jetzt nicht eine zweite Anzeige wegen meinem Wollt ihr Leben-Video, was statthaft war, unter moralisch-ethischen Gesichtspunkten an mich weitergegeben und durchgelassen. Zumal ich in dem Video am Ende auch relativiere und sage, oder ich bringe euch alle in die Forensik. Ich weiß noch, als damals am 17.02. oder wann das gewesen ist, nachts um zwei hier die Polizei geklingelt hat und der eine Polizist selbst herrlich meinte, wichtige Leute hätten das hier alles inszeniert. Niemand ist wichtiger als ich für mich und mein Leben und meine Mutter. Ihr spielt nicht Gott in meinem Leben und ich zerstöre jeden von euch, wann immer, wo immer, wie auch immer, unter Ausschöpfung aller legalen, juristischen und auch intellektuellen Fähigkeiten, die mir zur Verfügung stehen. Ihr nicht. So, das Maß ist Fall. Und jetzt rotiert mal bei der Staatsanwaltschaft Berlin oder ich mache euch die Hölle heiß, wie ihr das noch nie erlebt habt. Und mir ist das scheißegal, ob das bis in hohe politische Kreise führt. Ich lasse mir mal ein bisschen neben dir nicht von Wildfremden abschauen, wie euch noch zerstören. So. Caput mortum, Satanas. Caput mortum. Wann begreift diese Kraft das? So, jetzt wurde mir auch noch eine Mail zugeschickt, die mit dem Schöner-Aids-Tod, die übersehe ich mal. Ich werde hier nicht alles hochladen oder veröffentlichen, aber mir wurde hier wieder teilweise eine NWO-Mitgliederliste zugeschickt. Ich hafte natürlich nicht dafür, ob das authentische Informationen sind oder Fehls-Fleck-Informationen, um mich auf eine falsche Fährte zu führen. Aber ich lese sie für die Justiz, für die Staatsanwaltschaft Berlin und wo auch immer vollständigkeitshalber vor. Und ich denke mal, das ist auch ziemlich deckungsgleich mit meinen Videos, die ich hier bereits schon veröffentlicht habe. Nicht wahr, Anja Körner? So, dann wollen wir mal. Sehr geehrter Herr Baracker, hiermit sende ich Ihnen eine zweite Mail mit weiteren Erkenntnissen der Verschwörung durch die NWO. Leider ist diese Liste ebenfalls nicht annähernd vollständig, da die Sicherheitsprotokolle der NWO einen nur eingeschränkten Zugang zulassen. Ich verbleibe und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Mit freundlichen Grüßen, ein Freund. So, dann haben wir hier einen. Pseudo ist Justin, 2001, die Zahl. First name Justin. Last name Anderskind. Groß am Anfang, ein Wort. Geburtstag, 8.01.2001, 16. Nationalität Deutsch, Schüler. Sohn eines verstorbenen NWO-Agenten, NWE-LUWHC-S und dann SDI-A, versucht sich auf YouTube als Quizshow-Moderator. Minderjährig wird ab seinem 18. Geburtstag rekrutiert. So, dann haben wir hier einen, ah ja, NWO-LUW-H-C-S. Aber der ist ja angeblich verstorben, irgendwie seltsam. Nun gut, das ist jetzt hier der Vater von diesem Jungen. Der nennt sich auch Carsten oder nannte sich Carsten Anderskind. 12.03.1972, 45 ist er oder wurde er Deutsch-Ehemals-Lehrer, wurde suspendiert, nach dem Drogentest positiv. Leitete Medienzentrale der NWO, ist an Krebs verstorben, hat seinen Sohn nach seiner Suspendierung einer Karriere auf YouTube vorgeschlagen und ihn dabei weitestgehend unterstützt. Ist am 18.03.2016 verstorben. So, dann haben wir hier einen Komp-Judastimme oder Judas-Stimme. K-O-M-B-J-U-D-A-S-T-I-M-M-E. Alexander Birkenau, 2.08.1988, 28 Deutsch. IT-Fachmann der NWO, agiert im Hintergrund, Spezialist für Verschlüsselung. Verheiratet mit Rainer Winklers Schwester. Ah ja, interessant. Alkoholiker war wegen paranoider Schizophrenien stationärer Behandlung. Hahaha, ist das herrlich. Hahaha, herrlich, 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 herrlich. Ja, und so krank seid ihr alle, so krank war ich noch nie in meinem Leben. Wie ihr das seid. So, dann weiter. Ah ja, und das ist ja offensichtlich, ich habe das ja hier schon dokumentiert, dass diese junge Frau mich weiterhin anschreibt und versucht zu umgaren und das ist deckungsgleich. Sultanine NWO, Anja Körner, 24.02.1984, 33 Deutsch. Ist aufgrund ihres weiblichen Geschlechts speziell auf Mimum Baraka angesetzt worden, soll ihn umgaren und beim Erfahren von näheren Informationen als Erpressungsmittel dienen. Ja, du, als ob ich das nicht sowieso schon gewusst hätte. Gut, dann haben wir hier eine Laura Lauert mit Pseudonymen und Real eine Katharina Reichert. 22.08.1991, geboren, 25 Deutsch. Neuzugang der NWO, befreundet mit Justin 2001, versucht ihn für die NWO zu begeistern. Ist auf Twitter als LGBT-Aktivist-Aktiv-Männlich. So, Feinkost, ehemals, Space, Sur, Zahl 4, E-R, I-V, I-V-E-S, Sindmen, S-Y-N-T-H-M-A-N. 9.07.1989, 27, britisch, Unterhaltungs-YouTuber, musste von der Bildfläche verschwinden, nachdem er urheberrechtlich geschütztes Material hochgeladen hat, hat zwei Jahre auf der Straße verbracht, jedoch den Anschluss wiedergefunden, ist jetzt in der Musikbranche tätig. So, dann haben wir hier einen großgeschrieben am Anfang, NWO, und dann Agent Plorox, mit C und am Ende mit X. Carlo Appianin, 3.09.1956, ein 60-Jähriger ist das armselig. Sollte man mit dem Alter nicht etwas weiser werden? Ja? Und milder? Ja? Sizilianisch, war in früheren Jahren in der Mafia aktiv, hat ein stark vernarbtes Gesicht und einen vergoldeten Schneidezahn, respektiertes und angesehenes Mitglied hohen Ranges. Ja, das wird ihm auch nicht mehr viel nutzen, wenn dieses Video hier veröffentlicht ist. So, ah ja, ein Bezug auf mich. Am Anfang großgeschrieben, AIDS-verseuchte Stinktier-Mama, 67, Johanna Grubenberg, 18.05.1977-39, Luxemburg-Israel, Pfui, Pfui, sage ich nur, macht obszöne Videos auf YouTube, versucht auf vulgäre Art und Weise, die Mutter von Mimou Baraka nachzuahmen und zu provozieren. Ah ja, das wusste ich bisher noch nicht, aber jetzt, aber das tue ich mir natürlich nicht an, dass ich mir das ansehe. So, dann haben wir hier ein Rudi Radelt, Pseudonym. First, dem Rudi und dann Lars, dem Schwinkler, ob das mal stimmt? Na gut. 2.9.1984, 32, Deutsch, nicht näher bekannt, vermutlich ein Fäger im Auge behalten. Ja, so, dann haben wir hier ein Rick-Gesicht, Richard Krampmeier, 4.11.1978, 38, Deutsch, ehemals Berufssoldat der Abteilung Cyber- und Informationstechnik der Bundeswehr, unehrenhaft entlassen, jetzt IT-Verantwortlicher der NWO, zentrales NWO-Bindelied hält sich aber im Hintergrund. So, dann haben wir hier ein Alex Fenn, da ist kein Name bekannt, auch nicht das Geburtsdatum und die Nationalität, mutmaßlich Lukas Heil, jedoch nicht näher bekannt. Dann haben wir hier ein NWO-Stan, Stefan Ludenberg, 17.07.1994, 22 Jahre alt, Deutsch, relativ unbekanntes Mitglied, hält sich im Hintergrund, hat im Alter von 19 Jahren Fahrerflucht begangen, hat eine Bewährungsstrafe erhalten. Dann haben wir hier ein Unbesiegt-AK-André Teilzeit. André Roter mit H, 29.10.85, 31, Deutsch, Aktivist in einer NGO, was immer das ist, setzt sich in der Vielgeschlechterreihe ein, ist der Ansicht, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, Feminist, nun gut, da soll mir sowas von egal sein. Dann haben wir hier ein mit dem Pseudomaggraf, großes R, großes U, Marcel Heese, 11.04.1925, Deutsch, arbeitslos. Wollte der Bundeswehr beitreten, wurde jedoch aufgrund psychischer Störungen abgelehnt, hat daraufhin mit einem Amoklauf einer Schule gedroht, wurde daraufhin festgenommen und auf unbestimmte Zeit in die Forensik eingewiesen. Hahaha. Und ihr, menschlicher Abfall, ihr denkt, ihr könnt Gott immer im Leben spielen? Ja. So. Die Germaniten, mit T geschrieben. Rolf Egbert, mit CK, 20.12.62.54, Deutsch, arbeitslos, ist durch seinen außerordentlichen Judenhass bekannt, hat bereits zwei Haftstrafen absitzen müssen und folgt noch immer seiner Ideologie im Auge behalten. Ich bin bald fertig hier mit dieser Liste. Ich brauche mich nicht dafür zu entschuldigen. Je mehr Öffentlichkeit ich schaffe in meinem Fall, umso besser für mich, umso schlechter für euch alle. Und ich bin dankbar all den anderen, die mir hier gewisse Informationen zutragen, ja. Und ich denke, das Leben wird es mit ihnen, die sich so human und menschlich und sympathisch mir gegenüber offenbaren, in dieser schweren Zeit für meine Mutter und mich auch danken, ja. Nichts bleibt ungesehen, nichts bleibt ungerecht im Universum. Und ihr alle müsstet doch um das magische Gesetz des Rückpralls wissen. Mehr sage ich dazu nicht. So, ah ja, hier jemand, der mich natürlich... Ach, ah, jetzt klingelt's. Akarab Nomim O.W.N. Also mein Name, Nachname und Vorname rückwärts geschrieben. Und dann O.W.N. Und wisst ihr, wer das ist? Kopfnuss-Kali, Karl-Heinz Hess, den ich schon in Caput Mortum erwähnte, wo mir das zugespielt wurde, über meinen gehackten Arsch-Terminator-Account, den ich ja noch schon lange nicht mehr nutze. Karl-Heinz Hess aus Köln, Kopfnuss-Kali, der mich seinerzeit hier anrufte und bedrohte und meinte, er würde Geld von Rainer Winkler erhalten, um mir die Augen auszudrücken. Und ich solle doch bitte schon ein Video erstellen. Man würde sich ja eigentlich ganz grün sein und so weiter. Die Geschichte ist bekannt bei euch. Karl-Heinz Hess, 13.12.1980-37, Deutsch-Hilfsarbeiter bei der Mülltrennung. Kleinwüchsig, halb querschnittsgeliebt, sitzt im Rollstuhl, leidet an andauernden Messkonsum, Drogenabhängig. Am Telefon hieß es dann aber, er wäre noch ganz fit und andere Informationen sagen auch, er wäre zwar trotz Rollstuhlsportlich. Nun gut, sei dahingestellt. Florian CZ, C-Z-Groß, Markus Reuss mit Doppel-S, 16.01.1980-19, Deutsch-Student. NBO-Jünger, hochbegabt, wird in der Radartechnik-Telemetrie ausgebildet und ist bislang sehr zuverlässig. Dann haben wir hier einen, der nennt sich Zerkratzte, kleingeschrieben, ohne Leerzeichen, Groß-CD. Dennis Krück mit CK, 4.01.1993-24, Deutsch-Fachleitender Ermittler der Polizeizentrale Emskirchen, AHA, lässt Beweise verschwinden und sorgt zum Schutz der NWO. Am Wochenende wohnhaft bei seinem Lebenspartner. Ja, und das müsste, soweit ich das weiß, identisch sein, diese Person mit dem Bossmonster. Nachtigall, ich höre der Trapsen und Staatsanwaltschaft. Es kommt nicht von ungefähr, dass ich nicht mehr zur Polizei nach Emskirchen durchkomme. Ja, und zu der nach München nicht. Und auch nicht zur ständigen Vertretung des Freistaats Bayern hier in Berlin. Also, es ist mir so scheißegal, was ich hiermit los trete, mit meinem Fall. Ich lasse mich von euch nicht ängstigen und ich lasse mir von euch mein Leben nicht madig machen. Und wenn ich bis zum Äußersten gehen muss und die ganze Republik nahrisch machen muss und auf meinen Fall aufmerksam machen muss, ihr zerbrecht mir mein bisschen Leben und das meiner alten kranken Mutter an meiner Seite nicht. Ich zerbreche eure Leben. Wann immer, wo immer, wie auch immer. Und wer je auf den Gedanken kommen sollte, wie in dem Video zuvor, hier persönlich bei mir aufzutauchen und eine bedrohliche Situation zu erzeugen gegen mich, also mir physisch nahe treten will oder auch meiner Mutter und mir, ist so gut wie tot. Und das ist keine Drohung, das ist ein Versprechen. So, dann haben wir hier den Alex und dann die Zahl 9802. Alexander Mayer, 25.11.86, 30, deutsch, selbstständiger Webdesigner. Erbe eines großen Vermögens, Geldgeber der NWO. Das wird ihm auch nichts mehr nutzen. Und dann haben wir hier einen, und der ist mir auch schon aufgefallen, der ist auch einer meiner Fake-Abonnenten, einen groß geschrieben, jeweils am Anfang, aber ohne Leerzeichen, Master Versus. Knut Ellenburg, isländisch. Möbel-Entwurfsspezialist bei Ikea. Bekannt durch seine ausgeprägten Anwerbungspraktiken im Kreis der Ikea-Filialen, hat bereits mehr als 30 neue Mitglieder angeworben, Innenausstatter der NWO-Büro-Räumlichkeiten. So, und dann jemand, der mir auch bekannt ist, der auch schon aufgefallen ist bei mir. Roger Klotz und dann Groß-NWO. Und offensichtlich ist das auch irgendwie in sich schlüssig, denn dieser Herr wollte damals, dass ich ihn zurückrufe, wo das alles anfängt. Es handelt sich hier um niemand anderen als um mutmaßlich, sage ich, mit Vorbehalt. Nicht, dass es dann heißt, der Herr Baracker diskreditiert hier Leute und, 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 und beschuldigt Leute, die das aber nicht sind. Aber ich gehe mal davon aus, dass diese Mail hier nicht unauthentisch ist. Warum sollte man sich die Mühe machen? Ja, man kann mich sowieso nicht auf eine falsche Fährte führen. Und wie gesagt, ich lese das auch alles hier unter Vorbehalt. Vorher, ja, ich lasse mich nicht dafür haftbar machen, ob das hier authentische Informationen sind oder Fake News. Das ist Sache der Kripo und von Ihnen, von der Staatsanwaltschaft. Also, Roger Klotz, NWO. Mutmaßlich Volker Bellendorf, alias Knacki Deluxe. 2.08.1970-46. So, und dann haben wir hier auch einen Herrn, der mich als Maske und Mischlingsmaske bezeichnete und als Arbeitsscheu. Und wer meine Videos kennt, weiß, um wen es geht. Johann von Grafenfried. Grafenfried. Der richtige Name ist die Neid. Das Geburtsdatum auch. Die Nationalität auch. Also, der Mann ist unsichtbar. Und ich denke mal, er ist auch eine der treibenden Persönlichkeiten hinter diesem ganzen Schlamassel gegen mich. So, nun wisst ihr Bescheid. So, und das sind jetzt auch erst einmal, oder nein, das sind jetzt definitiv die letzten beiden Videos, denn ich habe wirklich den Kanal jetzt voll. Es reicht mir. Ich stehe kurz vorm Explodieren und dass ich dann meinerseits doch eine unter moralisch-ethischen Gesichtspunkten gerechtfertigte Affekthandlung begehe an jemanden von euch da draußen. Also, hört auf. Ja? Ihr reitet euch immer weiter tief rein. Ich lasse nichts aus, jeden von euch dran zu kriegen. Und ich schwöre mir, bei Gott, meinem Gott, und das ist der Herr Jesus Christus, das lasse ich jetzt hier raus, die Katze aus dem Sack, dass ich dieses Jahr noch dafür sorgen werde, dass der oder die Person, denen ich den SEK-Einsatz zu verdanken habe, für immer weggesperrt werden und nie wieder die Luft der Freiheit atmen. Das schwöre ich mir. Amen. Und jetzt gibt es dann später mal nur noch ein Video, wenn ich das nämlich schriftlich habe, dass dieses fingierte Szenario mit dem SEK-Einsatz und mit dem mir untergeschobenen Totschlagdelikt, ich hätte in der Jugend als angehender Krankenpfleger aktive Sterbehilfe geleistet, wenn das alles vom Tisch ist. Und das werde ich dann hier dokumentieren. Und dann bleiben alle Videos, so wie sie sind, zur Dokumentation, zur Aufklärung, zur Warnung an andere YouTuber unter euch. Und damit euch nicht dasselbe passiert und ihr mal sehen könnt, wie das ist, wenn jemand wie ich Rückgrat besitzt und sich hier nicht klein machen lässt und auch nicht bedrohen lassen lässt. Ihr Abschaum nicht. Ihr Abschaum nicht. So, und wie gesagt, es gibt nur noch ein Video später mal, in dem ich dann dokumentiere, wenn ich mich durchgesetzt haben werde, gegenüber allen euch und auch gegenüber der Justiz, die ich jetzt hier permanent auch auf diese Art und Weise beschäftige und unter Druck setze. Ja, denn das ist kein Bagatelldelikt und das ist kein Kavaliersdelikt. Ich wurde hier telefonisch anonym bedroht. Es wurde inszeniert, dass hier ein Kripo- und SEK-Einsatz bei mir stattgefunden hat. Zwei Tage, nachdem ich Herrn Winkler angezeigt habe. Das ist dokumentiert und beweisbar. Und mit mir nicht. Wie habe ich Ihnen geschrieben, Herr Niemann? In meinem Fall lasse ich nicht zu, dass man den Bock zum Gärtner macht. Das sollten Sie lieber ernst nehmen. Und alles, was ich Ihnen geschrieben habe, neulich, auch. Also, zündelt mal so weiter und dann werden wir sehen, wo und an wem Blut fließt reales. Vor allem gilt das, wenn man mir je zu nahe treten sollte, dann zögere ich nicht eine Sekunde und mache vom Notwehrparagrafen, sprich dem Recht, mein Leben zu schützen und zu verteidigen, Gebrauch. Und dann passiert es eben, was vielleicht passieren würde. Ja? Ich nicht. Ja? Unter sieben Milliarden Erdbürgern habt ihr euch den ultimativ falschesten ausgesucht für euer diabolisches Spiel. Ja? So. Und damit hat sich das. Ich fordere von der Bundesrepublik Deutschland, die sich selbst als demokratischen Rechtsstaat und Sozialstaat definiert und auch gerne so an die Bürger hier verkauft in der Bundesrepublik Deutschland, an Deutsche wie mich, ungeachtet meines Migrationsanteil, der nun mal vorhanden ist. Aber das tut nichts zur Sache. Man hat ja mitbekommen, dass ich nur meine deutschen Anteile auslebe bisher und das bleibt auch so. Und dass ich christlichen Werten folge. Ich fordere von der Bundesrepublik Deutschland und Rechtsstaat und Sozialstaat ein, dass die Farce, mein Fall, an mir und meiner kranken, herzkranken Mutter ganz schnell beendet wird. Ansonsten hole ich die juristische Keule raus und werde auch die Medien im großen Stil einschalten, die Presse. Es reicht mir. Mir steht's bis hier. Nochmal zusammengefasst für die Zurückgebliebenen unter Ihnen da draußen oder die, die das bedienen wollen. Angefangen hat alles mit einer Urheberrechtsverletzung an meinen Videos durch einen mutmaßlichen Herrn Markus Gröhe, Hatebox, der meine Videos, die ich mal hochgeladen hatte, aus dem Kontext gerissen hatte. Ja, und mich als Nazi diffamierte und klapprigem Klabautermann und so weiter. Ich wehrte mich. Scheinbar war dann mein abgefilmtes Video seiner Missetat an meinen Videos die Urheberrechtsverletzung genug, um ihn zurückzudrängen. Das reichte aber nicht. Wenig später, das war alles im Dezember, Ende Dezember rum, tauchte ein Mario-Heinz-Terror-Först, mutmaßlich der uns allen bekannte Rainer Winkler auf, und beschimpfte und beleidigte mich und meine Mutter aufs Übelste. Daraufhin erstellte ich ein Video, und ich weiß genau, welches Video das war, und ich besitze es auch noch, ja, in dem ich vorgab, und jeder gebildete Mensch hätte das erkannt, dass ich nur auf hohem Niveau blöffe, und dass ich keine Waffen besitze, auch nicht außerhalb meiner Wohnung. Ja, und am Ende relativierte ich auch und sagte ja in dem Video, so erinnere ich das noch, dass ich mit der Polizei anrücken würde, und dann ist Schluss mit lustig. Also, ich erhielt am 2.1. hin einen anonymen Drohanruf von mutmaßlich diesem Herrn Rainer Winkler. Er gab mir zu verstehen, dass ich schon längst als Persona non grata in Bezug auf seine NWU-Agenda beobachtet werde, und dass man mein Leben eigentlich delegiert und genau weiß, was ich mache, wie aktiv ich bin, was ich, wo ich mache im Internet, und dass man auch gewillt ist, die Daumenschrauben bei mir anzuziehen, und dass ich immer systemkritisch war und immer dagegen gesteuert habe, was schlichtweg gelogen ist. Wer mich kennt, weiß, wie verzweifelt ich über Jahre und Jahrzehnte bemüht war, aufgrund meines chronischen, aber mich nicht intellektuell stagnierenden seelischen Leidens wieder den Anschluss zu finden. Ja, ich wurde damals 2007 bis 2009 mit einem berechtigten Anspruch auf eine Umschulung. Ich wäre gerne Hauswirtschaftler geworden, abgeschmettert von beiden Rentenversicherungsträger, nach zuvor erfolgten, erfolgreich absolvierten Arbeitstraining in einer Einrichtung. Ja, berufliche Rehabilitation nennt sich das. Ja, und seitdem war ich langzeitarbeitslos wieder und wurde auch nicht selten couragiert von Vertretern des Jobcenters. Also mir ist bestimmt kein Vorwurf zu machen, ich wäre gegen das System bzw. gegen die Gesellschaft und hätte nicht getreulich versucht, den Anschluss zu finden, wieder beruflich und gesellschaftlich. Und dann meinte Herr Winkler auch noch in diesem Telefongespräch, was hier mit Sicherheit noch kursiert, ich habe es inzwischen wieder runtergenommen, dann meinte Herr Winkler auch noch, das Ganze hätte auch eine karmische Dimension. Was für eine karmische Dimension, Herr Winkler? Ja, sie spinnen doch. Wenn jemand geisteskrank und gestört ist und wie nun schon hier auch bewiesen ist, auch einige wirklich paranoid schizophrenische Naturen in ihren Reihen sich die Klinke in die Hand geben, dann sind sie das. Und als sie dann, als ich auflegte nach unserem Gespräch mit den letzten Sätzen, Wenn man mir je zu nahe tritt und mir schön tut oder sonst irgendwie komisch rüberkommt, schalte ich unter Umständen in den Tötungsmodus Notwehr um. Dann riefen sie ja nochmal an, Herr Winkler, das wissen sie, und meinten lakonisch, die NWO wird nie in die Knie gehen. Doch, NWO ist für mich nichts weiter als nie wieder oben. Bullshit. Und ich nehme jetzt den Rechts- und Sozialstaat und die Demokratie, die hier gepflegt wird und hochgehalten wird, in die Pflicht als hier geborener Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Machen Sie die Hufe scharf. Machen Sie die Hufe scharf oder das Ganze eskaliert, wie Sie sich das in Ihren kühnsten Träumen nicht vorstellen werden. Dann werde ich die juristische Keule auspacken und dann wird es richtig, richtig schmutzig. Dann werden Namen genannt. Auch Namen von den SEK-Leuten und Beamten und was sich hier abgespielt hat, nachdem ich Herrn Winkler am 4.1. angezeigt habe, im Abschnitt Tempelhof, Abschnitt 44 bei Frau Hauptkommissarin Breuer, die das Ganze auch nicht ernst nimmt oder hat im Sande verlaufen lassen oder wollen. Und zwei Tage später, am 6.1. rieten Sie, Herr Niemann, wo ich zuerst dachte, Sie wären auf meiner Seite, was dann auch nicht wahr ist, mit Ihren Kollegen und der Frau Dr. Köster hier ein. Und haben meine Wohnung hier auseinandergenommen, haben mich verhört, haben mich wie ein Schwerverbrecher behandelt. Ich saß hier auf meinem Stuhl, gefesselt mit Handschellen und wurde interviewt von Ihnen, musste dann was unterschreiben. Ach, übrigens, Herr Niemann, seit Sie da waren, damals mit Ihren Kollegen am 6.1. Und schwer erkennbar initiiert und inszeniert durch Herrn Winkler oder wem auch immer aus seiner NWO-Klitsche, war meine Bankkarte von meinem Konto weg und die Bankkarte meiner Mutter war weg und meine Mediamarkt-Clubkarte war weg. Und da hake ich auch nach, ein Erinnerungsstück, man ist ja sentimental, aus meiner Zeit, wo ich noch, sagen wir mal, leicht akut seelisch krank war, in den 90er Jahren, das graue, lackierte, bunte, mit eigenen Eintragungen und Zeichnung, magische Tagebuch wurde mir entwendet. Stecken Sie dahinter, Frau Dr. Köstler? Ich will meine Sachen zurück. Ich musste nämlich aufgrund Ihres Besuchs alles wieder neu beantragen und mir neu holen. Meine Bankkarte, meine Mutters Bankkarte und Mediamarkt, also irgendwas stinkt hier im Staat, Dänemark, aber gehörig. Sehen Sie sich alle meine Videos an bei der Staatsanwaltschaft und nehmen die Sie todernst. Ich lasse mich hier nicht verheizen von niemandem. Ich habe in dieser Gesellschaft noch nie etwas verbrochen. Noch nie. Und das wissen Sie auch. Ich bin so langweilig und unspektakulär wie irgendetwas in kriminalistischer und juristischer Hinsicht. Ich fahre ja noch nicht mal schwarz U-Bahn. Mir sind keine Verstöße gegen das BTM vorzuwerfen. Kein Diebstahl, keine Urkundenfälschung, never ever in meinem Leben. Keine Körperdelikte oder sonst irgendwie was. Drogen oder sonst irgendwie was. Oder Betruglug oder sowas. Ganz im Gegensatz von einigen dieser Vertreter hier von dieser NWU-Agenda, wie man ja nun weiß. Also machen Sie die Hufe scharf. Ansonsten platzt die Bombe. Und denken Sie dran. Ich habe, wenn ich das will, Kontakt zu journalistischen Kreisen. Und Sie wissen, was das in letzter Konsequenz für Sie alle bedeutet. Jeden Einzelnen von Ihnen da draußen. Auch den von Ihnen Hatern hier bei meinen ganzen YouTube-Kanälen und die ich hier schon öffentlich gemacht habe. Ja, und vorgelesen habe. Also, zieht euch zurück von mir und meiner Mutters Leben. Ansonsten werdet ihr alle eures Lebens nicht mehr froh. Wenn es so sein soll, dass ich der Prüfstein bin für die Stadthaftigkeit und Rechtschaffenheit dieses Landes, auch im juristischen und gesellschaftlichen Kontext, bitte. Wie sagte Mark Twain einmal? Es gibt zwei wichtigste Tage im Leben eines Menschen. Der erste Tag ist der, an dem man geboren wurde. Und der zweite Tag ist der, an dem man weiß, warum man hier ist. Also, weg aus meinem Leben, aber ganz schnell. Und wenn Sie bei der Staatsanwaltschaft sich weiter so ausmehren, besuche ich Sie bald. Und Sie werden mich nicht abwimmeln. Außerdem kriege ich auch noch meine eine externe Festplatte, die ich Ihnen ausgehandelt habe, zurück. Ich habe nichts zu verschenken. Das Ganze ist auch eine sehr kostspielige Sache bisher für mich gewesen, nachdem ich mal zwei Festplatten holen musste, um Beweismaterial zu sichern, auf Basis dieser Videos und was mir auch zugespielt wurde, Informationen von einigen YouTubern, die noch sich ihr Menschsein bewahrt haben, im Gegensatz zu diesen Bafo mit Jüngern und diesen irren und fehlgeleiteten, kranken und perversen Leuten. Nehmen Sie sich mein 60 Minuten Video zum Beispiel. Ja, ich bin nicht der Einzige, der terrorisiert wird. Bin ich aber der Einzige, der wirklich Rückgrat hat, einen Arsch in der Hose? Warum lassen sich Tausende das gefallen von diesen Winkler und Co.? Warum marschiert ihr da nicht mal geschlossen hin und reitet da ein? Ja, und nehmt sein Leben auseinander, gesellschaftlich, juristisch. Ja, warum schaltet sich nicht der Staatsschutz ein? Oder ist es schon so weit, dass schon alles unter der Krake NWO hier fungiert? Welche Rolle spielt O2 bei dieser ganzen Farce, dass ich seit diesen anonymen Anrufen von ihm, dem Herrn Winkler und etwas später von diesem Kopfnuss-Kalli Karl-Heinz Hess aus Köln, diesem Krüppelpisser, der meinte, er würde Geld dafür kriegen, mir die Augen auszudrücken von Rainer Winkler und so weiter. Warum komme ich nicht mehr durch zur Polizei nach Emskirchen? Oder nach München? Und noch nicht mal hier zur ständigen Vertretung des Freistaats Bayern. Das stinkt doch zum Himmel! Wacht mal da jemand auf in der YouTube-Gemeinde und hört auf, euch selbst zu feiern und zu inszenieren. Mit eurem Make-up-Scheiß und sonst was und üblichem Mist und blablabla. Nutzt ihr mal YouTube wirklich sozial und auch gerechtssozial, wenn ein Bürger wie ich, der sich im Wesentlichen nichts hat zu Schulden kommen lassen, der sich nur gewehrt hat, so in die Schusslinie gerät, könnte auf YouTube mal bitte dafür sorgen, dass diese Farce aufhört und selbst juristisch tätig werden? Oder muss ich auch YouTube vor Gericht ziehen? Die Verantwortlichen von YouTube Deutschland. Ist es schon soweit, ja? Ist es schon soweit? Ja? Cybermobbing. Ich gebe euch Cybermobbing. Und wenn mir je einer von euch real physisch unter die Augen kommen sollte und sich mir zu erkennen geben sollte oder polarisiert, provoziert, mich reizt oder anmacht, dann wird er für den Rest seines Lebens gezeichnet sein. Das schwöre ich euch. Auch wenn ich nicht so ein Kreuz habe, aber ihr habt keine Ahnung, was für mörderische körperliche Kräfte ich entwickeln kann. Ja? Also, weg aus meinem Leben und zwar ganz, ganz, ganz schnell und Staatsanwaltschaft und Polizei. Ja? Rapido, rapido, ganz schnell, ganz schnell meinen Fall, so wie er sich zu entwickeln hat, aufklären. Glauben Sie allen Ernstes, meine Damen und Herren von der Justiz, dass das nicht Ihrem Ruf schadet, wenn viele oder einige hier in der Bundesrepublik Deutschland und oftmals nicht zu Unrecht monieren, es wird oftmals mehr Täter als Opferschutz betrieben? Das geht doch in die Richtung, habe ich recht, aber nicht auf meine Kosten und auf Kosten meiner kranken Mutter, die das auch ziemlich mitnimmt. Ja? Ich sage Ihnen, wie es ist. Wenn das nicht bald für mich ausgestanden ist und wenn dieser Hexensabbat, der gegen mich hier inszeniert wird, nicht zum Erliegen kommt, werde ich juristisch und auch medial erst richtig permanent aggressiv offensiv gegen Sie alle vorgehen. Ja? Mich kostet das nur ein müdiges Lächeln. 10 Euro Prozesskosten bei Hilfe, gemessen an meinem sozialen Status. Und einen fähigen Anwalt und dann geht es rund, dann geht es ans Eingemachte. Vielleicht sieht das ja auch ein Anwalt oder auch ein Integra, aufrichtiger Staatsanwaltschaft, der vielleicht nicht korrumpiert ist in diesem Land, in der Bundesrepublik Deutschland und schlägt sich auf meine Seite. Oder ein netter Herr oder eine Frau Polizist oder Polizistin, die das auch gar nicht so gut findet, dass vielleicht sogar in ihren eigenen Reihen mutmaßlich, und das mit ziemlicher Sicherheit, dunkle Persönlichkeiten mit obskurer Gesinnung, Kollegen da involviert sind, sei es hier in Berlin oder auch im Bayerischen, und findet das gar nicht gut. Weil diese Kollegen von Ihnen, meine Herren von der Polizei, verraten das, wofür sie stehen, wofür sie täglich ihren Kopf hinhalten. Wie können sie mit solchen Kollegen zusammenarbeiten und wirken, wo sie vielleicht wissen oder ahnen, dass die den Menschen zu widerlaufenden Philosophien frönen. Ja, dass sie es mehr mit Teuflischkeit als mit Göttlichkeit haben. Ja, und für etwas stehen, was wir hier doch eigentlich auf der Welt bekämpfen und ausmerzen müssen. Und ich spreche nur jetzt aber auch speziell hier von Deutschland. Hat dieses Land noch nichts begriffen? Von vor über 70 Jahren? Ja, ist das das neue Gesicht des Faschismus, der uns hier langsam alle vergiftet? Wissen Sie, ich will nichts beschönigen. Alles ganz schlimm mit NSU und hier auch IS-Terror und so weiter. Aber glauben Sie mir, im Vergleich zu diesen Monstren ist so manch einer von diesen eben genannten Leuten aus diesem Spektrum noch fast ein Waisenknabe. Ja? Diesen Leuten ist doch nichts heilig. Ja? Die geben auch nicht eher Ruhe, bis man sie entweder wirklich totgeschlagen hat oder für mehrere Jahre in den Knast gebracht hat oder was, denke ich mal, bei 80, 90 Prozent eher angezeigt, wäre in die forensische Psychiatrie gebracht hat. Die gehen über Leichen. Sie dürfen nicht vergessen, meine Damen und Herren, das steht alles im Kontext zueinander. Das, wofür diese NWO-Monsteren stehen. Das geht Hand in Hand mit Prostitution. Das geht Hand in Hand mit pädophilen Kreisen und Zirkeln und Kinderpornografie. Ja? Und Mord und Totschlag und Erpressung und so weiter. Und so was lassen Sie hier zu? So was lassen Sie hier zu? Sie kennen alle meine Videos, verdammt nochmal. Sie wissen, wie groß die Not bei mir ist, die innere und auch bei meiner Mutter. Ja? Und dass ich dann in meiner Verzweiflung auch mal so ein Video mache, wollt ihr leben und die Leute da von der Liste vorlese, die mir zugespielt wurden, aber am Ende dann auch noch relativiere oder ich bringe euch alle in die Forensik, ist doch wohl menschlich nachvollziehbar. Ja, denken Sie, ich halte nichts von mir oder meinem Leben und schmeiße es einfach so weg oder lasse zu, dass man es kaputt macht? Mein Leben ist schon eine faste Tümpur ohnehin, aber jetzt ist Schluss. Jetzt sage ich bis hierhin und nicht weiter. Und Sie, Herr Winkler, Sie nicht. Ihr elektrischer Zaun, wenn das mal so ist und Ihre Mauer und Ihre Kameras würden nicht dafür sorgen können und Ihre Finesse und Bauernschleue mir weiter zuzusetzen und Ihre Kontakte, wohin auch immer, wie Sie am Telefon großspurig mir gegenüber formulierten, nützen Ihnen auch nichts mehr. Wenn alle Stricke reißen, mache ich die Justiz hier scharf, dass ich in Begleitung eines integren Polizeibeamten oder Kriminalbeamten zu Ihnen runter nach Bayern komme und dann werden Sie mit mir persönlich konfrontiert, Herr Winkler. Ja, und dann war es das mit Ihrer Existenz, mit Ihrer gesellschaftlichen. Ja, und dann geht ihr alle hoch wie ein Zäpfchen. Ja, jeder einzelne von euch. Wetten, dass ich das bringe? Und ich lasse auch keine Ruhe. Irgendein anständig gebliebener, egal ob Christ oder Moslem oder Agnostiker oder Atheist, aber auf jeden Fall nicht Satanist im Herzen, Polizist oder Polizisten würden sich schon finden. Ja, aufgrund von Veranlassung, nach Bayern runterzufahren und die Sache juristisch, gesellschaftlich und auch persönlich zu klären. Und denken Sie daran, meine Damen und Herren, der Freistaat Bayern ist offensichtlich nicht frei von Makeln. Erinnern Sie sich an meine Videos, in denen ich moniere, beziehungsweise kritisiere, dass O2 mit Hauptsitz in München damit in Verstreckung ist. Ja, dass bei O2 auch offensichtlich eine undichte Stelle ist oder eine dazugehörende Stelle. Dass ich kontinuierlich nicht mehr zur Polizei nach Neustadt, Emskirchen, wo Rainer Winkler ja wohl bekannt ist, durchkomme. Und auch nicht zur Polizei nach München und noch nicht mal hier in Berlin zur ständigen Vertretung des Freistaats Bayern. Da müssen doch bei Ihnen die Alarmglocken klingeln, dass hier was faul ist im Staate Deutschland und nicht Dänemark. Festgemacht an meinem Fall. Ja, glauben Sie denn allen ernstes, ich hätte mir je so etwas gedacht, aufgrund meines Videos seiner Zeit, wo ich auch relativiere? Das ist eine ganz miese Tour, die man hier fährt. Und man denkt, man kann an mir und auch an meiner armen alten kranken Mutter ein Bauernopfer zelebrieren. Haben wir wieder ein Kleingekrägt. Ja, NWO wird nie in die Knie gehen. Sie werden in die Knie gehen. Sie werden systematisch an mir zugrunde gehen. Jetzt beginnt der mediale und auch der öffentliche Blitzkrieg gegen Sie alle von meiner Seite aus, gegen Sie. Ja, das werden Sie nicht heil überstehen. Ja, und wenn ich bis zum Menschengerichtshof nach Den Haag gehen muss, mal jetzt so fiktiv formuliert, um mich gegen Sie und vielleicht sogar gegen die Bundesrepublik Deutschland durchzusetzen, wenn das hier wurmstichig ist, das System. Ja, denn die Frau Breuer damals, die meine Anzeige gegen Sie, die Herrn Winkler entgegengenommen hat und die wusste offensichtlich schon mehr, als sie auf ihrem PC guckte, konnte sie mir nicht in die Augen dabei gucken, als sie sagte oder fragte, ob wir schon hier NWO infiltriert sind. Sie meinte bloß dann so, nee, das ist noch nicht so. Ha, da hat sie wohl gelogen, die Gute. Und richtig weiter bearbeitet hat sie meine Anzeige gegen Sie, Herr Winkler, auch nicht. Ja, aber damit ist das jetzt ja wieder, wie sagt man, hinfällig und wieder hier brandaktuell. Also, bei den seriösen Vertretern der Justiz, macht die Hufe scharf, meine Geduld ist erschöpft. Meine Geduld ist endgültig erschöpft. Und raus aus meinem und meiner Mutters Leben. Ansonsten werde ich eure Leben systematisch ad absurdum führen und zerstören. Mich führt man hier nicht vor. Ich bin nicht vor 50 Jahren dazu geboren worden, von Anfang bis Ende mich hier von der Gesellschaft und von meinen Mitmenschen oder Teilen der Mitmenschen vorführen zu lassen. Und meine Mutter führt man auch nicht vor. Offensichtlich haben sie keine guten Eltern oder stammen nur aus zerrütteten Familien. Hätten sie auch nur ansatzweise so eine gute Mutter wie ich, würden sie genau dasselbe tun und nicht nachlassen. Also, in die Gänge kommen. Ansonsten geht es weiter und wird immer schlimmer für jeden Einzelnen von ihnen. Sie nicht. Sie nicht. Wie sagt man hier in Berlin, da hat der Zimmermann das Loch gelassen. Ja. Es ist erbärmlich. Sie stellen sich so ein Armutszeugnis aus für das, was sie sind und wie sie sich hier über das Medium Internet verkaufen und wie sie Leute terrorisieren und versuchen, Unfrieden und Gefahr in deren Leben zu bringen. Und glauben Sie mir, sehen Sie meine braun-schwarzen Augen. Ich gebe nicht eher Ruhe, bis derjenige, ob das Winkler ist oder jemand, der von ihm beauftragt wurde, ich gebe nicht eher Ruhe, bis derjenige in der Forensik ist oder im Knast, dem ich den SEK-Einsatz zu verdanken habe. Merken Sie sich das. Niemand hat Macht über mein Leben. Niemand und Gott so wie ich ihn kennengelernt habe in meinem auch nicht immer leichten Leben und Lebensweg ist auf meiner und meiner Mutterseite. Und Sie kriegen früher oder später all das für Ihre Missetaten an Mitmenschen. Sie werden früher oder später Ihres Lebens nicht mehr froh. Bei Ihnen reitet demnächst die Kripo und das SEK ein. Aber sowas von. Sie werden auf Ihren Geisteszustand untersucht, ob Sie noch ganz zurechnungsfähig oder nicht in einem Anflug von religiösen Wahn und so weiter und perfiden Menschen und Weltbild weggesperrt gehören. Und so wird es kommen. für jeden Einzelnen von Ihnen. Sie haben sich hier die falsche Person für Ihr perfides Spiel ausgesucht. Die Grundverkehrte. Also mein Angebot steht Integra der Rechtsstaatlichkeit Deutschlands und der Demokratie verpflichteter Polizist und ich bin dabei. Wir können nach Bayern fahren und dann das Ganze unter juristischen Gesichtspunkten auch innerhalb einer Verhandlung von mir gegen Herrn Winkler und so weiter dort klären. Kein Thema. Habe ich kein Problem damit. Keine Angst. Und außerdem dieser Herr Winkler Sie bestätigte mir das ja auch am Telefon bei unserem 23-minütigen Gespräch ja dass der Freistaat Bayern als solches da schon richtig schön vergiftet und infiltriert ist von euch. Und das sollte der hohen Herrenpolitik und auch unserer Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela Merkel und den Linken und der AfD und so weiter und sonst wie in den Grünen der SPD doch zu denken geben. Ja welche Dimension das hier inzwischen annimmt. Ja offensichtlich will der Freistaat Bayern sein eigenes schmutziges Süppchen kochen und dann bedenke man auch die Historie es kommt nicht von ungefähr Adam Weishaupt war Bayern Illuminati klingelt's also wie sagte schon Goethe warum in die Ferne schweifen wenn das ich sage es mal abgewandelte Böse liegt so nah also macht mal die Hufe scharf ja und sorgt dafür dass ich hier ganz schnell aus der Schusslinie komme ansonsten schieße ich hiermit 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 und juristisch bis zum Abwinken es kann sogar sein dass ich derjenige bin der so manch einen von euch in den Verzweiflung Suizid treiben wird aber da braucht man keine Gewissensbisse zu haben ja es trifft keine guten Menschen keine guten menschlichen Wesen sondern abgrundtiefässliche Monstren die irgendwann ihre menschlichen Anteile im Laufe ihres Lebens verworfen haben oder abgetötet haben durch was auch immer also pronto ja und das ist jetzt auch erstmal das letzte Video wirklich das letzte Video und ich werde erst wieder ein Video hochladen wenn ich in allen Punkten rehabilitiert bin und wenn auch meine genommenen Finger abdrücke die Fotos die von mir gemacht wurden und auch die Speichelproben die ich bei Ihnen am 18.1. im Beisein meiner Mutter abgeben musste Herr Niemann vernichtet wurden ich lasse mich hier nicht als Kriminellen stigmatisieren aufgrund dieser ganzen inszenierten Farce das fordere ich ein und ich hoffe dass der Zufall es bringt dass Sie das bald mal sehen dieses Video persönlich an Sie gerichtet denn es tut mir leid Herr Niemann ich muss es sagen wie es ist Sie gehören leider dazu vielleicht sind Sie sich dessen noch nicht mal richtig bewusst aber Sie gehören dazu sonst hätten Sie auf Basis dieses meines wollen Sie leben Drohvideos was ich seinerzeit fabriziert habe mit dem relativierenden Endsatz der das Ganze wieder entkräftet oder Sie kommen alle in die Forensik wo ich die Leute vorgelesen habe dann hätten Sie da nicht wieder was auf den Weg gegen mich gebracht ja ich musste auch meiner Mutter das klar machen dass Sie ganz bestimmt nicht auf meiner oder meiner Mutters Seite sind Herr Niemann ja sondern eher ein willfähriger Protagonist dieser ganzen Maschinerie aber egal wo gehobelt wird fallen Späne und wenn die Polizei zumindest hier in Berlin ansatzweise teilweise sich gerne instrumentalisieren lässt von Menschen mit einer jeglicher Menschlichkeit entfernten Philosophie im Gepäck ist das eine interne Sache die ihr unter euch klären müsst ob ihr solche schwarzen Schafe in euren Reihen duldet oder auch euch noch schützend davor stellt aber in meinem Fall wird das nicht klappen weil ich mir was wert bin ja und mein Leben das was davon noch übrig bleibt und bleiben wird also auf meinen Kosten macht man nicht den Bock zum Gärtner merkt euch das alle so und nun erwarte ich bald mal anständige und vor allem positive Post denn ich habe euch alles auf dem Silbertablett serviert was menschlich möglich war aufgrund meiner eigenen Recherche aufgrund von Informationen die mir zugespielt wurden und die als authentisch zu erachten sind nun macht mal bei der Staatsanwaltschaft ja es brennt ja ihr möchtet nicht unter solch einem ständigen psychologischen Druck euer Leben weiterhin bewältigen ja mit sowas im Nacken ihr nicht ihr würdet gleich die besten Anwälte anschalten oder gleich juristisch oder auch kriminaltechnisch polizeimäßig Himmel und Hölle in Bewegung setzen um euch und eure Lieben zu schützen merkt euch das mal ja so weit kommt's noch hab mir nie was zu Schulden kommen lassen im Leben und jetzt das jetzt das und werde hier bewusst kriminalisiert und vorgeführt nee nee Herr Winkler ich breche Ihnen gesellschaftlich das Genick und wenn es dumm läuft für Sie und Sie können davon ausgehen dass die Staatsanwaltschaft das auch alles hier sieht denn ich habe zweimal dafür gesorgt und nochmal explizit darauf hingewiesen dass man diesen YouTube-Kanal Staatsanwaltschaft Beschäftiger als Angehöriger der Polizei oder Staatsanwaltschaft Berlin oder wo auch immer wahrnimmt und diese Videos hier von mir alle sieht also wie heißt es beim Roulette rien ne va plus in dem Sinne so hier noch ein kleiner Nachtrag in eigener Sache im Fall im Fall Rainer Rinkler und Konsorten eine klare Ansage an unsere Justiz und auch an die Staatsanwaltschaft Berlin und vielleicht auch an die Staatsanwaltschaft Bayern wenn da noch nicht alles verloren ist in dem Freistaat ich fordere von Ihnen ein die mit meinem Fall betraut sind und an meinem Fall nicht vorbei können und das auch nicht im Sande verlaufen lassen dürfen und auch nicht werden ich werde weiterhin Druck ausüben hier in der Öffentlichkeit ob Sie alle mit Beteiligten ich fordere von Ihnen ein dass Sie rekonstruieren und recherchieren und das ist kein Problem im Zusammenspiel mit dem sowieso davon auch Betroffenen und wie sagt man korrumpierten Unternehmen Motto wie ich hier bewiesen habe ihr wisst ja ich komme nicht mehr durch nach Bayern durch Emskirchen Neustadt und auch nicht nach München und nicht mehr zur Stellung Vertretung Berlin und auch mit der Telekom ich fordere von Ihnen ein zu rekonstruieren und das Originalvideo liegt Ihnen ja auf meiner Ihnen ausgehändigen Festplatte vor das Gespräch mit Rainer Winkler circa 23 Minuten von wo aus angerufen wurde und wer diese Person ist und ob diese Person auch wirklich identisch ist mit Rainer Winkler ja dasselbe gilt für den später erfolgten im Laufe des Februars ich glaube es war der 17.2 Drohanruf hier Augen ausdrücken und so weiter Kopfnuss Kali Mutmaschlich Kali Hanses aus Köln das kann alles rekonstruiert werden die technischen Möglichkeiten sind gegeben und ich will Ergebnisse denn diese Herrschaften werden Tribut zollen bis an ihr Lebensende ja eher gebe ich da auch keine Ruhe ja und sagen Sie mir nicht das geht nicht es geht alles unmöglich gibt es nicht ja die Technik ist ja wohl so weit inzwischen dass man sowas rekonstruieren kann ja anhand von Anrufen und die getätigt wurden oder wo angerufen wurde denken Sie daran am 2.1. ja nahm das seinen verhängnisvollen Verlauf am 2.1. zwischen 21 über 30 21 über 45 mag es gewesen sein oder 21 über 20 so in etwa das weiß ich nicht mehr so genau klingelte hier das Telefon hartnäckig und Herr Winkler war dran und das Video kennen Sie ja dazu und am ca. 17.2. dasselbe Spiel nochmal mit 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 Kopfnuss Kali und der Drohgebärde man solle mir die Augen ausdrücken man hätte Geld dafür geboten bekommen von Rainer Winkler hier also Sie können das alles herausfinden Sie können das alles herausfinden wer wann wo von wo aus angerufen hat und welche Person und Identität sich dahinter verbirgt und Sie haben auch die Pflicht dazu es ist ja nun weiß Gott nichts passiert ja nicht nichts passiert in meinem Fall das fordere ich ein klare Ansage und wenn Sie versuchen sollten von der Justiz und Staatsanwaltschaft das Ganze hier ad acta zu legen ja oder mir sogar noch eine ungünstige Prognose unterschieben und unterjubeln wollen da möchte ich nicht in Ihrer Haut stecken ja auch bei der Justiz und Staatsanwaltschaft ja glauben Sie jemand wie ich der sowieso von euch allen über Jahre und Jahrzehnte zum Verlierer geformt wurde ich habe den Rücken frei ja ich brauche kein Blatt vor den Mund zu nehmen und ich brauche mich auch nicht gegenüber dieser Gesellschaft zu rechtfertigen die Gesellschaft muss ich mir gegenüber rechtfertigen ja in dem was sie zulässt und was sie hier in diesem Land unterstützt und was offensichtlich etliche Leute hier im Land in der Bundesrepublik Deutschland betrifft dass die das nicht erfassen können was für eine Dimension und was für Kreaturen hier neben uns und unter uns leben und was die hier anrichten im Leben anderer nehmen Sie dieses eine Video in dem mein anonymer Freund mir sagt es werden zigtausende terrorisiert durch Winkler und Konsorten das hat aufzuhören also 2.1.2017 Drohanruf Einschüchterungsversuch des mutmaßlichen Rainer Winklers aus Altschauerberg 8 in Emskirchen 23-minütiges Gespräch stimmt das kam der Anruf wirklich aus Bayern wer hat angerufen von welchem Anschluss das werden sie mir sagen und mitteilen müssen und dasselbe gilt für Kopfnusskalli Karl-Heinz Hess ca. am 17.02 das können Sie hier auf den Videos recherchieren wann das genau war oder war es der 21.02 Drohanruf Einschüchterungsversuch man hätte Geld dafür geboten bekommen einen Auftrag mir die Augen auszudrücken ja und Rainer Winkler wäre der Initiator dessen gewesen jetzt habe ich euch und ihr von der Justiz müsst jetzt aktiv werden ihr müsst jetzt rotieren das kriegen im Laufe der Wochen und Monate Tausende und Millionen mit hier in der Bundesrepublik Deutschland so und das war es jetzt auch in der Kürze die Würze und daτι wir gehen auch in der Kürze und das war es und das war es das war es und das war es war es und das war es die Tür das war es wie das war es Beweis, meine Damen und Herren von der Staatsanwaltschaft, auch in Bayern, ich habe eben versucht, wieder in Neustadt zuständig für Emskirchen bei der Polizei anzurufen. Ich komme nicht durch. Die Durchwahl ist normalerweise 091 6188530. Vielleicht interessiert sich jetzt auch mal langsam der Staatsschutz für diesen Fall, diesen individuell und dann doch irgendwie brisanten Fall in Bayern. Oder ist das nur bei mir so, an meiner Leitung, dass man mich da dauerhaft blockiert? Ihr habt jetzt ein Problem, ja, in einem Abschnitt in Neustadt zuständig für Emskirchen. Ihr werdet euch erklären müssen, vielleicht auch vor der Presse. Ich wollte nämlich einen Kollegen fragen oder beziehungsweise ankündigen, dass ich Herrn Rainer Winkler, mutmaßlich, der da ja schon bekannt ist, in den Knast bringen werde oder in die Forensik. Aber ist ja nicht möglich auf diesem Wege, also geschieht das so. Also, liebe YouTube-Gemeinde, zynisch-sarkastisch formuliert, da ist was dran. Ich habe unbewusst in ein Wespennest gestochen. Aber egal. Wird alles bald ad acta gelegt sein. Also merken Sie sich das. Der Herr Baracker kommt nicht durch nach Neustadt zur Polizei unter der 091-6188-530. Weiter geht's. Ja. Ja, Herr Winkler, was gibt's denn? Geht das weiter mit Ihren Drohgebärden? Ja. Ja. Wie bitte? Nochmal, ich habe akustisch eben nicht verstanden. Ich wehre mich gegen das Unvermeidliche. Nichts ist unvermeidlich auf dieser Welt. Vor allem nicht das Gute, Herr Winkler. Ja, also lassen Sie mal schön die Kirche im Dorf. Was haben Sie davon? Was haben Sie davon? Nennen Sie das nennenswerte Lebensqualität, die Sie sich da aufbauen? Andere Leute, andere Leute zu bekriegen, zu bedrohen? Kommen Sie sich nicht lächerlich vor? Ja, aber es stellt schon einen Akt der subtilen Bedrohung dar, dass Sie mich hier plötzlich anrufen, obwohl ich nicht im Telefonbuch stehe, sondern ich bin O2-Kunde. Ja, und meine Nummer ist nicht preisgegeben. Also das spricht schon dafür, dass Sie wirklich irgendwelche Kontakte, dubioser Arten und wohin auch immer haben. Und Sie sind kriminell. Sie gehören in die forensische Psychiatrie. Sie gehören raus, entsorgt aus der Gesellschaft. Und ich werde auch nochmal nach Emskirchen durchkommen. Da komme ich momentan nicht durch, seltsamerweise. Und werde das nochmal aufarbeiten mit dem Beamten dort. Also, dass man sie ganz schnell abholt von zu Hause und einweist. Und zwar für den Rest Ihres Lebens. Und Ihre Hintermänner, Ihr Friedi Miller und Kopfnusskalle, wie mir gesteckt wurde, wer immer diese obskuren Figuren sind, dass ich nach denen suchen soll, das mache ich natürlich nicht. Ich habe Besseres zu tun mit meinem Leben. Stehen auch auf der Abschlussagenda. Ja? Ist das deutlich genug? Ich kämpfe nicht gegen Windmühlen. Ich bin nicht Donkeyshot von La Mancha. Ich bin ein Mann, der durch die Hölle, durch eure teuflische Kraft gegangen ist. Mir kann man nichts mehr anhaben. Ich bin gefeit. Ich bin gefeit. Und das Video habe ich jetzt wieder gelöscht. Ich will Ihnen ja keine bösen seelischen Schmerzen in Ihrer schwarzen Psyche bereiten. Was ich wirklich bin nach meinem Leben. Für Ihre gehörte Kraft und für alle, die Ihr frönen. Ja? Ich habe Erbarmen in gewisser Hinsicht mit Leuten, mit Wesen wie Ihnen. Verstehen Sie das? Verstehen Sie das? Also, lassen Sie mich in Ruhe. Leben Sie Ihr Leben. Das Ding ist gegessen. Und das wird ja auch alles hier dokumentiert. Und das ist dann auch ein Warnung für alle Trolle. Egal, ob Sie zu irgendwelchen Teufelszirken gehören oder auch nicht. Und die sich ein Späßekind draus machen, andere Leute zu bedrohen und zu verundimpfen. Sie haben doch eine Mutter. Haben Sie eine Mutter, Herr Winkler? Die Rita heißt Ihre Mutter. Und haben Sie ein gutes Verhältnis zu Ihrer Mutter? Ein enges. Ihre Mutter ist eine Schlampe. Und meine Mutter ist für mich eine Heilige. Die ist mit mir durch die Hölle gegangen. Mein muslimischer Vater hat damals gesoffen, hat sie verprügelt. Ich wurde auch traumatisiert dadurch. Ja, dann wurde ich damals noch, wie ich in einem Video hochgeladen habe, was ein spiritueller Fakt ist, in Marokko im fünften Lebensjahr besessen gemacht. Ich hatte 30 Jahre einen Dschinn an der Backe, so wie er auch in den Hadithen im Koran beschrieben wird. Das ist Fakt. Und wurde dadurch stigmatisiert und war nie in meinem Leben froh und glücklich. Und habe den dann überwunden mit Mitte 30 und habe versucht, mein Leben mühsam wieder zusammenzuschustern. Verstehen Sie das? Verstehen Sie das aus Ihrer Richtung kommen, auch wenn Sie der Kraft dienen, die mir das alles eingebrockt haben? Haben Sie noch so ein Restfunken von Menschlichkeit in sich? Menschliche Regung, Empathie für andere Mitmenschen, Herr Winkler? Antworten Sie bitte. Das dachte ich mir. Ich habe es im Video auch erwähnt. Der Freistaat Bayern ist auch Illuminati-Staat. Naja gut, dann ist es sowieso vorbei mit der Bundesrepublik und wohl auch mit der EU. Dann können wir uns an die Versklavung durch die NWO und den RFI-Schöp wohl dran gewöhnen. So wie Sie das ja beabsichtigen, oder? Einsehen? Einsehen? Wissen Sie, ich bin wirklich kein Selbstmörder. Ich hänge an meinem bisschen Leben, so erbärmlich, wie es von Ihrer gehörten Kraft auch gestaltet wurde. Aber denken Sie daran, wenn ich tot bin. Und wenn es mir vergönnt ist und vielleicht göttlich ist, dafür sorgt, dass ich auch noch von meiner kranken Mutter Abschied nehmen kann. Und so wie ich dann auch Jahre später, wenige Jahre später, und das können Sie nicht erfassen, wann ich nach meiner Mutter auch ins Grab steige, freiwillig ohne Hand an mich legen zu müssen. Als besonders spezielle Wesen kann man jederzeit aus dem Leben gehen, das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen, Herr Winkler. Und dann ist Tabula rasa, dann wird die Schlacht eröffnet. Und Ihre gehörte Kraft sollte sich jetzt schon mal ernsthaft in Erwägung ziehen und überlegen, ob Sie besser nicht dieses Sonnensystem samt Ihnen, der Brut auf Erden, ganz schnell verlässt, bevor ich tätig werde nach meinem Leben. Und das ist todernst gemeint. Ja, also unterschätzen Sie mich nicht. Unterschätzen Sie mich nicht. Ihre Entität und ich sind bestens vertraut miteinander. Wir wissen, was wir voneinander zu halten haben. Und er weiß zutiefst, was er mir ganz tief angetan hat und meiner Mutter. Ja. Ich unterschätze Sie nicht. Ich weiß, ich weiß, wenn Sie wollen, können Sie mein Leben noch trister gestalten, als es ohnehin schon ist. Aber davor habe ich keine Angst. Ich habe ja jetzt Öffentlichkeit geschaffen mit diesen Videos. Und wenn öffentlicher Druck oder die Öffentlichkeit, die öffentliche Meinung von vielen Millionen guten Menschen oder auch Milliarden auf der Welt mit ins Spiel kommt, habt ihr das nicht mehr so einfach. Ja, an jemanden ranzukommen oder jemanden plötzlich verschwinden zu lassen oder in die Klapse einweisen zu lassen. Wir kennen ja eure Spielchen und eure Tricks. Ihr habt ja überall in allen Schichten der Gesellschaft, in Politik, in Wirtschaft, in Medizin, in Handel und Wandel habt ihr ja eure Leute, eure Strohpuppen und mehr. Was ist denn das für ein perfides System? Was ist denn, Herr Winkler, das für ein perfides System, das auf Ausbeutung der Menschen und ihrer Talente angewiesen ist? Wie erbärmlich ist das denn? Gucken Sie mal, diese sogenannten, ich denke mal, das wird auch stimmen, ein Prozent, denen die Welt gehört, Herr Winkler. Ja, und das Vermögen und so, egal ob das dieser George Soros ist, der wohl ein verbitterter alter Jude aus Ungarn ist, der die ganze Menschheit hasst oder auch mal mutmaßlich, denke ich mal, Bill Gates von Microsoft und andere Größen milliardenschwer. Was habt ihr davon? Fühlt ihr euch wirklich so reich, wie ihr es materiell seid, innerlich, oder seid ihr nicht einsam? Ihr seid doch Gefangene, selbst Gefangene dieses Systems, das ihr erschaffen habt für euch und den Rest der Welt. Verstehen Sie das? Was? Das ist Ansichtssache, ich weiß, ich weiß, Sie sehen das ganz anders. Ja, ich bin doch auch belesen, ich habe mit 18 auch alles studiert, ich habe Krauli gelesen, lieber Alvelegis und, 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 na, wie heißt es, Aiwas und alles sowas. Ich kenne den ganzen Schmuh seit meinem 18. Lebensjahr und dann bin ich aber zur Alchemie gewechselt, weil die besser für mich war und habe das 20 Jahre betrieben, ja. Ja, aber das bringt nichts, das bringt nichts. Wir müssen zusammenrücken im Kollektiv auf diesem Planeten. Wir dürfen uns nicht gegenseitig zerfleischen und ausrotten, ja, und, und bekriegen und, 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 und Habsucht und Gier und Wollost und, und die bekannten biblischen Todsünden in die Welt streuen. Das bringt nichts, Herr Winkler. Am Ende bezahlen wir alle, Sie sitzen alle, wir sitzen alle im selben Boot. Oder habt ihr irgendwo unsichtbare Raumschiffe, wenn hier alles verwüstet ist, dass ihr entkommen könnt mit euren Erfüllungsgehilfen und euren Spezies. Ist das so? Darauf können Sie mir keine Antwort geben, ja, sehen Sie. Darauf können Sie mir keine Antwort geben, ja, weil es wahrscheinlich nicht so ist oder vielleicht auch noch irgendwelche Paralleluniversen oder Welten eine Rolle spielen oder irgendein Schmuh, ja, was dann vielleicht gar nicht mal so Science Fiction ist. Aber egal, das ist alles, das ist alles Hanebüchner, Kokolores, wenn Sie mich fragen, ja, gucken Sie mal. Es tut mir für Sie als Mensch, als Individuum und ich attestiere Ihnen, dass Sie auch noch so was wie menschliche Gefühle haben. Sie sind auch mal frustriert in Ihrem Leben oder sind vielleicht ein bisschen deprimiert oder traurig oder haben das bis heute nicht verarbeitet, dass Sie mit Ihrer Mutter so gebrochen haben, ja, weil sie eine Schlampe ist, wie Sie sagen, diese Rita, ja. Ja, aber trotzdem, man kann doch trotzdem Mensch bleiben, ja, und auch Empathie für andere Menschen, die es vielleicht nicht so gut geht, entwickeln und nicht wie Olympia-mäßig sich daran ergötzen, andere niederzumachen, ins Unglück zu stürzen. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe Ihre tiefen inneren Beweggründe nicht, Herr Winkler. Nein, ich kann nicht hinter den Vorhang schauen. Trotz allem bin ich letztendlich ein... Also Sie stehen auf der richtigen Seite und ich bin ein Störfaktor, der jetzt immanent präsenter wird, der Ihnen einen Strich durch die Rechnung machen will, sagen Sie. Ja, aber das ist doch alles Ansichtssache. Was ist denn aus den hehren Zielen am Anfang, und das gehört ja dazu, der Freimaurerei, helfen Sie mir, Albert Peik, Südstaaten-General, der hat das ja alles auf den Weg gebracht und so weiter. Was ist denn aus den hehren Idealen der Freimaurerei geworden, der Menschheit zu dienen und für eine Erhöhung und für Harmonie auf dem Planeten zu sorgen, ja, und einen harmonischen Gleichklang, das ist doch ad absurdum inzwischen geführt worden von euch allen. Es geht doch nur um Schekel-Schekel, um Geld, 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 Geld und Ausbeutung der Natur, Ausbeutung der Menschen, sie dumm halten, eine Matrix um sie herum erzeugen, dass sie gar nicht wahrnehmen, dass sie nicht leben, sondern gelebt werden durch eure Mechanismen. Was... Das müssen Sie mir, Herr Tian, wie auf die nächste Stufe angehoben. Aha. Sie meinen, dieser Machtzuwachs ist nicht mehr umkehrbar. Und wo bleibt da die Menschlichkeit? Gut. Sie sagen, das funktioniert grandios, aber entschuldigen Sie die Unterbrechung. Es macht eigentlich Spaß, mich mit Ihnen zu unterhalten, weil wir sind ja beide irgendwie vom Fach, wenn auch was in verschiedenen Richtungen kommt. Was wollte ich Ihnen jetzt fragen? Moment, jetzt habe ich eine freudsche Fehlleistung in meinem Gehirn. Das ist ja doch ein bisschen anstrengend. Was wollte ich fragen? Also Sie sagen, die Saat geht langsam auf und das Ganze rentiert sich langsam. Und was ist das Endziel des Ganzen, Herr Winkler? Was ist das Endziel des Ganzen? Die Ausrottung der guten Menschen auf dieser Welt und dass nur ihr unter euch seid? Die goldene Milliarde, von der ich gehört habe? Entschuldigung, das habe ich akustisch eben nicht verstanden. Ich bin was? Ein Spion? Ich bin kein Spion. Ich bin in niemandem Auftrag hier. Wissen Sie, wie Ihre gehörnte Kraft mich und mein Leben und das meiner Mutter geprägt hat und wir auch eine Einheit geworden sind, Mama und ich? Was? Ja. Sie kennen meine Umstände und wie kommen Sie dazu, dass Sie meine Umstände kennen? Und warum hat man mir, wenn das System vielleicht ganz gut ist für uns Menschen, mir nicht ein Zipfelchen vom Lebensblickkuchen abgegeben? Bin ich so unwert? Bin ich so unwert gewesen? Inwiefern habe ich gegen das System gearbeitet? Ich wollte immer dazugehören, Herr Winkler. Man hat mir damals das mit meiner Umschulung, die ich hätte kriegen müssen, verhagelt vor dem Sozialgericht Berlin. Habe ich ja, glaube ich, vorhin bei unserem ersten Gespräch erzählt. Und, und, und. Ich wollte immer nur noch mal mal hohen gehen, eine Ausbildung machen, mein Leben machen, das übliche banale Treiben im Leben. Mal verreisen, ein oder auch zweimal im Jahr. Mehr habe ich nie erwartet vom Leben. Und, aber dass ich, kaum dass ich das Licht der Welt erblickte und dann im Alter von fünf Jahren, ja, Sie müssten mal Bilder von mir sehen als ein, zweijähriges Kind, wie lebensfroh ich da war. Ja, wie ich gestrahlt habe und ich war kein trauriges Kind als Baby. Ja, und was aus mir in diesen Jahrzehnten geworden ist, durch ihre gehörende Kraft. Ja, das geht ja auch sehr tief, philosophisch, wenn man so will. Ja, warum betrügt man die Menschen, die hoffnungsvoll in diese Welt inkarnieren, so um ihr Dasein? Ja, ja, das System geht aggressiv gegen mich vor. Ich bin jetzt abgeschmettert worden mit zwei berechtigten Klagen bis hin zur Staatsanwaltschaft. Da war dann auch wahrscheinlich so eine renitente Komplizin von Ihnen. Beim Jobcenter, die Frau Claudia Weppner vom Team 614, die wollte mich hier gängeln und demütigen und hat mir innerhalb meiner Krankschreibung, weil offiziell werde ich ja als psychisch krank geführt, das können Sie sich ja denken, und da wollte sie mir auch hier Bewerbungsvorschläge weiter auch obtruieren, wollte mich zum obskuren ärztlichen Dienst schicken und hast du nicht gesehen. Und jetzt wurde ich auch sanktioniert. Ich bin ja bald weg aus dem Hartz-IV-Bezug, sind aber nur 40 Euro. Klar, ich bin nicht dumm. Ich erkenne das ja auch, was da die tieferen Mechanismen sind und dass das aus eurer Richtung delegiert wird. Aber trotzdem, das sind schmutzige Siege, die ihr einfahrt auf Kosten von Menschlichkeit und geliebter Menschlichkeit. Aber wie auch immer, wie... Was? Sie legen die Daumenschrauben an. Aha, das ist... Sie legen die Daumenschrauben an, Herr Winkler. Das ist ja schön. Passen Sie mal auf, dass man bei Ihnen und in Ihrem Leben nicht die Daumenschrauben anlegt und Sie halt Geschichte sind. Ja, gesellschaftlich. Doch, 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 das geht ganz schnell, Herr Winkler. Das geht ganz schnell, Herr Winkler. Unterschätzen Sie nicht Menschen, die mehr als an sich glauben, die um sich wissen und ihre inneren Qualitäten. Also, was wollen Sie mir denn antun? Was wollen Sie mir denn antun oder antun lassen? Was ist das nächste diabolische Szenario, was auf mich wartet? Ja, was ist das nächste diabolische Szenario, auf mich wartet? Dass mir meine Grundsicherung nicht zugestanden wird? Ja, oder sonst irgendetwas? Oder hat man irgendwie einen Attentat auf mich vor? Ja, auf der Straße oder irgendwie was? Erzählen Sie mal, weinen Sie mich mal ruhig ein, damit ich nicht ganz dumm sterbe, in Anführungsstrichen. Sie dürfen mich nicht einweinen, es ist absolut unmöglich. Aha, das klingt aber sehr orakelhaft und rätselhaft. Naja, ich sage Ihnen nur, ich muss das jetzt zum... Ja, also, Herr Winkler, ich sagen wir mal so, wenn das jetzt der letzte Anruf in unser beider Leben gewesen ist und Sie nie wieder mich anrufen oder auch nicht obskure Persönlichkeiten anrufen und unter welchem Vorwand auch immer, wenn Sie das einfach still ruhen lassen, bin ich zu so einer Art Burgfrieden bereit. Obwohl ich die Videos hier auf jeden Fall lasse, Sie haben ja jetzt überwiegend nur diesen Trollcharakter offiziell und dass ich mir nichts bieten lasse und mich hier auch nicht mürbe oder irgendwie brechen lasse, das haben Sie jetzt auch schon gemerkt. Und dann lassen wir das alles auf sich beruhen, aber ich muss mich natürlich absichern. Ich muss mich natürlich absichern. Ich gehe natürlich nicht zur Presse, wenn man mich in Ruhe lässt und sich aus meinem Leben wieder entfernt. Und sagen Sie das den Kräften oder den Mechanismen, die sich bisher so brennend ein Leben lang für mich interessiert haben und mein Leben klein und gering gehalten haben. Es reicht. Man soll uns die letzten Jahre beisammen sein, meine arme, kranke Mutter und mich in Ruhe lassen und ignorieren und mir vielleicht ein paar kleine Erfolgserlebnisse zugestehen. Achso, dieses Gespräch wird höheren Kräften zugesprochen und wie die entscheiden, dann sagen Sie mal, dann haben ja die anderen recht, die das bei YouTube posten und sagen, das hier ist ein Straf- und Gefängnisplanet. Dann stimmt das ja wohl. Da können Sie nichts dazu sagen. Naja, weil da wohl schon was dran sein wird. Mann, 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 Mann. Und wie ist das mit diesen sogenannten verschiedenen Spezies, inneren Rassen, die es hier gibt, wenn wir schon mal beim Thema sind? Ist das alles stadthaft oder ist das nur Internetmythologie aus US-Amerika? Oder stimmt es mit diesen Reptiloiden und diesen ganzen metaphysischen Wesen, die nach außen hin Menschen sind, aber innerlich in der Struktur dann eben andere spirituelle Rassen oder auch extraterrestische? Ist da was dran oder ist das alles nur Arnebüchner Mist? Ich bohre nicht. Aber ich möchte in Ruhe gelassen werden. Ich möchte in Ruhe gelassen werden und mein armes kleines Leben noch ein bisschen führen und mit meiner Mutter und all. Mehr möchte ich ja nicht, Herr Winkler. Sie haben doch diese Tirade angezettelt. Warum schreiben Sie solche menschenverachtenden Kommentare, sodass ich so ausrasten muss und Sie mit dem Tod bedrohe und alles sowas? Aufhören Echo im Wald? Es wird nichts. Karma. Ah ja. Karma. Welchen denn? Ich darf Ihnen keine Fragen stellen. Ah ja. Na ja. Tja, was mache ich denn da? Was mache ich denn da? Soll ich meinen Kanal am besten löschen? Das wäre die sinnvollste Aktion, die ich machen könnte und ich muss dann selbst damit klarkommen, dass ich vor mir als Mensch und guter Mensch und Individuum, das ich bin, nicht mehr bestehen kann und ein feiger Krüppel bin und einer, der sich in die Sklaverei ihrer NWO-Agenda begibt. So könnte man das sagen, sagen Sie. Ich werde in Ruhe gelassen. Wissen Sie was, Herr Winkler, ich werde so oder so in Ruhe gelassen. Und ich bin ja intelligent genug, wie Sie mitbekommen. Ich denke, wir sind uns relativ ebenbürtig. Im EQ bin ich Ihnen sowieso um Lichtjahre voraus und überlegen. Das merken Sie ja auch. Ich lasse mir das alles nochmal durch den Kopf gehen. Ich lasse mir das alles nochmal durch den Kopf gehen, Herr Winkler. Und ich wünsche Ihnen zumindest, so bin ich nämlich als Mensch gebliebener Mensch, ich wünsche Ihnen noch einen guten Verlauf in diesem Jahr. Passen Sie gut auf sich auf. Auch Sie kann irgendwie was Schicksalshaftes ereilen, ohne dass Sie damit rechnen oder Ihre nächststehenden Personen. Und irgendwie bringen wir das jetzt zum Abschluss. Und ich gehe jetzt natürlich mehr denn je mit Argus-Augen durch mein Leben. Und wenn mir etwas wieder natürlich vorkommt oder sich was anhäuft, werde ich mir schon Gehör verschaffen. Und in dem Fall schaffe ich dann Öffentlichkeit und zwar massiv. Und dann kommt es dann eben doch zum Gang zur Presse. Also es liegt an Ihnen, ob ich mein Presseversprechen wahr mache und Ihren Hintermännern oder nicht. Wenn Sie natürlich irgendwas gegen mich ansetzen, was negativ ist oder sogar gegen meine Mutter, dann können Sie gar nicht so schnell gucken, wie das hier Ganze eskaliert in der Hinsicht. Und ich passe schon auf mich auf, dass ich nicht irgendwie weggekascht werde oder entführt werde oder irgendwas passiert. Ich bedanke mich für dieses Gespräch, Herr Winkler. Sie legen mir die Löschung des Kanals nahe. Und ich lege Ihnen nahe, nie wieder auch nur ansatzweise sich in meinem Leben zu melden. Weder telefonisch noch durch Hintermänner. Und kommen Sie auch noch nicht auf den Gedanken, mir irgendwelche Strohpuppen zuzuschicken, dass ich plötzlich erfolgreich bei Frauen bin oder ähnliches. Was ja bisher nie der Fall war. Ich bin kein Womanizer oder irgendwelche netten Herren begegnen mir und wollen irgendwas von mir wissen und verwickeln mich in Gespräche. Denn dann werde ich auch von einer Sekunde auf den anderen auf den Tötungsmodus umschalten. Ich empfehle mich. So, meine Damen und Herren, das war er eben. Ja, nun haben Sie es. Schwarz auf Weiß. Ja? Und exakt zwei Tage nach diesem doch auch unheimlichen Gespräch mit Herrn Mutmaßlich Rainer Winkler entschied ich mich, Anzeige zu erstatten. Nachdem am 3.1. dann schon der erste obskure Anruf kam. Sie erinnern sich, Flüchtlingswohnungsfeger. Und am 6.1. hatte ich Besuch von der SEK und dem Herrn, jetzt kann ich ja sagen, niemand. Kriminal, Hauptkommissar oder was auch immer er ist. So. Ich sagte ja. Mit mir nicht. Mit meinem Leben nicht. Merkt euch das. Auf dass das Hunderttausende sehen, Millionen. Damit man weiß, was hier gespielt wird und das hier mächtig, was faul ist im Staat der Dänemark. Mutmaßlich vor allem im Freistaat Bayern. So. Wer fickt hier wen? Staatsanwaltschaft. In die Puschen kommen. Aber gehörig. Ich möchte noch vor meinem 50. Geburtstag freigesprochen werden. Und es sollen die ersten Einweisungen in die Psychiatrie beziehungsweise in den Knast stattgefunden haben. Und da warte ich dann auch auf entsprechende Dokumente von der Gesellschaft, von der Justiz. Mit mir nicht. Mit mir nicht. Hallo liebe YouTube-Gemeinde. Hier ist noch einmal der Staatsanwaltschaft Beschäftiger 67. Wie Sie sehen, habe ich mich entschlossen, dieses Rainer-Winkler-Video, sein anonymer Anruf bei mir, wieder hochzuladen. Und wie Sie sehen, hat das Ganze auch unleugbar eine spirituelle, tiefe Komponente. Sie mögen rational sein, an sowas glauben oder auch nicht. Das bleibt Ihnen unbenommen, auch von der Staatsanwaltschaft. Offensichtlich scheint man mich doch so sehr zu fürchten inzwischen, dass man meint, so gegen mich vorgehen zu müssen. Obwohl ich ja deutlich mache, dass ich zu meinen Lebzeiten keinerlei Gefahr bilde. Weder für gute Menschen, noch für abgrundlich hässliche Böse. Und das, wenn überhaupt, ich erst nach meinem Tod, nach meinem physischen Ableben, wann auch immer, später mal im Alter, wie auch immer, tätig werde. Aber das ist jetzt nicht meine Agenda. Ja, der Kreis hat sich geschlossen. Herr Winkler, Sie können schon mal Abschied nehmen von Ihrem gesellschaftlichen Leben und von Ihrem Leben hinter Mauern, elektrischem Stacheldraht und Kameraüberwachung. Das ist Ihnen nichts. Ja, Sie sind geliefert. Das sollten Sie wissen. Und jetzt zum Wesentlichen. Ich gebe all diesen Hatern unter meinen Abonnenten, und das ist die überwiegende Mehrheit, auf all meinen YouTube-Kanälen. Ben Risenfan, Vinyl 60er, 70er Jahre, Staatsanwaltschaft, Beschäftigerkanal, Pullerschubser Willi, auch wenn da kein Video hochgeladen ist zurzeit. Und ja, ich glaube, das war es auch schon im Wesentlichen. Und die Abonnenten dort sind ja von ihrer Agenda her delegiert. Ich gebe euch großzügig, wie ich bin, von heute an, von heute an, dem 19.04.2017 bis zum 19.05.2017 zu deabonnieren. Die Chance bei mir. Deabonnieren und eure Kanäle und eure mich verunlimpfen wollenden Videos, auf Basis meiner Videos, die ich hier hochgeladen habe. Das geht auch an diese Fotze oder wer immer das ist, der sich auch auf Kosten meiner Mutter lustig macht und sie auf groteske, vulgäre Art und Weise parodiert. Was ich mir natürlich nicht ansehe. Noch nicht. Ihr habt jetzt exakt bis zum 19.05.2017 Zeit, alles zu löschen. Ansonsten werde ich jeden Einzelnen von euch, der öffentlich seine Abonnenten, sein Abonnement bei mir teilt, per Video vorführen und das SEK und die Kripo auf euch aufmerksam machen. Die sind sehr schnell. Bei mir hat es auch nur zwei Tage gebraucht. Die haben schneller eure IP herausgefunden und wer sich hinter eurem Nick verbirgt und wo ihr lebt und überhaupt, egal wie alt oder jung ihr seid und dann seid ihr fertig. Und nehmt euch bitte auch mein Video, wo einer mir schon ein Feedback gegeben hat, wie man ihn dran gekriegt hat für die Beleidigung gegen mich und meine Mutter. Das ist nämlich authentisch. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Ich kann gerne die Mail auch nochmal abfilmen von diesen Herren, die es eiskalt erwischt hat. Durch mich, durch meine Hartnäckigkeit und so geht es jedem von euch. Und wenn ihr dem nicht nachkommt, habe ich mir noch ein besonderes Bonbon ausgedacht für YouTube Deutschland. Wie würde es euch gefallen, wenn ich dann im großen Maßstab und die Beweiskette ist in sich schlüssig, YouTube Deutschland verklage? Aufgrund dieser Atmosphäre hier bei YouTube, dass es tatenlos zusieht, wie hier Leute vorgeführt, bedroht werden, kriminalisiert werden, sodass sogar dann die Polizei anrückt. Und wie hier obskure Elemente zu Hunderten und Tausenden, auch andere Tausende terrorisieren. Und dann werde ich eine wunderschön formulierte, in meinem perfekten Deutsch, zu dem ich fähig bin, klagisch mehrseitige gegen YouTube verfassen, bei der Staatsanwaltschaft einreichen und werde auch selbst wenn es Monate oder Jahre dauert dafür sorgen, dass YouTube Deutschland abgeschaltet wird. Ist das ein schönes Geschenk von mir? Dann habt ihr keine Plattformen mehr, in denen ihr andere Leute oder eine soziale Plattform weniger, in denen ihr Leute wie mich, die eigentlich gutwillig und friedlich und warmherzig unterwegs sind, auf YouTube oder wo auch immer, dann könnt ihr niemanden mehr terrorisieren. Und fahrt davor nach allen in den Knast oder, was ja meine Lieblingsformulierung ist, in die forensische Psychiatrie. Da gehören die meisten von euch hin. Also, 19.05.2017 finde ich bis dahin auch nur noch ansatzweise etwas über meine Person. Sei es diese über mich angelegten NBO-Archive von wem auch immer von Ihnen, Herr Kröhe Markus aus Emskirchen oder sonst irgendwoher. Auch Herr Max Mustermann, selbst wenn Sie auf meiner Seite sind, bitte alles entfernen. Ich kann für mich selbst sprechen. Ich brauche kein Echo im Internet. Alles Relevante, fast 70 Videos sind jetzt hier hochgeladen und die bleiben auch so lange, notfalls bis zur Schließung von YouTube Deutschland, die ich dann einklagen werde. Und dann wird das auch schmerzensgeldmäßig in die Millionen gehen. Denn an mir habt ihr euch den Falschen ausgesucht für euer Cybermobbing und für euren Psychoterror. Ja, ich fick euch alle so knietief, dass ihr nicht mehr wisst, ob ihr Männlein oder Weiblein seid. Und ich bin zwar ein guter Mensch, aber so manch einem wünsche ich, dass er aus Verzweiflung sich das Leben nimmt von euch abschaum. Ja, und am besten die Eltern von Leuten wie euch, die sowas wie euch in die Welt setzen und so eine Brut sich so entwickeln lassen, gleich mit abschlachten. Ja, und ich bleibe auch bei meiner extremen Meinung, die Menschheit sollte mal vielleicht darüber nachdenken und vor allem die guten Menschen auf dem Planeten Erde und die halbwegs guten, ob wir nicht mal sowas wieder wie KZs einrichten sollten für solche Monstren in unserer Gesellschaft, die andere quälen bis aufs Blut, ja, die Psychoterror verbreiten. Ja, das geht ja schon los in der Schule, ja, mit Schulmobbing, ja, oder hier jetzt Internet-Cybermobbing, auch die Jüngsten schon, ja, irgendwelche diabolischen Blagen, die andere quälen, ja. Das wissen wir doch alle, dass manche sensible junge Menschen durch andere satanische junge Menschen in den Tod getrieben werden, ja, oder in die Verzweiflung, ja, oder dass Leute ihren Arbeitsplatz wechseln müssen, ja, weil unzumutbare Zustände dort herrschen, ja. Ja, wir leben im 21. Jahrhundert und gut sein heißt schon lange nicht mehr die Wange hinhalten, meine Damen und Herren, die gut sind oder auch sehr gut, ja, und die ein gutes Herz und einen guten Charakter haben und empathiefähig sind. Gut sein heißt heutzutage mehr denn je auch mal das Schwerzücken und draufschlagen, bis sich nichts mehr rührt. Denken Sie mal über meine Worte nach. Also, 19.05.2017 finde ich nur noch ansatzweise etwas von mir oder über mich in Person vor, ich werde das kontrollieren, knöpfe ich mir euch alle vor. Das sind dann einige wenige minütige Videos, in denen ich eure Nix vorlese und die Staatsanwaltschaft und die Kripo und das SEK auf euch hetze. Und wenn das nicht zum Erfolg führt, dann, wie gesagt, werde ich in einer mehrseitigen Klageschrift, die Beweisführung liegt ja lückenlos bei mir, das ist ja alles dokumentiert, dann werde ich in meinem Wohlfeilen Deutsch eine mehrseitige Klageschrift an die Staatsanwaltschaft gegen YouTube und werde einklagen, dass YouTube Deutschland für immer abgeschaltet wird. Und dann ist es vorbei mit diesem Hexensabbat. Das mag den Anständigen unter euch und die YouTube hier wirklich auch vernünftig und anständig und respektvoll nutzen nicht passen, aber darauf brauche ich keine Rücksicht zu nehmen. Denn ihr steht ja nun nicht wirklich auf meiner Seite. Ja, sonst hätten sich schon längst Leute mal gerührt und authentisch versucht, mit mir Kontakt aufzunehmen und mit dazu beigetragen, dass das dieses Kesseltreiben gegen mich, der im Wesentlichen nichts verbrochen hat in seinem Leben und auch nicht hier im Internet. Ja, also so loyal sind auch die scheinbar guten oder sehr guten Menschen mit anderen guten Menschen wie mir. Ja, und ich bilde mir das nicht nur ein, dass ich gut bin. Ich weiß, dass ich ein herzensguter, lieber Kerl bin und aus einem guten Stall stamme. Ja, also so solidarisch sind die Guten oftmals miteinander auch nicht. Warum sollte ich da Rücksicht nur eben auf eure Befindlichkeiten? Also, deabonnieren. Und wenn ihr das nicht macht, ihr hunderten von Abonnenten auf all meinen YouTube-Kanälen, wird es YouTube Deutschland bald nicht mehr geben. Und das schwöre ich. Bei dem hier habe ich mit 15 bekommen von meiner Mutter zum Geburtstag. Tschüssi! Ich bin begeistert. Der zweite Fall. Ich lese jetzt wieder eine Mail vor, die mich auf meinem E-Mail-Konto basiliusv.hotmail.de, das mit meinem Video-Games-Kanal verknüpft ist, von jemandem, der sich auch wohl im Vorfeld mir gegenüber ungebührlich verhalten hat. Nun wissen Sie, was ich durchgemacht habe. Frau, hm. Ich werde Ihre Anonymität wahren. Ich will Sie nicht noch zusätzlich buskieren und bloßstellen. Sie wurden schon genug gedemütigt, so wie ich auch seinerzeit. Ich hatte noch Klick damals am 6.1. Ich konnte gerade noch so die Tür aufmachen, bevor es einen Knall gemacht hätte und die die Tür eingetreten hätten. So, ich lese die Mail vor, meine Lieben. Und dann wisst ihr, wer hier das Spiel beherrscht und wo ihr keine Chance habt. Das ist jetzt schon der zweite, das zweite Feedback von jemandem, der sich an mir hier über YouTube vergriffen hat. Und ja, ich habe die Mail noch nicht ganz gelesen. Ich lese das jetzt 1 zu 1 vor. So, dann wisst ihr, was euch blüht. So, sehr geehrter Herr Baracker, bitte entschuldigen Sie meine Kontaktaufnahme zu Ihnen über Ihre private E-Mail-Adresse. Aber ich hatte bereits vor einigen Wochen versucht, Sie über eines Ihrer YouTube-Konten zu kontaktieren ohne Erfolg. Die Kripo riet mir, Sie auf diesem Weg zu kontaktieren. Ich bin die Mutter des Eigentümers des YouTube-Kanals Vegan in Afghanistan. Was dieser Name bedeuten soll, weiß ich nicht. Weder ich noch irgendjemand in meiner Familie hat afghanische Wurzeln. Jedenfalls möchte ich mich bei Ihnen aufrichtig im Namen meines Sohnes Maximilian entschuldigen. Ich stehe noch sehr unter Schock und habe die Geschehnisse von neulich noch nicht vollständig verarbeiten können. Am Dienstag, den 4. April 2017, drei Tage nach meinem Geburtstag nebenbei bemerkt, gegen 5.30 Uhr morgens wurde ich durch einen ohrenbetäubenden Knall aus dem Schlaf gerissen. Bevor ich überhaupt begreifen konnte, was geschah, stürmten mehrere maskierte Polizeibeamte eines Sondereinsatzkommandos in die Wohnung und rissen mich und meinen Sohn, der im Nebenzimmer am Computer saß, zu Boden. Uns beiden wurden Handschellen angelegt. Ja, mir wurden damals auch Handschellen angelegt. Völlig fassungslos brach ich in Tränen aus und wusste nicht, was los war. Ich brachte keinen Ton heraus. Nach einem kurzen, unverständlichen Gemurmel hatten die Beamten scheinbar festgestellt, dass nicht ich, sondern mein Sohn die gesuchte Person ist und lösten meine Fesseln. Völlig außer Atem rief ich noch nach meinem Maximilian. Doch ich konnte nur noch sehen, wie die Polizei ihn gewaltsam aus der Wohnung zerrte. Nach einer Minute klärte mich der Oberkommissar über die Situation auf. Es legte ein Haftbefehl gegen Maximilian M. vor, wegen Beleidigungen, üble Nachrede und Kreditkartenbetrug im Internet in mehreren Fällen. Man zeigte mir mehrere Blätter, Papier, auf denen unfassbar hasserfüllte und beleidigende Kommentare zu sehen waren, die mein Sohn laut den Polizisten unter ihren YouTube-Profilen verfasst haben soll. Fassungslos darüber, dass mein Sohn, den ich nur als liebevollen und zuvorkommenden Menschen kannte, einen fremden Menschen so sehr verletzen kann, brach ich in Tränen aus. Ich kann immer noch nicht glauben, was geschehen ist. Gleich, nachdem die Polizei mit meinem Sohn weggefahren war, setzte ich mich an seinen Computer, der immer noch eingeschaltet war. Moment, ich muss scrollen. Entsetzt stellte ich fest, dass neben vielen zwielichtigen Internetseiten auch ihr YouTube-Profil geöffnet war und mein Sohn wohl gerade dabei war, einen weiteren Hasskommentar zu schreiben, in dem unter anderem auch ihre Mutter beleidigt wurde. Als ich das sah, konnte ich nur noch schreien vor Verzweiflung und brach völlig fertig zusammen. Es fühlte sich an, als hätte ich meinen Sohn nie gekannt. Tja, viele von euch kennen eure eigenen Kinder nicht. Das ist ja das Problem, dass ihr Teufel großzieht, die sich zu Teufeln entwickeln. Ja, und einen Fremden geboren. Zu allem Überfluss bekamen auch noch die Nachbarn von dem Zwischenfall mit. Die Nachricht, dass mein Sohn von der Polizei festgenommen wurde, verbreitete sich schnell in unserer ganzen Straße und schon am frühen Nachmittag hat auch der Chef meines Mannes davon Wind bekommen. Mann Mann ist oder eher war in einer Führungsposition in einer großen Chemiefirma tätig und war bereits in Verhandlungen mit dem Geschäftsführer zwecks einer möglichen Firmenbeteiligung. Leider wird diese nun in große Ferne rücken. Mann Mann hat bereits eine Kündigung erhalten, da laut seinem Chef eine Person mit kriminellem Hintergrund in der Familie keinen Tag länger an seiner Firma arbeiten könne. Wir können nun die Miete unserer geräumigen 200 Quadratmeter Wohnung nicht mehr bezahlen und müssen zum 30. April in eine Drei-Zimmer-Sozialwohnung umziehen. Tja, so geht's, in der wir unsere beiden Hunde und die zwei jüngeren Geschwister meines Sohnes unterbringen müssen. Herr Baraka, ich kenne Sie nicht, aber ich möchte mich im Namen meines Sohnes, wenn man den noch so nennen kann, in Flammern, bei Ihnen entschuldigen. Er hat unsere ganze Familie zerstört und ich hoffe, er wird seine gerechte Strafe erhalten. Mein Mann und ich sind noch nicht sicher, ob wir jemals wieder Kontakt zu dieser Ausgeburt der Rille haben möchten. Na, klingelt's bei euch da draußen? Auch jetzt hier die 26 Kommentare. Soll ich die vorlesen, die 26 Kommentare auf meinem Video Games Forever 67 Kanal? Dann geht's euch genauso wie dieser armen Mutter. Sucht euch das aus. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Mutter alles Gute und hoffe, dass all dieser Abschaum in Menschenform, der Sie im Internet belästigt, hinter Gitter kommt. Freundliche Grüße, M. Meister. Das sage ich. Danke, Frau Meister. PS, wenn Sie meinen Nachnamen nicht veröffentlichen würden, wäre ich Ihnen sehr verbunden. In Anbetracht dessen, was Ihnen widerfahren ist, könnte ich es allerdings auch vollkommen verstehen, wenn Sie dem nicht nachgeben. Ach, ich sag ja, äh, das ist nicht so wichtig. Sie haben genug dafür bezahlt, für die Missetat Ihres Sohns. Soh, herrlich, herrlich, herrlich. Da lacht doch das Herz. Noch irgendwas? Ja, hier ist einer, der nennt sich schöner-Aids-Tod-at-web.de. Jetzt sind Sie und Ihre Aids-Mama dran. Nö, nö. Vielleicht irgendwann mal, das rennt ja nicht weg. Ihr fickt euch alle selbst knietief. So, schön. Tja, auch wenn ich gesagt habe, ich bringe hier jetzt keine Videos mehr, aber sowas ist natürlich ein Schmankerl und eine Bestätigung für mich, dass ich auf dem goldrichtigen Kurs bin mit meiner Hartnäckigkeit. Tja, dann versucht mal weiter. Mit euren Hasskommentaren, mit euren Fake-Abos. Ihr seht ja, wohin das führt. Herrlich, 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 herrlich. Und so kann ich von jedem von euch sein oder ihr Leben zerstören. Wann immer ist mir beliebt. Inzwischen macht das nämlich die Runde in der Gesellschaft über YouTube hinaus, was ihr für Abschaum seid, der besser rückwirkend abgetrieben werden sollte. Und meine Theorie ist jetzt bestätigt. Oftmals sind die elendigen Kreaturen, die ihr seid da draußen, aus gar nicht mal so schlechtem Stall. Und habt eigentlich ganz liebe, gute Eltern und so weiter. Und es ist umso erschreckender und bedenklicher, dass solche Monstren wie ihr sich hier so profilieren. Wetten, dass das nicht der letzte ist, den ich produziere, von euch krüppeln, der dann auf sein zerstörtes Leben zurückblicken darf? Ich sag ja, ihr nicht. Never ever. Also, schön weitermachen so, ne? Und mich nicht ernst nehmen wollen. Also, denkt an mein kurzes Video. De-abonnieren oder YouTube ist bald Geschichte. Hahaha, herrlich, 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 herrlich. Herrlich, herrlich. Hier ist nochmal der Staatsanwaltschaftbeschäftiger 67 AK Mimombachaka. Ich habe mir das jetzt alles hier nochmal durch den Kopf gehen lassen und mein Resümee und meine Bilanz ist, haha, das muss niemand, der so ist und anständig geblieben ist wie ich, sich geben. Wenn das hier in absehbarer Zeit und das wird ist, dafür sorge ich, solange nutze ich dieses Medium hier YouTube auch noch, aber so wie das alles für mich ausgestanden sein wird, und zwar ausnahmslos im Guten, das versichere ich euch da draußen, werde ich sämtliche YouTube-Kanäle, sämtliche, den Videospielkanal, meine verbleibenden Musikkanäle und auch diesen hier löschen, beziehungsweise alle Videos entfernen. Und sollte mir irgendwann mal über Dritte oder wie auch immer was zu Ohren kommen, dass mit meinem Erbe, mit meinen Videos hier explizit Schindluder getrieben wird oder in meinem Namen kriminelle Delikte begangen werden, es gibt ja auch ein paar Vertreter bei euch, Abschauung da draußen, die unter meinem realen Namen Mimombachaka Mist machen, ja, das habe ich schon mitbekommen, ja, dann wird es brutal, dann schwedische Gardinen oder forensische Psychiatrie und dann nehme ich sogar vielleicht mal in Kauf, durch die Republik zu reisen und vor Ort zu recherchieren und die Polizei einzuschalten. Ich verfüge über genug Tagesfreizeit, denn ich bin inzwischen nicht mehr arbeitslos, ich bin abgesichert, das ist die Gesellschaft mir schuldig, nachdem er mich zum Verlierer geformt hat, ihr wisst ja um meinen Weg, Umschulung abgelehnt, arbeitslos und so weiter. Aber trotzdem, Minijob ist in Sicht, da kann mir auch niemand in der Gesellschaft vorwerfen, dass ich nicht gewillt wäre, für mein Überleben auch noch teilweise selbst zu sorgen, dass ich mich nicht auf der sogenannten sozialen Hängematte, die in Wirklichkeit keiner ist, für niemanden in diesem Land, dass ich nicht so einer bin, der sich darauf ausruht. Minijob ist bald in Sicht, auf jeden Fall noch in diesem Jahr und alles andere nach mir die Sintflut. Ja, das nur kurz, so wie das für mich alles ausgestanden sein wird, hier mit euch. Und das wird es, wird alles gelöscht. Niemand, der so ist wie ich, muss ich das hier mit euch innerhalb dieser Gesellschaft geben und sollte sich ein gutes Stück weit zu schade sein. Hahaha. Und zum Glück gehöre ich noch zu einer Generation, die authentischer herangewachsen ist. Wenn uns in den 80er Jahren oder in den 70er Jahren unserer Jugend jemand nicht gepasst hat oder wir gemerkt haben, was ist denn das für eine obskure Gestalt, gab es entweder eine eindeutige Abfuhr oder es gab eine aufs Fressbrett, aber bis zum Abwinken. Ja? Aber heute verstecken obskure Leute wie ihr euch ja hinter der vermeintlichen Anonymität. Aber ihr seht, so anonym seid ihr nicht. Nehmt diese zwei Fallbeispiele von authentischen Mails, die mich erreicht haben und die bestimmt kein Fake sind. Ja? So geht es jedem von euch, solange ich hier noch aktiv sein muss. Ja? Und wie gesagt, wenn mir wie auch immer mal zugespielt wird, dass in meinem Namen Delikte begangen werden, andere anständige YouTuber bedrängt werden oder wie auch immer und das auf mich zurückfallen soll, weil man unter meinem Namen, ja, als Fäger, da Mist macht, dann werde ich dessen schlimmster Albtraum im Leben von jedem Einzelnen. Und das ist jetzt definitiv auch wirklich das letzte Video auf dem YouTube-Kanal Staatsanwaltschaft Beschäftiger 67. Das letzte Video, das wirklich letzte Video, kann ich euch jetzt schon mal verraten, wird einfach nur ein Scan sein des Briefkopfes der Schadsanwaltschaft zu Berlin und eine entsprechende musikalische Untermalung, die meinen Sieg dokumentiert. Und ja, das war's dann. Wisst ihr was? Tut diesem Land und dieser Gesellschaft einen großen Gefallen? Geht besser alle sterben, eher heute als morgen. Und unser Land formt sich zu einem lebenswerteren Land ohne euch lebendige Monstern. die vor Falschheit und Hinterhältigkeit nur so triefen. Nach außen hin lieb und nett und liebevoll und dann doch den Teufel im Leib. Oder ich gebe euch den Rat, begeht Selbstmord. Das Internet ist voll von Anleitungen dazu, wie man sich selbst von sich selbst erlöst. vor allem, wenn man kein Herz besitzt und eine Abgrund hässliche, boshafte, diabolische Natur sein Eigen nennt. Das soll's ja bisweilen geben, dass Böses irgendwann mal an den Punkt gerät, wo es sich selbst in seiner Boshaftigkeit nicht mehr ertragen kann. In dem Sinne, macht's gut, Nachbarn! Haha! Es ist wirklich amüsant, dass bei meinem letzten Video es wird alles bald ein Ende haben, jetzt wieder Disglides eingetrudelt sind, natürlich von euch Hättern und auch von Leuten, die das nicht gut finden, die, dass ich hier zum gegebenen Zeitpunkt alles beenden werde. Aber ihr könnt mir gar nichts bieten. Und das, was ihr mir hier geboten habt, intellektuell, emotionell, ist unterste Schublade. Ich kann mit keinem von euch meinen Wissensschatz in mir, den ich mir über zwei Jahrzehnte aufgebaut habe, sprich mein Studium, mein Getreus der hermetischen Philosophie Alchemie, die von einigen unwissenden Idioten in dieser Gesellschaft, auf dieser Welt als Vorläufer der Chemie abgehandelt wird, wo nicht wirklich bekannt ist, welcher Reichtum die Alchemie und die hermetische Philosophie mit sich bringt und ein Segen bringen, dass es etwas ist, auch für die heute noch moderne Medizin und da noch viele Schätze gehoben werden könnten. Kann ich mich noch gar nicht mit niemandem bei euch mit euch da austauschen darüber. Was wisst ihr schon von Basilius Valentinus? Ja, dem Benedettiner Mensch, dem mutmaßlichen Tölde muss das gewesen sein aus dem 13. Jahrhundert und seines Triumphagen des Antimons. Was wisst ihr von Nikolaus Flamel, einem französischen Alchemisten, dem es gelang, den Stein der Weisen herzustellen und der damit mildtätig viele Kirchen stiftete und Hospitäler damals im Mittelalter, im Frühen. Was wisst ihr von Theophrastus Bombastus von Hohenheim, Paracelsus, den die Nazis dann auch in ihrer Agenda damals instrumentalisierten und missbrauchten und als Begründer der Chemotherapie feierten. Was wisst ihr von Josef Anton Kirchweger und der Aurea Katina Romeri, der goldenen Kette des Homa? Ja, so belesen und wissend bin ich. Und ihr, Satanisten, wollt einen wie mir ans Bein pissen? Ich kenne mich bestens aus in diesem Universum, der Hermetik und in eurem. Ja? Auch die Schriften eines Elster Crowley, Gregor A. Gregorius, Fraternita Saturni, Golden Dawn, Elster Crowley, ja? Ist mir alles geläufig, Blavatsky, ja? Aber gut, dass ich mich damals in jungen Jahren für die Hermetik entschieden habe, ja? Und nicht für euren perfiden, abstrusen Weg. Was könnt ihr mir schon bieten? Nichts. Rein gar nichts. Weder hier, noch hier. Und deswegen ist es auch eine fruchtlose Angelegenheit, ja? Mit Individien sich auseinandersetzen zu wollen, ja? Die einen anderen, lebensfeindlichen, menschenfeindlichen Weg beschreiten und nicht den Weg der Menschlichkeit wählen, ja? und der Barmherzigkeit und der Güte und des Mitgefühls. Uns trennen nicht nur Welten, uns trennen Universen. Und das ist mir mit meinen jetzt mittlerweile 50 Jahren bewusster denn je. Ihr könnt mir nicht im Entferntesten das Wasser reichen. Und das wisst ihr auch da draußen, die es betrifft. Solve et co argula et habibis magisterium. Das Lateinisch und einer der wichtigsten, fundamentalen, tiefsten Sätze in der hermetischen Kunst. Löse und binde und du wirst haben, Magisterium. Das bedeutet nichts anderes. Löse dich vom Bösen, binde das Gute und du hast das Wunder. Tja, so viel dazu. Der dumme Baraka, zeigt euch allen, wo der Hammer hängt und lässt sich von euch nicht ins Boxhorn jagen, geschweige denn sein Leben kaputt machen. Durch euch Exkremente. Caput mortum. So ist eines meiner wichtigsten Videos, in dem ich eine authentische Liste vorlese von Leuten, die es betrifft und die im unmittelbaren Kontext mit dem SEK-Einsatz hier bei mir in Verbindung stehen, vom 6.1. her und meiner zuvor getätigten Anzeige am 4.1. liegen mutmaßlich Herrn Rainer Windler Caput mortum. Das ist der Rückstand, die Asche. Egal, ob man etwas Mineralisches oder Pflanzliches aufbereitet hat, es ist Asche, aus der nichts Gutes mehr gezogen werden kann. Und das alles seid ihr jetzt schon metaphysisch und später mal erst recht. Ha! So viel dazu. So viel dazu, Herr Mutmaßlich Winkler Rainer Karma. Ich kenne meinen Weg von Anfang an und ich weiß auch, was mein Ziel sein wird. Und Sie und Ihresgleichen wissen, deswegen stellen Sie mir auch so nach, dass Sie keinen guten Schnitt machen werden und keine Figur nach meinem Leben später einmal. So viel dazu. Ein Stein wird funden, ist nicht teuer, aus dem zeucht man ein Flüchtigfeuer, aus weiß und rot ist er gemacht, in ihm wirkt die ganze Kraft. So ungefähr geht das, ein altes alchemistisches Gedicht. Weit musst du wandern über Berg und Meer, wo der Stein der Weisen zu finden wäre, doch der Weise ermangelte den Stein. So, nun wisst ihr, wo ich stehe in meiner Entwicklung und wo ihr steht. Und wie gesagt, es gibt nur noch ein Video. Briefkopf der Staatsanwaltschaft, Ende Gelände. Fickt euch! Möget ihr alle bald kaputt mordum sein, jeder einzelne von euch. Plus eure Eltern, die solche Ausgeburten der Hölle zur Welt gebracht haben. Amen. Guten Morgen, hier ist der Staatsanwaltschaft Beschäftiger 67, Akamim und Baraka. Hier noch ein kleiner Nachtrag. Es ist nicht nur, dass ich nicht mehr zu meiner Mutter telefonisch komme, ich komme generell nicht mehr raus. Es ist immer ein Tuten, dann eine Weile Stille und dann das Besetzzeichen. Also ich werde hier kontinuierlich blockiert und ich sage ihnen, wie es ist, sie bekommen keinen Cent mehr von mir, da sie sich zum Erfüllungsgehilfen dieser satanischen Agenda gegen mich machen, was hier auch lückenlos in meinen Videos zuvor bewiesen wurde, denn so was greife ich mir nicht, das ist alles statthaft und ich werde im Laufe der nächsten Woche , ja, ich weiß, was ich zu tun habe, ich werde jemanden aufsuchen und dann wird das schnell geklärt, ja, und dann ist es vorbei mit dieser Blockade, denn ich habe das Recht auf einen funktionierenden Telefonanschluss und sie Drecksau vor dem Herrn Kopfnuss Kalika Heinzes werden damit nicht durchkommen, ja, und sie auch nicht, Herr Winkler, mich hier weiter zu blockieren, meine Telefonleitung, das hat Konsequenzen und ich denke mal, das Ganze wird durchaus so brisant, dass das Ganze jetzt zum langsamen Arbeitslicher zum Politikum wird, gegen sie Abschau mit Menschen gestellt, Soweit kommt es noch, soweit kommt es noch, also wie gesagt, ich komme auch telefonisch generell nicht mehr raus, egal welche Nummer ich anrufe und das hat man hier zu registrieren bei YouTube und auch entsprechende Leute scharf zu machen, dass das aufhört, ansonsten werde ich erst nächste Woche so richtig tätig werden mit meinen Behördengängen und dann geht es rund, ja, soweit kommt es noch, soweit kommt es noch, Ihr Abschaum habt keine Macht über mein Leben und ich zerbreche euer aller Leben systematisch da könnt ihr mir das Doppelte anbieten statt 700.400 Euro oder sonstiges ich bin nicht käuflich ich bin nicht korrumpierbar und ich höre nicht eher auf bis der oder diejenigen denen ich den SEK Einsatz zu verdanken habe im Knast oder in der Forensik sind Amen und wie gesagt ihr wisst ja, die Klage gegen YouTube ist raus YouTube Deutschland wird es bald nicht mehr geben weiß Gott Es ist schon seltsam wie sich Sichtweisen im Laufe des eigenen Lebens bisweilen ändern oder auch ändern müssen Ich hatte mal so ein positives Bild vom Bayern vom Freistaat Bayern Ich war als 7-8-Jähriger zusammen mit meiner Mutter im schönen Friedenfels im Fichtelgebirge Es war toll Man hat Pfifferlinge im Wald gesammelt und sich damit Eiern zubereitet und andere schöne Eindrücke die ich da gesammelt habe Aber davon ist jetzt nichts mehr übrig Ich hätte nie gedacht dass der Freistaat Bayern so infiltriert ist und so korrumpiert ist von Leuten wie Ihnen da draußen die mit Rechtsstaatlichkeit demokratischen und humanistischen ethischen Werten so gar nichts gemein haben Mich würde mal interessieren was hält denn der Durchschnitts Bayoware der katholische der christliche davon dass so was vor der eigenen Haustür lebt und seine obskuren Umtriebe tätigt Wie steht denn der Durchschnitts Bayer aus München aus was weiß ich aus sonst woher aus Freising oder sonst woher aus was weiß ich unter Haching Was haltet ihr davon dass solcher Abschaum unter euren Reihen in eurer Nachbarschaft in euren Gemeinden und Städten lebt und schaltet und waltet und andere Leute in der Republik so terrorisiert das würde mich mal interessieren Tja kommunizieren kann ich nicht mit euch da ich mir sicher sein kann dass dann wieder Hate-Kommentare und unflätiger Dreck kommt aber ihr könnt ja mal liken wenn ihr diesen kleinen Einwurf hier von mir ganz gut findet ja oder auch die anderen werden sowieso das liken also ich bin fassungslos ich hätte nie vermutet nie vermutet dass sich das mal so entwickelt in diesem Land dass ein Land so kategorisch ausschert ein Bundesland und sowas hier offenbar wird an meinem eigentlich ja harmlos angefangenen weil ja angefangen hat ja alles mit der Urheberrechtsverletzung durch Herrn Markus Gröhe gegen mich der meine Videos aus dem Kontext riss und mich als klapprigen Klapp-Wautermann und Alt-Nazi hinstellte so ging das ja los und dann baute sich das auf dann kam Mario Heinz-Terror-Fürst alias mutmaßlich Rainer Winkler aber das weiß man ja alles ne ich bin so enttäuscht ich bin so enttäuscht von diesem Land Bayern ja und dass sowas da genährt wird und unterstützt wird aber ich bin auch Realist das wird denke ich mal niemanden da der was zu sagen hat im Freistaat erreichen weder den Herrn Horst Seehofer ja noch sonst irgendwelche CSU-Funktionäre ja und ich denke mal die wissen auch um die Problematik in ihrem Land und werden das wahrscheinlich auch passiv aktiv mit unterstützen aber naja das ist nicht meine Baustelle meine Baustelle ist mein Leben zu begradigen mein Leben sauber und rein zu halten mit allen mir intellektuell kognitiv stehenden Mitteln zu denen ich in der Lage bin und mit meinem Kampfgeist und meiner Unwirksamkeit und ja hier bei YouTube sollte man sich mal langsam drüber Gedanken machen wo dieses Land insgesamt hinsteuert und ob das hier alles noch so lohnenswert ist wenn schon vereinzelt in manchen Bundesländern die Krake von irgendetwas sich durchsetzt die mit humanistischen ethischen moralischen Grundwerten und demokratischen so gar nichts gemein hat wollt ihr das wollt ihr NWO Klima hier in der Bundesrepublik Deutschland seid ihr so feige und rückgratlos alle hier in diesem Land und charakterlos dass ihr euch dem freiwillig ausliefert fragt euch das mal so das war's Bayern ist für mich für den Rest meines Lebens gestorben noch ein Krater ja und auch reisen dorthin das kann ich euch versichern naja Übrigens um es mal deutlich zu machen wenn mein Fall hier für mich ausgestanden sein wird und das wird ja früher oder später ich bin mir durchaus darüber im klaren dass das noch ein paar Wochen und Monate dauern kann bis die Staatsanwaltschaft Berlin oder wo auch immer die Justiz das alles soweit analysiert und ausgewertet hat und man auch herausgefunden haben wird wem ich den SEK-Einsatz am 6.1. zu verdanken habe aber dann war es das sie brauchen mich nicht zu abonnieren meine YouTube Karriere ist für immer zu Ende in Anführungsstrichen und da bin ich auch froh drüber und ich werde sämtliche sämtliche YouTube Kanäle die ich besitze löschen beziehungsweise alle Videos entfernen und auch nie wieder was hochladen das gilt sowohl für meinen Videospielkanal den ich noch darin umgewandelt hatte ja wo ich mehr schlecht als recht meine Videospiele vom Fernseher abfilmen und hochgeladen habe das gilt für meine verbleibenden Vinylkanäle ja also es ist vorbei ja ich kann mir doch das nicht antun hier mit diesem Produkt ja und wo sowieso kein Zusammenhalt und keine Solidarität unter den guten Menschen gegeben ist wie ich schon neulich erwähnte bei weitem überwiegen die mich angreifenden und diffamierenden und bedrohenden Mails und die Mails die mir zusprechen die auf meiner Seite sind entweder von Leuten die drangekriegt wurden oder die weil sie jemanden kannten der sich auf mich eingeschossen hat drangekriegt wurden oder auch die auf meiner Seite sind das kann ich an einer an einer Hand abzählen ja da werden noch nicht mal fünf Finger dafür benötigt ja und das zeigt mir auch darüber sehr viel wie es in der Gesellschaft um die Menschlichkeit gestellt ist nicht gut ja sage ich mal nein ich müsste der größte Narr auf Gottes Erden sein wenn ich mich mit euch hier noch je wieder weiter austauschen wollen würde und diese Plattform nutzen wollen würde und glaubt mir ich bleib am Ball ich werde dafür sorgen und vielleicht bin ich nicht der Einzige vielleicht macht das sogar Schule und wird imitiert dass auch andere sich zusammennehmen und ihr Potenzial nutzen und auch gegen YouTube klagen werden ja weil die sind nämlich mitschuldig ja die hätten das jederzeit in der Hand sowas schnell zu unterbinden selbst juristisch aktiv zu werden gegen diese hunderten und tausenden Trolle und eigentlich ist es YouTubes Pflicht sowas zu verhindern dass sich hier solche wieder natürlichen diabolischen Netzwerke von kranken perfiden und wirklich psychopathischen Leuten bilden die anderen das Leben hier schwer machen denn dazu ist Social Media nicht gedacht ja und konzipiert dass solcher Abschaum in Menschengestalt sich hier um tut und dann auch noch zugelassen wird auf Kosten von uns anständig gebliebenen ihr seht ja wohin das führen kann nein also mit YouTube ist Sense bei mir definitiv wenn das hier für mich ausgestanden sein wird und das wird es früher oder später und da könnt ihr abkotzen und da könnt ihr euch das Gegenteil für mich wünschen ich sitze am längeren Hebel das ist mein Leben nicht eures und keiner von euch hat auch nur ein Quäntchen Macht über mich und mein Leben ja merkt euch das so verehrte YouTube Gemeinde in Anführungsstrichen und Staatsanwaltschaft Berlin mir wurde jetzt eben wieder eine Mail von jemandem der sich mir gegenüber schon mal offenbart hat mitgeteilt ich filme sie hier soweit es geht ab und lese sie auch vor es reicht jetzt und so nicht so nicht ja und eure Schwachsinn den könnt ihr euch sonst wo hinstecken ihr perversen Schweine ja jetzt seid ihr fällig gut dann wollen wir mal so von Christian Jedenhof Christian Jedenhof Dienstanweisung betrifft Überwachung Mimon B Teamleitung MCG an alle Mitarbeiter Agenten die sich mit der Zielperson CP geschrieben derzeit befassen oder eingeteilt sind Dienstanweisung Dienstanweisung aufgrund der aktuellen Ereignisse muss in der Region Berlin insbesondere Ortsteil Tempelhof das Obversations- und Einsatzteam mit dem Codenamen 00 WC Frisch mit sofortiger Wirkung ausgetauscht werden dazu zählen insbesondere folgende Personen naja also ich lese das hier unter Vorbehalt vor und auch ja es kann natürlich auch nur eine Verarsche sein aber ich denke mal das ist es nicht denn ihr kriegt ja mit dass ich hier telefonisch blockiert werde ja grundlos so Reisig Sebastian Kunkelmann Beschattung Körner Anja Sultanine NWO Kontrolle des Briefverkehrs Hoja Christian Blu Störung der Kommunikationswege da haben wir es Höfinger Bernd der Banker Manipulation und Überwachung der Finanzmittel na das wäre schön wenn das klappen würde Anderskind Justin Justin Beeinflussung der Medien Winkler Reiner Drachenlord Beschattung Bekanntenkreis das oben genannte Einsatzthemen 00wc frisch wird ab sofort durch die Jelzin Bande abgelöst zu denen folgende Agenten einberufen worden sind Helwig Sven Codename Marco Grinsel Einsatzleiter Sünther Matthias Codename Syndrome Ludwig Jens Codename Louis Schöneberg Detlef Codename Gonzo Holsterhausen Gert Gert Codename Schnaps Die Einsatzorder gilt mit sofortiger Wirkung bis andere Befehle gegeben werden. Videos und Kommunikationswege werden aber weiterhin bis auf weiteres sabotiert und überwacht. Teamleitung MCG 7. April 2017. Dienstanweisung Ende. Verschlüsselungscode 4741 6545. Buchstaben Salat. Zahlen. Algorithmus. Algorithmus. Dechiffrierungsdatum 8.04.2017. Mail 2. Psychologisches Gutachten zur Person. Mimo Baraka, AKH Staatsanwaltschaft, Beschäftiger 67 und vieles mehr. Erstellungsdatum 19.04.2017. Erstellt von MCG Dr. Rainer Aache. Ort Berlin. Bericht Anfang. Mehrmal Daten zur Person männlich, Alter 50 Jahre, Brillenträger, drahtiges Haar, knochiger Körperbau mit einer Hakennase. Das ist schon mal rassistisch. Ich habe keine Hakennase. Ein bisschen breite Nase, aber keine Hakennase. Raucher. Raucher wohnhaft im Berlin-Tempelhof. Ausgangslage. So. Herr B. tritt im Internet unter verschiedenen Pseudonymen auf, zu denen unter anderem Staatsanwaltschaft, Beschäftiger 67 oder auch Modern und Epic Music Fan 67 gehören. Zusätzlich betreibt die Zielperson ebenfalls einen Kanal, in dem er verschiedene Videogames vorstellt und diese kommentiert. In seinen anderen Videos beschäftigt er sich vornehmlich mit den Obversationen und Kommentaren bzw. zu seinem Kanal und liest diversen Mailverkehr vor, der durch undichte Stellen innerhalb der NWO nach außen dringen konnte. Mehrfach versucht er zudem, die Polizei in Neustadt an der Eich zu kontaktieren und gegen Herrn Winkler Maßnahmen zu treffen, welche bislang erfolgreich unterbunden worden sind. Ja, jetzt nicht mehr. Finanzielle Angebote zum Stillschweigen lehnt er in Klammern noch ab und beruft sich darauf, dass er angeblich nicht käuflich sei. Ich bin nicht nur angeblich nicht käuflich, ich bin nicht käuflich. Die Videos auf den verschiedenen Kanälen werden dabei stets von ihm selbst mit einer penetranten, fast quäkenden Stimme vertont. Das ist auch der blanke Hohn. Ich habe schon Komplimente bekommen dafür, dass mit meiner Stimme und ob ich nicht Synchronsprecher werden sollte. Also auch für diese pietätslosen Tiefschläge wird man sich verantworten müssen. Analyse. Aufgrund der Tatsache, dass Herr B. viele verschiedene Kanäle betreibt, die auch Material beinhalten, welche auf jüngere Zielgruppen zielt, ist von einer Zuneigung zu jüngeren Personen auszugehen. Tja, dafür werde ich sie auch in den Knast und in die Forensik bringen. Ja, mich in Richtung Pedophilie schieben wollen, das ist ein starkes Stück. Ich werde sie alle systematisch zerstören. Ich werde daraus jetzt ein bundesweites Politikum machen und ich werde auch die Presse einschalten. Jetzt reicht es mir. Weiter geht's. Untermauert wird dies durch den Widerspruch, dass sich Herr B. laut eigenen Aussagen mit der Alchemie und dem Necronomikum befasst, welches eine Thematik doch eher für realitätsfremde Erwachsene darstellt. Nö, nicht realitätsfremd. Das sind alles Schriften und Inhalte, die letztendlich unser Weltbild aufgeprägt haben und die auch schon vor dem Christentum in der Welt, in der antiken Welt als spirituelle Fakten und Tatsachen gehandelt wurden. Macht euch mal ein bisschen schlau über die Geschichte der Menschheit und dann wisst ihr, dass das nichts realitätsfremdes ist. Im Verlauf seiner Videos wiederholt er mehrfach dieses Interessengebiet, sodass davon auszugehen ist, dass eine Verzerrung der eigenen Wahrnehmung und Selbsteinschätzung vorliegt. Das sagt ihr. Ne, ne, so einfach ist es nicht. Es ist nicht bekannt, ob Herr B. derzeit eine weitergehende Behandlung wahrnimmt oder irgendwelche Medikamente zu sich nimmt. Durch den SEK-Einsatz im Januar scheint Herr B. zudem ein Trauma erlitten zu haben. Nein, ich habe kein Trauma erlitten. Das hat mich nur bestärkt, gegen euch vorzugehen und euch rund zu machen und euch dran zu kriegen. Dieses hat sich beispielsweise in einer Aversion gegenüber verschiedenen Personen, Kami, Bossmonster etc. manifestiert zu haben, in denen er eine permanente Bedrohung sieht. Nein, das sind kleine Lichter. Ja, dieser mutmaßlich homosexuelle Polizist, Bossmonster aus Bayern, aus Emskirchen, Neustadt. Zur Abwehr und Kompensation dieser Bedrohung zieht Herr Baraka auch seine Mutter in Mitleidenschaft und schiebt sie als psychisches Schutzschild vor sich. Es ist davon auszugehen, dass er versucht, Leute auf verschiedene Art und Weise, Weisen zu manipulieren, egal wie hilflos diese sind, was ihn geistig und zu rechnungsfähig macht. Ja, das hättet ihr wohl gerne, ne? Meine Mutter trägt das alles mit. Meine Mutter schleppte sich mit mir am 18.01. zur Polizei und davon und danach nochmal und dafür bezahlt ihr Abschaum. So, Herr B. täuscht darüber hinaus vor, in einem Rollstuhl zu sitzen, um weitere Sozialleistungen abzugreifen, die dazu dienen, sein oben genanntes Interessengebiet der Konsolenspiele zu finanzieren. Das ist doch der blanke Wohnen. Ich sitze in keinem Rollstuhl. Ich kann rennen und bin flink wie ein Wiesel. Ich habe nie einen Rollstuhl besessen. Merkt ihr, wie pervers und krank diese Leute sind, hier falsche Informationen zu streuen? Ihr werdet ja sehen, wenn ihr mir je real unter die Augen kommen solltet, wie ich euch zusammenschlage und krankenhaushreif schlage oder zum Krüppel schlage als vermutmaßlicher Rollstuhlfahrer. Dieses skrupellose Verhalten scheint sich zu bestätigen, daher vehement abstreitet, kein Sozialschmarrotze zu sein, was aber im Widerspruch zu den uns vorliegenden Unterlagen steht. Es muss sich weiterhin die Frage, die gestellt werden, inwiefern diese Person für die Öffentlichkeit zumutbar ist. Ich bin für die Öffentlichkeit zumutbar. Ihr seid unzumutbar. Ihr terrorisiert Tausende wie mich und andere auf YouTube. Das ist inzwischen bewiesen und erwiesen. Und jetzt geht es erst richtig los. Ich werde jetzt richtig, richtig am Rad drehen. Ich werde jetzt auch wirklich die Presse hinzuziehen. Und dann wird es wirklich schlimm. Nicht nur für Sie, Herr Winkler, sondern auch für alle anderen. So, durch sein knochiges, oft auch als klabautermannhaftes Auftreten mit der anatomischen Besonderheit der Hakennase wirkt er auf Außenstehende bedrohlich und zeitweise abstoßend. Seine Stimme unterstreicht dieses Gesamtbild nochmals. Seht ihr? Wie damals bei den Juden. Wo bin ich knochig? Wo bin ich klabautrig? Wo habe ich eine Hakennase? Das kostet sie ihr Leben, ihr gesellschaftliches. Ich verlange sofort, dass die Kripo und SEK und der Staatsschutz sich einschalten. Ja, aber ganz, ganz, ganz schnell. Ja, und jetzt ist das maßvoll. Ja, wenn nicht bald dieses Netzwerk hochgenommen wird von diesen Teufeln der Menschengestalt, werde ich auch zu unorthodoxen Mitteln greifen, um Öffentlichkeit zu schaffen. Keine Spur von Gewalt, nur mein Intellekt, meine Zunge und mein Herz und das Wissen um alles, wie alles zusammenspielt, sind meine Waffen und die richtigen Gänge zu den richtigen Behörden. So, durch das Ansprechen eines imaginären Publikums in seinen Videos sowie das Vorspielen alter Musiktitel, scheint Herr B. zwanghaft zu versuchen, seine geistige Verwirrung zu unterdrücken. Insgesamt erscheint es, als würde Herr B. eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellen, sodass über weitere Maßnahmen beraten werden muss. Nein, die Gefahr, die seid ihr. In die Richtung geht das, ne? Ja, naja. Euch klicke ich schon dran. Empfehlungen. Anweisungen an das Jobcenter Sozialamt, Leistung zu reduzieren und sich einer psychologischen Behandlung zu unterziehen. Observation von Herrn B., um notfalls ein schnelles Angreifen zu gewährleisten. Schaffung eines Vertrauensverhältnisses zu einer Person. Weiterhin Überwachung des Telefonanschlusses mit selektiver Rufumleitung. Verdeckte Medikation ist auch möglich. Leitungswasserkauf von Getränken aus Märkten. Berlin, 20.04.2017. Freigegeben durch Marco Grinsel. Tja. So viel dazu, ne? Dann macht mal Staatsanwaltschaft und Justiz. Es wird höchste Zeit. Ansonsten hänge ich das an die ganz große Glocke und ich fordere auch jetzt schon die Presse auf, sich da einzuschalten. Die authentische Presse, wie Spiegel, Tagesspiegel, Morgenpost, wo auch immer. Jetzt wird's lustig. So, auch wenn Ihnen bei der Staatsanwaltschaft zu Berlin dieses Dokument, was ich jetzt hier nochmal vorlese, ausgegeben im Anlass aufgrund der weiteren Entwicklung gegen mich hier gerichtet, lasse ich es mir nicht nehmen, das hier nochmal zum Besten zu geben. Mit der Vorrede von mir in diesem Augenblick. Ich erwarte und fordere von der Gesellschaft, von der Justiz, von der Staatsanwaltschaft, wo auch immer ein, schnellstmöglich diese Leute zu frequentieren, aufzusuchen mit Kripo, mit SEK und weg mit Ihnen. Ja, ansonsten werde ich in den nächsten Tagen im neuen Monat Behördengänge absolvieren, vor Ort die Polizei einschalten und auch die Presse frequentieren. So, wie ihr ja wisst, wurde an meinen gehackten Arschlochterminator 67 Account seinerzeit mir dieses wichtige Dokument zugeschickt. Ich lese es nochmal vor. Und dann nehmen Sie das bitte zur Kenntnis bei der Staatsanwaltschaft und was ich von Ihnen ganz schnell einfordere. Ja, dass dort jetzt das SEK einrückt und die Kripo. Denn diese Farce muss jetzt ganz schnell zu einem Ende kommen. Ja, auf meine und meine Mutters Kosten hin. Ja, also. All diese Personen, die ich jetzt hier erwähne und bevorlese, vom Inhalt her, sind schuldig. Ja, und stehen im unmittelbaren Kontext mit meiner am 4.1. hier in Berlin gegen Rainer Winkler geschalteten Anzeige und dem obskuren und mich vollkommen überraschenden SEK-Einsatz zwei Tage später am 6.1., in dem mir vorgeworfen wurde, ich hätte in jungen Jahren aktive Sterbehilfe geleistet als aktiver Krankenpfleger. Ja, das ist der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen. Und all diese Herrschaften, die ich hier vorlese, sind Teil dieses ganzen Mosaiks und das wissen Sie auch. Und die haben ganz schnell aus dem Verkehr gezogen zu werden. Ansonsten mache ich die gesamte Bundesrepublik nachrisch und gebe auch nicht so lange Ruhe, bis mir Gerechtigkeit widerfahren ist, mir und meinem Leben. So, also damals mein Informant schrieb, Hallo Herr Baraka, erstmals möchte ich mich bei Ihnen von ganzem Herzen persönlich entschuldigen für das, was ich geschrieben habe und möchte Ihnen gleichzeitig Informationen über einige Anhänger der Sekte in Emskirchen als Schauerberg liefern, die ich in den letzten Wochen und Monaten sammeln konnte. Was ich getan habe, war falsch und ich möchte jetzt aussteigen aus der Szene, denn der Druck, der dort aufgebaut wird, wird langsam unerträglich für mich. Ich hoffe, Sie können mir verzeihen. Bitte veröffentlichen Sie nicht, dass ich Ihnen die folgenden Informationen zugespielt habe, denn das könnte ein böses Nachspiel für mich haben. Ich möchte mich bessern und hoffe, Sie hiermit etwas entschädigen zu können. Hier die Daten, die ich über die Anhänger dieser Sekte habe. Wundern Sie sich nicht, wenn ich weiterhin ab und zu Kommentare bei Ihnen poste, denn das muss ich tun, um nicht auffällig zu werden. Ihre Identität bleibt ja gewahrt. Ich kann das ja auch nicht wirklich zurückverfolgen, wer Sie sind in Person und Sie werden sich schon schützen können. So, angefangen hat es ja auch mit dem ersten Herrn hier auf der Liste, mit der Urheberrechtsverletzung meiner Videos und mich als klappregen Klabautermann hinstellen und als Altnazi oder wie auch immer. Und zwar der Hatebox. Markus Gröhe, alter Unbekannt, wohnhaft in Emskirchen, einfacher Schreiberling, kleines Licht. Dann der, wo man mir auch jetzt neulich weismachen wollte, der Mann wäre unbedeutend, was natürlich gelogen ist. Mein werter, homosexueller, christlicher Freund. Sie wissen, wer gemeint ist und Sie können sich denken, dass ich auf Ihre Mail nicht eingehe. So, der Tim Wiese nämlich. Samuel Wieland, 34 Jahre alt, wohnhaft in Neustadt an der Eisch bei Emskirchen, vermutlich Mitglied einer Freimaurerloge. Dann, und auf den kommt es an, ich nehme stark an, dass dieser Herr der Draht- und Strippenzieher überhaupt ist hinter dieser Agenda gegen mich. Johann von Grafenfried oder auch Grafenfeld, wie er sich manchmal nannte, Professor Jaron Wiesenthal mit TH und das Jaron mit Y, sehr wahrscheinlich Staatsanwaltschaft aus Frankfurt, mutmaßlich Frankfurt am Main, sage ich jetzt, Meister vom Stuhl in einer Frankfurter Freimaurerloge, bekennender Satanist, hohes Tier. Da gilt es dann auch, diesen Mann zu untersuchen, zu besuchen mit Kripo und SEK und auch seine Freimaurerloge näher zu beleuchten und gegebenenfalls aufzulösen, meine Damen und Herren von der Justiz. David Del Nose, Dr. David Meiersdorf, wohnhaft in der Nähe von Emskirchen, vermutlich ebenfalls Mitglied einer Freimaurerloge, hohes Tier, nichts weiteres bekannt. Der Herr Dr. Meiersdorf versuchte seinerzeit zu mir auch einen realen Kontakt herzustellen, das ist noch rekonstruierbar in meinen E-Mail-Fächern und lud mich mal zu einem Hangout ein. Ja, das war nur am Rande. Und Herr Meiersdorf war auch präsent am 8.2., als ich in meinem Internetradio, wo ich Stammhörer war, was ich ja nun erledigt habe, wo dann der Chat geflutet wurde von euch Teufeln und der Chat zeitweise abgeschaltet wurde. Ich bin da jetzt als Hörer nicht mehr gelitten, weil ihr da präsent gewesen seid. Ja, also so zerstört ihr auch das Internetleben, ja, das harmlose, der Unterhaltung dienende Internetleben von Leuten wie mir. Denn ich war immerhin fast drei Jahre Stammhörer bei diesem Radio und das hat dann auch Konsequenzen. Herr David Del Nose und auch der Drachenlord Rainer Winkler und Kopfnusskalli tauchten ja damals dann noch in den Chat auf, gegen 23 Uhr, den ich dann natürlich schnell verlassen habe, weil ich mir das natürlich nicht geben wollte. Und davor, das ist ja hier dokumentiert auf meinem YouTube-Kanal, waren Sultanine NWO, Sultanine 99 ehemals, Anja Körner und so weiter präsent, die man ja auch hier versucht hatte, auf mich anzusetzen, ne, die mir zumindest zweimal ein paar scheißfreundliche E-Mails geschrieben hat. Einmal wollte sie mir eine Postkarte schicken zu meinem Geburtstag, das andere Mal fragte sie scheinheitlich nach, wann ich mal wieder ein Let's-Play-Video auf meinem Videogames-Kanal machen wollen würde. Das kann alles hier auf meinem PC eingesehen werden von der Polizei, wenn sie mir das nicht glauben. So, ja, das war der David Del Nose. Dann der Kopfnusskalli, der Karl-Heinz Hess, ebenfalls wohnhaft in Köln, vermutlich mehrfach vorbestraft, wegen Verstöße gegen das BTMG, gibt sich als Rollstuhlfahrer aus, kann aber laufen und ist sportlich. Dieser Mutmaßler, hier Kopfnusskalli, rief ja bei mir, ich glaube, das muss dann doch am 21. Januar oder so gewesen sein, nicht im Februar, wie ich neulich mal sagte. Und da hieß es ja dann, er hätte Geld von Herrn Winkler bekommen, mir die Augen auszudrücken und ich wäre ihm ja eigentlich doch sehr sympathisch menschlich und ich solle doch bitte ein Video erstellen, in dem ich darum bitte, das Bleiben sein zu lassen. In meinem ersten Schockmoment habe ich das da seinerzeit dann auch gemacht, aber dann hat es natürlich bei mir gemacht. Ja, da gilt es dann auch im süddeutschen Rhein-Main-Gebiet, im Kölner Raum und Frankfurt am Main, aufzutauchen mit der Polizei, ne? So, dann haben wir hier das Bossmonster und daran schließt sich der Kreis. Vielleicht habe ich sogar mit diesem Polizisten am 4.1. gesprochen oder am 2.1. vielmehr und bin deshalb seitdem blockiert und komme nicht mehr zur Polizei nach Neustadt im Skirchen durch. Denn der Bossmonster heißt in Wirklichkeit Klaus Czeskowski mit CZ, alias Kurt, 29 Jahre alt, homosexuell, wohnhaft in Altschauerberg, arbeitet bei der Polizei Emskirchen. Könnte ja sein. Dann haben wir hier unseren Mario-Heinz Terrorfürst, kennen Sie ja bereits. Rainer Winkler, angesehenes Mitglied der Szene, tarnt sich als Unterhaltungs-YouTuber. Ja, und da bleibt es der Staatsanwaltschaft und Polizei überlassen und das muss auch bewerkstelligt werden, inwieweit Herr Winkler da persönlich mit mir am 2.1. gesprochen hat oder er sich irgendwelcher Sprachsamples bedient hat, ja, da irgendwas vom Band lief und dann zum jeweiligen Zeitpunkt die Taste gedrückt wurde. Denn die Stimmlage ist natürlich eine andere als die des Herrn Rainer Winkler, so wie er hier bei YouTube kursiert. Aber das spricht diesen Herrn ja nicht frei. Und ich bin mir ziemlich sicher, Herr Rainer Winkler, selbst in Person, so scheinbar mutmaßlich harmlos, wie er in seinen Videos und leicht trottlich auch rüberkommt, in seiner Körperfülle, ist da nicht so schuldlos an solchen Entwicklungen. Und Sie, Herr Winkler, Sie nicht. Sie sollten sich schon mal damit vertraut machen, dass Sie haftbar gemacht werden von mir, ja, für Ihre kriminelle Energie, die Sie hier an den Tag legen und ungefragt in das Leben von anständigen Bürgern wie mir reinplatzen. Und Sie haben ja mutmaßlich mich als Mario-Heinz Terrorfürst auch aufs Übelste beschimpft und meine Mutter auch, ja, und das hat Konsequenzen. Und das bringt Sie ins Gefängnis oder in die forensische Psychiatrie, ja, nicht wenige von Ihnen. So, dann den Perf-Doc alias Captain Extreme Penis, ebenfalls homosexuell, 20 Jahre alt, hat eine Menge Schulden, ist aktuell arbeitslos, war lange Zeit obdachlos. Und dann, jetzt kommt es, meine Damen und Herren, denn ihr erinnert euch ja, dass der Staatsanwaltschaftsbeschäftiger YouTube-Kanal davor Rockabilly Countryfin 67 war und ich hier meine Platten hochgeladen hatte, bevor ihr losgelegt habt. Und es gab da mal einen Kommentar und das ist auch rekonstruierbar, YouTube ist juristisch auch verpflichtet, das offen darzulegen, wo ein gewisser David Belmonte mal fragte scheinheilig, ob ich schon wieder bei Lidl war. Niemand auf dem Planeten Erde weiß, dass ich hier in meinem Berliner Bezirk Tempelhof ab und zu Lidl frequentiere. Also, was heißt das, dass ich auch real von diesem Herrn observiert wurde und man meine Gänge hier bisweilen beobachtet und guckt, wo ich mich so rumdrücke in meinem Leben. Und dieser David Belmonte ist in real niemand anderes als mit Apostrophe geschrieben, ein André Knobel, 33 Jahre alt, ist Polizeibeamter im Berliner Tempelhof und Mitglied im Lions Club. Auffälliges Merkmal, hat ein kleines Bafo-Mettattoo auf dem Handgelenk, fliegt Kontakte zu hochrangigen Politikern, die Ihnen jetzt nicht mehr viel helfen werden, Herr Knobel. Und das sollte auch die Polizei und die Justiz aufschrecken, dass es in den eigenen Reihen solche undichten Stellen gibt und solche obskuren Persönlichkeiten mit solch einer menschenverachtenden Gesinnung und menschenwidrigen Philosophie, Anbetung des Teufels, Bafo-Mett und so weiter unterwegs sind und da offiziell hier im Dienste des Landes tätig sind, zu unserer aller Sicherheit. Ja, also, es ist einfach nur noch lächerlich. Und so, dann der Tobias Community, ja, der Janis Bogarelli, auch einer, der schon mehrfach schriftlich unangenehm bei mir aufgefallen ist, ja, über meine YouTube-Kanäle und die damit verknüpften E-Mail-Konten. Janis Bogarelli arbeitet vermutlich als Spitzel für die NWO-Bekennende-Satarnist. Und dann haben wir hier einen Fixspender, 22 Jahre alt, kleiner Schreiberling der NWO aus Rebenbräuch. Verdient etwas Taschengeld damit, auffälliges feminines Äußeres, hat helles, rotes Haar und Sommersprossen. So, und dann haben wir hier eine junge oder wie auch immer nicht junge Dame, eine mutmaßliche Ärztin, die scheinheilig seinerzeit mit mir auch kommuniziert hat und fragte, ob ich Rolling Stones Platten habe, die übrigens dann auch meiner Mutter einen schönen Aids-Tod gewünscht hat im Schriftverkehr gegen mich über meine E-Mail-Fächer. Die Möa Moasta mit Doppel-R, vermutlich Frau Dr. Diekmann, Fachärztin einer psychiatrischen Anstalt in Bayern, weiteres unbekannt. Und dann haben wir hier einen Aaron Fiedler, Realnamen Karl Ehrenfeld mit H, fungiert als Mittelsmann, arbeitet laut eigener Aussage beim Sozialgericht Berlin. Dann haben wir hier einen Florian CZ, wohnhaft in Veitsbronn, Veits mit V, bei Emskirchen, weiteres nicht bekannt. Und dann haben wir die mir nun zu gut bekannte Sultanine 99, jetzt nennt sie sich ja Sultanine NWO, die mutmaßliche Anja Körner, die laut meiner Information hier entweder 26 Jahre alt ist, an anderer Stelle ist sie schon 33, aber das sei eher umbenommen. Sie werden viele Jahre ihres noch jungen Lebens im Knast verbringen, das garantiere ich Ihnen, Frau Körner, ist unter anderem für die Organisation in Emskirchen zuständig. Und dann haben wir hier den Brohead, George González, 33 Jahre alt, wohnhaft in Emskirchen. Habe ihn einmal persönlich getroffen, verschwiegener Mann, angesehenes Mitglied der Szene, auffälliges Merkmal, er verlor bei einem Arbeitsunfall vier Finger seiner rechten Hand. Der Zeigefinger ist noch vorhanden, weiteres ist mir über ihn nicht bekannt. Und der letzte ist, und das ist auch so ein scheinheiliger Geselle, der sich versucht hatte seinerzeit bei mir etwas Liebkind zu machen, bis ich dann hier dieses Dokument zugespielt bekommen habe, über meinen gehackten Arsch, Terminator 67, Account der Schaab, Kevin Kretz mit TZ25, Student und Schreiberling aus Emskirchen. So, dann rotiert mal, rotiert mal. Ja, ansonsten bin ich in den nächsten Tagen, beziehungsweise wenigen Wochen bei entsprechenden Behörden, Justizbehörden und auch noch woanders, und werde auf die Presse hinzuziehen. Ja, diese Schlammschlacht, diese ruchlose Farce wird von mir radikal im Keim erstickt. Und ihr alle werdet eures Lebens nicht mehr froh. Und manch einer von euch wird, wenn er dann in seiner Zelle sitzt oder in der forensischen Psychiatrie durch mein Hinwirken gegen euch gelandet ist. Ohne Worte. Seht euch auch das andere Video an, mit diesen diffamierenden, beleidigenden Äußerungen. Mich einmal sozusagen zum Judenstilisieren wollen, zum Klischee, Haken, Nase, Knochig. Wo habe ich denn eine Haken, Nase? Und dann auch noch mir unterschwellig subtil Pädophilie vorwerfen wollen. Und das kostet, das kostet euch alle eurer Existenz. Also, diesmal besteht ja bestimmt kein Grund, wieder mit der Polizei einzurücken. Ja, ich wehre mich nur meiner Haut und stelle mich schützend vor mich. Und dass ich hier eine breite Öffentlichkeit schaffe, ist das Beste, was mir mal passieren kann. Dann kann nämlich niemand behaupten, er hätte nichts mitbekommen und nicht gewusst, dass hier ein unbeschaltener Bürger, der das auch wieder sein wird, hier übelst vorgeführt wird, durch eine Internet-Mafia. Ja, durch kranke, pervertierte Perverse, einer humanistischen, rechtswidrigen und undemokratischen Philosophie folgend, sprich praktizierten Satanismus, um das Kind mal beim Namen zu nennen, und dass man diesen Leuten ihre Grenzen zeigen muss. Ja, so, gut. Und das ist jetzt wirklich auch das letzte Video. Ich denke, hiermit habe ich jetzt meine Schuldigkeit meinem Leben und dem meiner guten alten kranken Mutter erbracht. Und alles andere liegt bei der Justiz. Also, SEK, Kripo, Staatsschutz. Denn zumindest im Freistaat Bayern scheint es so, dass da schon eine massive Unterwanderung durch diese Subjekte stattgefunden hat. Nehmen Sie gerne meine Videos bei der Justiz als Grundlage dafür und als Bestätigung. Ja? Ah ja, gut, Mama. Geht also immer noch nicht. Gut, das ist auch beweiskräftig für die Staatsanwaltschaft und die Justiz. Man kann zwar hier anrufen, aber die Leitung ist tot. Gut, das ist jetzt hiermit bewiesen. Also, Staatsschutz, Polizei, ihr habt genug Hinweise auf den Täterkreis, auf die Leute, die meine Leitung hier manipulieren. Jetzt ist Besetzzeichen. Gut, 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 gut. Also, rotieren. Ja? Ihr habt auch am Wochenende nicht frei. Ja? Hier werden die Bürgerrechte eines anständig gebliebenen Bürgers beschnitten, der von heute in der Menschengestalt in der Bundesrepublik Deutschland kriminalisiert wurde. Und man beißt sich an mir fest, weil man einfach Angst vor mir hat. Letztendlich, weil man weiß, dass das dicke Ende nach meinem Leben noch kommt. Und, ja, damit ist das jetzt bewiesen. Das war eben meine Mutter, die versucht hat, zu mir durchzukommen. Wir haben uns abgesprochen, dass sie in zehn Minuten mal anrufen soll. Telefon klingelt zwar, aber Leitung ist tot. Jetzt klingelt es noch mal. Na, wollen wir mal ran gehen. Es wird ja alles aufgezeichnet. Ja? Das ist wohl noch mal meine Mutter, vermute ich mal. Oder ist sie jetzt erst? Ja, wieder alles tot. Gut, dann macht mal Staatsanwaltschaft, Staatsschutz und so weiter. Irgendwo hört es auf. Oder muss ich zur Presse gehen? Kein Gespräch möglich, nach wie vor, aufgrund der Agenda der NWO-Teufel. Euch kriegen wir schon klein. Euch kriegen wir schon klein. Euch Abschaum. Gut. Dokumentiert bewiesen. Heute ist der 21.04.2017. Es ist 16.50 Uhr, Berlin. So. Jetzt zieht sich die Schlinge um eure Hälse zu. Aber erwarmungslos. Und so soll es auch sein. Ja, ich bringe die Justiz auf Trab. Ja, ich bringe sie. Ja, ich bringe die Ohne. So. So, SEK, Staatsschutz, drei Kommentare hier auf meinem Staatsanwaltschaft-Beschäftiger-Kanal. Groß NWO, Verwaltungszentrum Emskirchen, hat Folgendes geantwortet. Gibt's auf Mello? Das führt zu nichts. Nein, ich fange erst an, vor circa zehn Minuten. Dann ein Karamello mit Doppel-L und einem roten K als Icon hat Folgendes geantwortet. Hey, ich habe doch gar nichts gegen dich. Bist du dir zu 100% sicher, dass der Drachenlord aus dem Fränkischen ist, unser dicker Mettel? Ja, ich denke mir zumindest, er ist nicht ganz unschuldig an so einer Entwicklung. Und nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen YouTubern. So, und der dritte Kommentar. Ja, nochmal, NWO, Verwaltungszentrum Emskirchen, hat Folgendes geantwortet. Na, wen haben wir denn da? Hallo Mimon, warum denn gleich so aggro? Wie Sie sehen, ist die Mehrheit der Meinung, dass die Lordschaft vom Altschauerberg nicht der Anrufer vom bla 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 bla. Ja, was schreiben Sie noch weiter? Mal gucken. Ja, ja, und dann hier auch wieder rassistisch. Ja, der, ein anderer, Tischlein, Tischlein deckt dich. Der Kerl tut mir wirklich leid, muslimischer Vater, schlimm, sowas. Nö, ich tu mir nicht leid, ich bin ja bei meinem guten Elternteil meiner deutschen Mutter herangewachsen. Ja, und dann hier NWO, Verwaltungszentrum Emskirchen, vor elf Minuten, mutmaßlich saufen, Frauen schlagen und ETS übertragen. Ja, also, tja, NWO, Verwaltungszentrum Emskirchen. Er tut mir leid, er ist psychisch krank und wird so verarscht, er zittert während des Gesprächs. Nein, er merkt nicht, dass er verarscht wird und spielt auch nicht mit. Nein, ich bin nicht psychisch krank. Die Kranken, die Perversen, die Pervertierten seid ihr. Bei mir hat das Ganze eine tiefere spirituelle Dimension. Und wer ein bisschen Menschenkenntnis hat, weiß auch, dass das stimmt. Ja, ja, und dann hier ein Schwachkopf, der sich Mohamed Ghetto Berlin nennt, vor zwei Wochen. Er will es, deshalb versetze ich auf sein Trinkwasser mit Blei und Antibiotika und öffne täglich seine Post hin und wieder verrücken wir seinem Übel, wenn er mit seiner alten Mama beim Arzt ist, aber gerade so viel, dass er sich selbst in den Wahnsinn treibt. Mim und der ETS-Kranke Methusel im Nafri. Tja, ihr Strichangang für solche abfälligen Kommentare und solche einen hanebüchenen Schwachsinn. Dann fahrt ihr ein Nutzername gesucht, ein Wort schreibt, der tut mir voll leid irgendwie, er merkt halt auch nicht, wie er von den Bengeln verarscht wird. Und dann ein E-Locko mit Doppel-L und C-775 würde mir leid tun, wenn er sich nicht selber ständig filmt, beim selber leid tun. Ja, 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 ich tue mir nicht selber leid. Soll ich euch, soll ich dafür sorgen, dass zu euch das SEK kommt? Ja? Ja, Luke de Ratto, Luke de Ratto. Tja, die Klapse wartet auf den Mim und den ganz bestimmt nicht. Da kann er dann mit Markus Kießling, wer immer das ist, süße Geister streicheln. Naja, wie auch immer, ihr seht, das Ganze hat Methode und soll immer so weitergehen. Aber Schluss ist mit lustig. Die letzten Videos sind deutlich genug und ich denke mal, das bringt die Staatsanwaltschaft jetzt auch wirklich auf Krab. Auch hier meine Telefonvideos, die beweisführend sind, dass YouTube da mit drin hängt. Übrigens YouTube, ja, schön weiterleiten an YouTube, Telefonica Germany. Ich würde sagen, wir ziehen die fristlose Kündigung jetzt in Betracht, dass sie mich sofort freigeben für die Telekom und nicht erst im Dezember, wie wir das vereinbart haben. Denn ich habe hier lückenlos bewiesen auf der Social Media Plattform YouTube, dass sie mit drin hängen und dass sie das begünstigen und nähern und unterstützen, dass ich hier blockiert werde. Und keine Telefongespräche mehr hier eingehen. Nicht nur jetzt zwischen mir und meiner Mutter, die hier im selben Mietshaus wohnt, auch generell komme ich nicht mehr raus mit meinem Telefon, das nicht defekt ist. Und da stecken die Leute dahinter in ihren Reihen bei YouTube, die dieser NWO-Agenda oder diesen kranken, pervertierten, perversen Leuten dieser Sekte oder was immer das für ein Pulk ist, zu arbeiten. Das ist hiermit bewiesen. Sie sollten mir bald schriftlich in Bezug nehmend auf meine Kundennummer schreiben, dass sie aus Kulanzgründen mich früher aus dem Vertrag lassen. Sie kriegen kein Geld mehr von mir und wenn mir das Internet abgestellt wird, ist das vielleicht auch gar nicht mal das Verkehrteste. Ich komme auch gut ohne Internet klar. Ich gehöre nach zu einer Generation, die ohne groß geworden ist. Also YouTube, Telefonica Germany, pronto. Kann sein, dass auch bei Ihnen bald die Polizei und das SEK einrücken wird und irgendwann mal auf Basis meiner Videos herausfinden wird, welche undichte Stelle bei Ihnen da im Personal sitzt und dem zuarbeitet, was mir hier angetan wird seit Anfang Januar und im Prinzip schon seit Ende Dezember letzten Jahres. Großer Fehler, mich jetzt unmittelbar persönlich zu bedrohen, wie gestern am 22.04. hier geschehen mit einer Droh-Collage, überbracht von einem Kurier, den ich auch beschreiben konnte. Großer Fehler. Großer Fehler. So, ein kleiner Blick in mein E-Mail-Fach, ohne dass ich die E-Mails öffnen musste. Mir wurde das schon mal angekündigt, dass sowas dann praktiziert wird. Lieferando, ich habe lieber euch was bestellt, also wenn ihr hier auftauchen solltet. Ja, das ist alles NWO-Agenda. Ja, und Sie, Herr Dr. David Meiersdorf, sind jetzt auffällig, wenn Sie meine Adresse veröffentlicht haben. Ja, offiziell. David denn los. Ja, also auch bitte sofort das SEK und die Kripo zu diesem Mann schicken und den Staatsschutz. Ja, dieser mutmaßliche Doktor, Freimaurer und so weiter. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ja, und macht mal weiter so. Ihr werdet schon sehen, wohin das führt. Für jeden Einzelnen von euch. Denn wie gesagt, mein YouTube-Kanal Staatsanwaltschaftbeschäftiger67 ist scharf. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei und die Kripo kriegt das alles mit. So, so, ausgegeben im Anlass lese ich jetzt wieder eine Mail vor, die mich erreicht hat. Ob die authentisch ist oder das Hanebüchner Mist ist, das müsst ihr selbst entscheiden. Es dürfte jedenfalls auch interessant sein für die Justiz in Bayern. Ich lese das so vor, wie es mich erreicht hat. Ich weiß nicht, was der Inhalt genau ist. Ich habe die jetzt bisher nur überflogen, aber ich lese das jetzt vor. Ich weiß nicht, ob die Adresse, die E-Mail-Adresse, die aus der Schweiz ist, da authentisch ist. Aber ich lasse das natürlich außen vor, weil ich denke, wenn das authentisch ist, darf ich den Herrn nicht verraten, der mir die geschickt hat. Sehr geehrter Herr Baracke, ausgegeben im Anlass melde ich mich bei Ihnen. Kürzlich machte mich ein guter Bekannter aus Köln auf die Demütigungen und Verbrechen aufmerksam, die Sie seit Anfang des Jahres auf Ihren YouTube-Kanälen abspielen. Genau, koordiniert durch eine Organisation, die sich NBO nennt. Ohne es zum damaligen Zeitpunkt zu wissen, bin auch ich bereits mit dieser Verbrecherbande in Berührung gekommen. In meinem Beruf bin ich unter anderem für die Einrichtung und Vermittlung von leer stehenden Büroräumen im In- und Ausland zuständig. Einer unserer Auftraggeber, der die Dienste unserer Firma zum ersten Mal im Oktober 2015 in Anspruch genommen hat, lässt sich mit ziemlicher Sicherheit dem mutmaßlichen Herrn Rainer Winkler wohnhaft in Emskirchen 91448 zuordnen. Das von der Organisation gekaufte Gebäude befindet sich auf dem Grundstück Hermoises 23 in 91413 Neustadt an der Eich, etwa 8 Kilometer von Emskirchen entfernt. Der Auftraggeber hatte damals sehr ungewöhnliche Sonderwünsche, wie etwa 1 zu 99,99% ausfallsicheren und anonymisierbaren 10 Gigabit Internetanschluss, sowie die Installation von drei Hochleistungslaserdruckern pro Büroraum. Ein Internetanschluss dieser Art war zu diesem Zeitpunkt an dem Ort technisch nicht möglich. Wie ich erfuhr, wurde dieser jedoch bereits nach kurzer Zeit durch aufwendige Bauarbeiten, durch die unter anderem eine historisch bedeutende Grünanlage abgerissen werden musste, zur Verfügung gestellt. Gerüchten zufolge wurde dies von der Telekommunikationsfirma O2 Deutschland veranlasst, was ich jedoch nicht mit Sicherheit bestätigen kann. Mir kam der Auftrag bereits damals komisch vor und seit ich Ihren Fall kennengelernt habe, beschloss ich auf eigene Faust nachzuforschen. Unter dem Vorwand einer technischen Überprüfung erhielt ich zwei Stunden lang Zugang zu besagten Gebäude und konnte dort mithilfe eines befreundeten Informatikers eine Zeit lang den Netzwerkverkehr mitschneiden. Wir konnten uns Zugriff auf eine Datenbank verschaffen, die ich Ihnen anbei senden werde. Einige Namen kennen Sie sicherlich bereits. Das liegt daran, dass einige Mitglieder der NWO offenbar zwischen verschiedenen Stationen pendeln müssen, wenn sie zu einem Außeneinsatz geschickt werden. Ich hoffe, Sie können mit diesen Informationen etwas anfangen und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Sicher werden Sie es verstehen, dass ich meinen echten Namen nicht nennen kann, da ich bereits gegen Auflagen meiner Firma verstoßen musste, um an diese Informationen zu gelangen. Es folgt der Auszug aus der Datenbank, die mein Bekannter ausgewertet hat. So, NWO Kai Ja, Sie hatten mich ja auch schon mal angeschrieben, Herr Postel, glaube ich. Ja, so, dann haben wir hier fröhlicher Freimaurer. Internal alias FFM, Registration Date, 2016, 23.03.14.16.34. Date of Birth, 1986, 21.12. First name Elke, last name Feo Ney, mit Ypsilon. Jobcode Baraka YouTube. Beobachtungsposten für Musikkanäle von Mimum Baraka. Studierter IT-Fachmann, hat amerikanische Kontakte zur YouTube-Geschäftsführung, lässt teilweise Kommentare und Nachrichten verschwinden. So, 00 WC Fresh, das kommt einem ja bekannt vor. So, 2016, 21.03.10.14. Geburtsdatum, 12.07.1984. Matthias mit H. Lund, starten los YouTube. Beobachtungsposten für die Regime-Kritiker, Rüdiger Hoffmann und Helmut Kuschoujev. Kommenz-Kontakte zur Gemeinde Puttelkow bei Wittenburg, aktuell geringe Priorität. So, dann haben wir hier jemanden, wo keine Arias sind, aber 2016, 21.07.1749, 14.04.1989, geboren. Beobachtung Yvonne Brückel, mit L ohne E, Baraka intern. Studierte Psychologin, analysiert im Hintergrund das Verhalten von Mimum Baraka und plant die nächsten Schritte im engen Kontakt mit Anja Körner von der Zentrale in Emskirchen. Ihr erinnert euch, Zyltanina NBO, ehemals Zyltanina 99. Entfernte Verwandte von Johann von Grafenfried, also mutmaßlich dem Jaron Wiesenthal, dem mutmaßlichen Staatsanwalt aus Frankfurt am Main, ihr erinnert euch, nicht auf YouTube vertreten, zentrale Rolle darf Gebäude nur mit Personenschutz verlassen. So, ah ja, das ist derjenige, von dem, von dessen, von dem dann die Mutter sich an mich gewandt hat, was hier auch veröffentlicht wurde. Vegan in Afghanistan, ja, 17.02.2017, 2.11 Uhr, Geburtsdatum 1999, 12.02. Maximilian, last neben Meister, Baraka YouTube. Engagierter Neuzugang, verfasst Kanalkommentare und private Nachrichten am Mimum Baraka, agiert sowohl von zu Hause auch als auch am Wochenende im Büro. Achtung, derzeit nicht erreichbar, aufenthaltsunbekannt. Letzter Kontakt, 4.04.2017 gegen 5.25 Uhr, möglicherweise in Polizeigewaltuntersuchungen dauern an. Ja, ja, das ist ja wohl dann auch der Fall. So, dann haben wir hier wieder ein Ohne-Alias, aber Registrierungsdatum ist der 12.09.2015, 16.2045 Sekunden, Geburtsdatum 1965, 29.07. Johannes Wildsen mit T und S, Jobcode Tech, groß geschrieben. Hausmeister und technischer Ingenieur des Gebäudes in Hermäuses, vorbestraft wegen Verstößen gegen das Waffengesetz. Lange Regist, Mitglied, zuverlässig und schnell bei der Lösung von technischen Problemen, pflegt die NWO-Mitglieder-Datenbank. So, NWO-Windhög, alias, NWO groß geschrieben und hög mit O, E und K. Und internal alias haben wir nicht, Registrierungsdatum 2015, 10.04.19.03, Geburtsdatum 1972, 11.03. Salvatore Jimenez mit Apostroph Jobcode Eco Baraka YouTube, Geldgeber des Gebäudekomplexes in Neustadt Hermäuses, Immobilienhändler agiert derzeit von Namibia aus. Naja, ja, wie gesagt, unter Vorbehalt lese ich das hier alles vor. Ah ja, da haben wir ja wieder jemanden, das ist vielleicht ganz interessant. Mario Heinz Terrorfürst, internal alias top, Registrationsdate 2011, 7.04.00 Uhr, date of birth 1989, 8.02.00, Winkler-Reiner, Jobcode Eco Baraka YouTube, Baraka intern, Friedi Miller intern, diese arme Frau, die versucht auch fertig zu machen, startenlos intern, DC und 6147 weitere Organisator, Koordinator der Organisation im Raum Europa, agiert hauptsächlich von Emskirchen aus, besucht aber die Station in Hermäuses zweimal wöchentlich, um sich mit Yvonne Brückel und Anja Körner zu beraten. SNER-Code GLA000-00-003, Reality-Index, viermal die Zahl 9. So, dann haben wir hier ein, ich bin bald fertig damit. Dorian, der Übermensch, internal alias, nix, Registration date 2015, 19.08.21 Uhr, 2.00. Geburtsdatum 1992, 4.01. First name Dorian, last name Malte, Jobcode intern, Gen YouTube. Propaganda-Beauftragter in der Domäne Winkler, homosexuell, plant und inszeniert diverse Pseudo-Heat-Aktionen gegen Rainer Winkler, um eine Opferrolle vorzutäuschen und Mitleid zu erlegen, tarnt sich als Rap-Musiker. So, dann haben wir hier, das ist mir auch schon mal aufgefallen, einer, der sich nennt Rainer Stinkler, internal alias IMP, Registration date 2014, 11.02.14.34, 1991, 11.09. Realer Name mutmaßlich Herbert Breitsamer, Jobcode Baraka YouTube, Propaganda-Beauftragter in der Domäne Winkler, Enkel eines bekannten mittelfränkischen Honigproduzenten, langjähriger Bekannter von Rainer Winkler, täuscht eine Opferrolle des Herrn Winkler vor, indem er diesen beleidigt, derzeit auf Mimum Baraka angesetzt. So, und dann haben wir hier jemanden, der mir auch schon mal aufgefallen ist. Abdulla Islam TV alias internix, Registration date 2016, 15.11.19.2.39, Geburtsdatum 1997, 29.05. Muhammad Al-Amadi, naja, ob das alles so stimmt. Jobcode Friedi YouTube, Beobachtungsposten für Friedi Miller und Mimum Baraka, im Herbst 2016 als Flüchtling eingereist und aufgrund seiner guten Sprachkenntnisse von der NWO als internationaler Übersetzer eingesetzt, tarnt sich als islamischer YouTube-Kanal Loyalität allerdings noch fragwürdig. Tja, und dann haben wir hier den letzten, und dann sind wir durch, alias internas, internal alias nix, Registration date 2015, dritte dritte, 10.48, Geburtsdatum 1945, 13.02, und dann auch noch kaum jünger als meine Mutter. Ist das so, schämen Sie sich nicht, wenn das so ist. Jetzt, 1945 Jahrgang, Elisabeth Gröhe, mutmaßlich die Mutter von Markus, ne? Ja, da steht's, Gröhe, intern Assistentin. Gute Seele im Haus, Großmutter von Markus Gröhe aus Emskirchen, kümmert sich um die Verpflegung der Mitarbeiter. Technisch nicht sehr versiert, weiß nichts über die Aktivitäten der Organisation. Und ja, nichts wissen heißt aber nicht, in dem Fall nicht schuldig sein, ne? Gut, nun wisst ihr Bescheid. Hallo, hier ist der Betreiber des YouTube-Kanals Staatsanwaltschaft Beschäftiger 67, einigen von Ihnen auch unter meinem Realnamen, wie man Baraka bekannt. Hiermit ist dieser Kanal offiziell beendet. Es werden keine Videos je mehr von mir zu der Sache gepostet. Und alles andere wird sich weitestgehend auch der Erkenntnis, also der Öffentlichkeit von euch entziehen. Und gelöscht werden alle Videos erst, wenn mein Fall lückenlos aufgeklärt ist. Und alle Personen oder die Personen, der ich das alles zu verdanken habe, den SEK-Einsatz und dieses ganze Theater, bis derjenige im Knast oder in der Forensik ist. Und wenn ich da eben nebenbei mal so gesehen, mutmaßlich eine Sekte oder einen ähnlichen Verbund hochnehme, soll es mir recht sein. Hier gibt es nichts mehr. Ja, also ihr könnt euch Abonnements auf meinem YouTube-Kanal schenken, außer, ja, um das selbst zu studieren. Und die Videos bleiben auch alle so lange hier hochgeladen, nur mehr 90 oder 91 an der Zahl, bis mein Fall aufgeklärt ist, für mich sprechend. Ja, und da nichts nachkommt. Und dann erst werde ich alle Videos restlos löschen. Ja, also. Ich bin der Dornenärer im bösen Fleisch, den ihr eben nicht herausziehen könnt. Das war's dann. Und allen anderen, die mir gewogen waren und sind, bleibt auch, seid auch vorsichtig. Ihr seht ja, wie sich etwas entwickeln kann, nur wenn man sich hier auf YouTube währt und sich sein Schneid nicht abkaufen lässt. Lebt wohl! Und die anderen, könnt ihr euch denken, was ich euch wünsche, ne? So, hier nochmal ganz kurz der Staatsanwaltschaftbeschäftiger 67 Berlin, der Mimon Baraka. Übrigens, Herr Karl-Heinz Hess, ihr Brief an mich habe ich ungeöffnet an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet, mit ein paar entsprechenden Zeilen dazu. Und ihr Paket habe ich heute, Herr Devel-Denos, postwendend an Sie zurückgehen lassen. Heute ist Samstag, der 29.4.2017. Ich habe dem Hermes-Boten erklärt, dass das eine kriminelle Agenda ist. Und hier seht ihr einen schönen Briefkopf. Ich habe schon ein entsprechendes Feedback bekommen von der Staatsanwaltschaft Berlin. Also es ist alles schön in der Mache gegen euch. Ach ja, schönes Wochenende noch, wenn ihr das haben könnt. Euch wird die Lust bald vergehen, mir jetzt auch postalisch nachstellen zu wollen. Meine Nachbarn sind auch informiert, nichts anzunehmen. Alles bestens. Und die Post und DHL wissen auch schon längst Bescheid. Heute ist Sonntag, der 30. Mai 2017. Und man versucht mich hier weiter zu ängstigen und einzuschüchtern. Ich komme eben gerade von Zigaretten holen. Und da macht mein Nachbar mich auf einen Zettel aufmerksam, der hier an unserer Wohnungsaustür draußen liegt. So, hier. Staatsanwaltschaft und Kripo. Okay. Mimo und du kranker Bastard. Wir sind überall. Grüße von David Dennoos und WipNai8. So, es wird ja wohl mal Zeit, die Leute jetzt aus dem Verkehr zu ziehen. Auch den Herrn Dr. David Meiersdorf, der mir vor kurzem, wie hier in einem meiner Videos auch dokumentiert, ein Päckchen zuschicken wollte, was ich habe wieder zurückgehen lassen. Und wie gesagt, tretet mir je zu nah in meinem realen Leben. Ich bringe euch alle um. Systematisch. Mit meinen Händen, mit meinem Schweizer Taschenmesser, was legitim ist, was mir der SEK-Beamte auch zugesichert hat, dass ich das besitzen darf. Da kann man auch wunderschöne Wunden mitmachen und euch die Augen ausstechen oder die Kehle durchschneiden. Ihr nicht. Ihr ängstigt mich nicht. Ihr könnt hundertmal überall sein. Ihr habt keine Macht über mein Leben. Ich nache es ernst. Es wird wahrscheinlich irgendwann mal zum Blutvergießen kommen. Aber nicht mein Blut wird fließen, sondern euchs. Eures. Und zwar literweise. Ich bringe euch alle systematisch um, wenn ihr mich nicht in Ruhe lasst und euch nicht aus meinem Leben verpisst. Ich schlachte euch alle systematisch ab. Und diesmal kommt auch nicht die Polizei hierher, wie schon einmal, wo ich eine mutmaßliche Todesliste, wo man ja auch relativieren konnte, weil ich am Ende gesagt habe, ich bringe euch alle in die Forensik. Diesmal mache ich das wahr. Wenn ihr mich weiterhin hier bedroht, pauschalisch, persönlich, mit Zettelchen und hast du nicht gesehen, dann gibt es diesmal ein wirkliches Blutbad und ein Massaker. Dann werde ich ausrasten, wie ich noch nie in meinem Leben ausrasten musste. Und da schlage ich jeden von euch einzeln tot. Ihr könnt ruhig kommen. Zu eins, zu zwei, zu dritt, zu viert. Ich nehme es mit euch allen auf. Ihr wisst nicht, was mich ausmacht. Ihr wisst nicht, auf welchen Modus ich umschalte, wenn ihr Abschauen an mich heranwagen solltet. Ich bringe euch alle um. Herr David Meiersdorf, Sie sind ein regelrechter Todeskandidat. Herr Dr. David Meiersdorf, wenn Sie mich nicht in Ruhe lassen, Herr Delenos, mache ich Ihnen das Leben zur Hölle. Ja, dann sind auch Sie fällig. Sie ängstigen mich nicht. Ihr seid überall und ich bin euer aller Tod, wenn ihr es braucht. Real, physisch, von jedem Einzelnen von euch abschauen. Jetzt reicht es. Ich schlachte euch alle systematisch ab. Ich gebe euch eure eigenen Eingeweide zum Verzehr, wenn ihr mich nicht in Ruhe lasst und euch nicht aus meinem Leben ganz gehörig verpisst. Jeden Einzelnen von euch. Bei Gott! Denkt ihr wirklich, ich lasse mich von euch ängstigen und einschüchtern? Und wenn ihr in jeder bundesdeutschen Stadt oder in Labo oder wie auch immer eure Posten habt und eure Mittelsmänner und eure Erfüllungsgehilfen, da strafe ich mit Todesverachtung. Ich habe keine Angst vor euch. Ihr müsst jetzt Angst vor mir bekommen. Denn in mir formiert sich ein Denken und ein Plan, wie ich ausfindig machen werde, wer hier in meiner Nachbarschaft von euch dazu gehört. Und derjenige kann dann schon mal seine Knochen zusammensammeln. Ja? Jetzt werde ich brutal. Aber real brutal. Gut, dass die Justiz, die Staatsanwaltschaft, Berlin und wo auch immer das hier alles mitkriegt. Und auch meinen Ausraster vorhin in diesem dreiminütigen Video bei Gott nachvollziehen kann. Ja? Und du Drecksau, der du das geschrieben hast, Mimon du kranker Bastard, wir sind überall. Grüße von David Del Nose und Wipnay 8. Und sie, Herr Del Nose, sie sind jetzt fällig. Auch das werde ich der Polizei überstellen. Vom heutigen Tag, dem 30. April 2017. Ich habe mich vorhin versprochen, ich sagte 30. Mai in meiner Aufregung. Und worauf mich mein Nachbar aufmerksam gemacht hat. Und postalisch kommt ihr an mich auch nicht mehr ran. Alle hier und die Post selbst sind involviert, dass man die Annahme verweigert. Von Päckchen oder irgendwelchen Sendungen. Und wenn ich mal, wenn mal was durchflutschen sollte, leite ich das sowieso postwendend an die Staatsanwaltschaft oder hier an den Abschnitt 47 weiter. Nein. Jetzt wird es brutal. Und zwar gegen euch. Und sollte mir je jemand hier in meiner unmittelbaren Nachbarschaft auffallen? Oder ihr vor der Haustür rumlungern? Ohne Worte. Ihr müsst Angst vor mir haben. Jeder einzelne von euch. Angst um Leib und Leben. Nicht ich um meins oder um das meiner Mutter. So läuft die Nummer. Merkt euch das. Euch kriege ich schon groß. Und wenn ich euch ganz klein kriege. Ihr perverses Abschaumgesocks. Man braucht sich gar nicht zu fragen, aus welchen schlechten Stellen ihr alle stammt. Aus welch perfiden oder zerrütteten Elternhäusern. Eure Eltern haben euch überhaupt nichts mitgegeben am Werten, wie man moralisch, ethisch, anständig, sinnsam, respektvoll, auf Augenhöhe zu anderen Menschen durchs Leben geht. Das könnt ihr alle nicht. Ihr seid der Bodensatz. Der Bodensatz menschlicher Evolution. Und wenn ich was zu sagen hätte, in der Welt, dann würde es wieder KZs geben. Und zwar exakt für solche Wesen wie euch. Für solche Teufel in Menschengestalt. Und dann wäre hier in wenigen Jahren Ruhe und Frieden. Kein Mord, kein Totschlag. Kein gar nichts mehr. Ja, weil Leute wie ihr nicht mehr existieren würdet. Weltweit. Tja. Ihr nicht. Und sollte es je passieren, dass man sich versucht, an mir oder an meiner Mutter zu vergreifen, dann wird das ein Massaker. Das hat die Stadt Berlin und die Bundesrepublik Deutschland noch nie erlebt. Und dann kann mich auch kein Gericht der Welt oder der Bundesrepublik Deutschland dafür verurteilen, weil die Vorgeschichte, wie sich das entwickelte, bis zur mutmaßlichen Eskalation ist ja hier bestens dokumentiert und bekannt. Im Gegenteil. Man wird mir auf die Schulter klopfen. Ja, wenn ich so manch einen von euch in den Staub oder in den Tod schicken würde. Ja, man würde sagen, danke, Herr Baraka. Danke, dass Sie die Gesellschaft von solchen menschlichen Monstruositäten befreit haben. Zumindest von einigen von ihnen. Ich bin gewappnet. Ich bin auf alles vorbereitet, was aus eurer Richtung, was aus eurer Richtung vielleicht gegen mich auf den Weg gebracht wird. Auf alles. Auf das Denkbare, auf das Undenkbare. Und ich bin real tödlicher als Sie zuvor. Gegen jeden Einzelnen von euch. Für jeden Einzelnen von euch. Merkt euch das. Heute ist Sonntag der 30. Mai 2017 und man versucht, mich hier weiter zu ängstigen und einzuschüchtern. Ich komme eben gerade von Zigaretten holen und da macht mein Nachbar mich auf einen Zettel aufmerksam, der hier an unserer Wohnungshaustür draußen liegt. So, hier. Staatsanwaltschaft und Kripo. Okay. Mimundo, kranker Bastard. Wir sind überall. Grüße von David Denos und Web9. Web9. So, es wird ja wohl mal Zeit, die Leute jetzt aus dem Verkehr zu ziehen. Auch den Herrn Dr. David Meiersdorf, der mir vor kurzem, wie hier in einem meiner Videos auch dokumentiert, ein Päckchen zu schicken wollte. Was ich habe wieder zurückgehen lassen. Und wie gesagt, tretet mir je zu nahe in meinem realen Leben. Ich bringe euch alle um. Systematisch. Mit meinen Händen, mit meinem Schweizer Taschenmesser, was legitim ist, was mir der SEK-Beamter auch zugesichert hat, dass ich das besitzen darf. Da kann man auch wunderschöne Wunden mitmachen und euch die Augen ausstechen oder die Kehlen durchschneiden. Ihr nicht. Ihr ängstigt mich nicht. Ihr könnt hundertmal überall sein. Ihr habt keine Macht über mein Leben. Ich nache es ernst. Es wird wahrscheinlich irgendwann mal zum Blutvergießen kommen. Aber nicht mein Blut wird fließen, sondern eus. Eus. Und zwar literweise. Ich bringe euch alle systematisch um, wenn ihr mich nicht in Ruhe lasst und euch nicht aus meinem Leben verpisst. Ich schlachte euch alle systematisch ab. Und diesmal kommt auch nicht die Polizei hierher, wie schon einmal, wo ich eine mutmaßliche Todesliste, wo man ja auch relativieren konnte, weil ich am Ende gesagt habe, ich bringe euch alle in die Forensik. Diesmal mache ich das wahr. Wenn ihr mich weiterhin hier bedroht, postalisch, persönlich, mit Zettelchen und haste nicht gesehen, dann gibt es diesmal ein wirkliches Blutbad und ein Massaker. Dann werde ich ausrasten, wie ich noch nie in meinem Leben ausrasten musste. Und dann schlage ich jeden von euch einzelnen tot. Ihr könnt ruhig kommen. Zu eins, zu zwei, zu dritt, zu viert. Ich nehme es mit euch allen auf. Ihr wisst nicht, was mich ausmacht. Ihr wisst nicht, auf welchen Modus ich umschalte, wenn ihr Abschaum an mich heranwagen solltet. Ich bringe euch alle um. Herr David Delnos, Sie sind ein regelrechter Todeskandidat, Herr Dr. David Meyersdorff. Dr. David Meyersdorff. Wenn Sie mich nicht in Ruhe lassen, Herr Delnos, mache ich Ihnen das Leben zur Hölle. Dann sind auch Sie fällig. Sie ängstigen mich nicht. Ihr seid überall und ich bin euer aller Tod, wenn ihr es braucht. Real. Physisch. Von jedem einzelnen von euch Abschaum. Jetzt reicht es. Ich schlachte euch alle systematisch ab. Ich gebe euch eure eigenen Eingeweide zum Verzehr, wenn ihr mich nicht in Ruhe lasst und euch nicht aus meinem Leben ganz gehörig verpisst. Jeden einzelnen von euch. Bei Gott. Denkt ihr wirklich, ich lasse mich von euch ängstigen und einschüchtern? Und wenn ihr in jeder bundesdeutschen Stadt oder Entlave oder wie auch immer eure Posten habt und eure Mittelsmänner und eure Erfüllungsgehilfen, das strafe ich mit Todesverachtung. Ich habe keine Angst vor euch. Ihr müsst jetzt Angst vor mir bekommen. Denn in mir formiert sich ein Denken und ein Plan, wie ich ausfindig machen werde, wer hier in meiner Nachbarschaft von euch dazu gehört. Gut, dass die Justiz, die Staatsanwaltschaft Berlin und wo auch immer das hier alles mitkriegt und auch meinen Ausraster vorhin in diesem dreiminütigen Video bei Gott nachvollziehen kann. Ja, und du Drecksau, der du das geschrieben hast, Mimo und du kranker Bastard, wir sind überall. Grüße von David Del Nus und Wipnai 8 und sie, Herr Del Nus, sie sind jetzt fällig. Auch das werde ich der Polizei überstellen vom heutigen Tag, dem 30. April 2017. Ich habe mich vorhin versprochen, ich sagte 30. Mai in meiner Aufregung und worauf mich mein Nachbar aufmerksam gemacht hat. Und postalisch kommt ihr an mich auch nicht mehr ran. Alle hier und die Post selbst sind involviert, dass man die Annahme verweigert von Päckchen oder irgendwelchen Sendungen. Und wenn ich mal, wenn mal was durchflutschen sollte, leite ich das sowieso postwendend an die Staatsanwaltschaft oder hier an den Abschnitt 47 weiter. Nein. Jetzt wird es brutal. Und zwar gegen euch. Und sollte mir je jemand hier in meiner unmittelbaren Nachbarschaft auffallen? Oder ihr vor der Haustür rumlungern? Ohne Worte. Ihr müsst Angst vor mir haben. Jeder Einzelne von euch. Angst um Leib und Leben. Nicht ich um meins oder um das meiner Mutter. So läuft die Nummer. Merkt euch das. Euch kriege ich schon groß. Und wenn ich euch ganz klein kriege. Ihr perverses Abschauengesocks. Man braucht sich gar nicht zu fragen, aus welch schlechten Stellen ihr alle stammt. Aus welch perfiden oder zerrütteten Elternhäusern. Eure Eltern haben euch überhaupt nichts mitgegeben am Werten, wie man moralisch, ethisch, anständig, sinnsam, respektvoll, auf Augenhöhe zu anderen Menschen durchs Leben geht. Das könnt ihr alle nicht. Ihr seid der Bodensatz. Der Bodensatz menschlicher Evolution. Und wenn ich was zu sagen hätte in der Welt, dann würde es wieder KZs geben. Und zwar exakt für solche Wesen wie euch. Für solche Teufel in Menschengestalt. Und dann wäre hier in wenigen Jahren Ruhe und Frieden, kein Mord, kein Totschlag, kein gar nichts mehr. Ja, weil Leute wie ihr nicht mehr existieren würdet weltweit. Tja. Ihr nicht. Und sollte es je passieren, dass man sich versucht an mir oder an meiner Mutter zu vergreifen, dann wird das ein Massaker. Das hat die Stadt Berlin und die Bundesrepublik Deutschland noch nie erlebt. Und dann kann mich auch kein Gericht der Welt oder der Bundesrepublik Deutschland dafür verurteilen, weil die Vorgeschichte, wie sich das entwickelte, bis zur mutmaßlichen Eskalation ist ja hier bestens dokumentiert und bekannt. Im Gegenteil. Man würde mir auf die Schulter klopfen. Ja. Wenn ich so manch einen von euch in den Staub oder in den Tod schicken würde. Ja. Man würde sagen, danke Herr Baraka. Danke, dass sie die Gesellschaft von solchen menschlichen Monstruositäten befreit haben, zumindest von einigen von ihnen. Ich bin gewappnet. Ich bin auf alles vorbereitet, was aus eurer Richtung, was aus eurer Richtung vielleicht gegen mich auf den Weg gebracht wird. Auf alles. Auf das Denkbare, auf das Undenkbare. Und ich bin real tödlicher als sie zuvor. Gegen jeden Einzelnen von euch. Für jeden Einzelnen von euch. Merkt euch das.